Guten Abend, ich bin natürlich hier passend angezogen mit Zackennase und trinke nur das beste Wasser direkt aus der HDSR-Tasse. Hallo Lucat, Mendenor, grüß dich. Natürlich immer mit dem Trank der Glückheit plus zwei, sehr wichtig. So, ja, wir versuchen es nochmal. Anders als ich gestern angekündigt habe, versuchen wir es doch nochmal mit dem Director's Cut, aber wir modifizieren die Regeln ein bisschen, damit es nicht ganz so lange wird und es hoffentlich auch etwas erfolgreicher wird als jetzt. Letztes Jahr, äh, letztes Mal, letztes Jahr. Sind wir gut zu hören, sind wir gut zu sehen, die Frage muss am Anfang immer gestellt werden. Beantwortet das gerne mal. Ansonsten, jetzt habe ich irgendwo Ton hinten. Das war kurz mein Handy, sorry. Okay, genau, einmal alle Handys auf lautlos, wie im Kino. Und ja, wir versuchen es nochmal, das heißt, seit dem letzten Mal hat sich nur bei Nicole was getan, kann es gleich mal sagen. Ja, genau. Also, Rowena hat sich eine Narbe geholt. Ich muss jetzt gleich hier mal ziehen, welche das wird. In der Zeit kann die Zephira ja schon mal loslegen. Ja, ich bekomme ab und zu jetzt Krämpfen, wenn ich daran zurückdenke, an die Niederlage gegen Untote und darf dann nur einmal angreifen. Was mir eigentlich alles egal ist, weil ich die Max mal einmal angreife. Es ist ja noch davon gesagt, dass du sie ziehst. Und was mit dem Haigahn? Äh, ich habe Zuckung. Ich kriege nervöse Zuckung, wenn ich an Unto die Piraten denke. Ich symbolisiere das mal hier. Und meine Talentproben im Kampf misslingen automatisch in der Runde, wo ich die Narbe ziehe. Ah ja, okay. So, jetzt habe ich erstmal alle hier richtig hingezuckt. Ja, wie sieht es bei der Nicole aus? Die war ja beim letzten Mal nicht dabei. Hat sich einfach gedrückt vor der Scham, vor der Schmach. Ja, das vermutlich aus gutem Grund. Ich glaube auch. Ich aber trotzdem, ich habe noch eine Konsequenz vom davor letzten Mal. Ich habe noch eine leichte Wunde. Das heißt, minus zwei Lebenspunkte. Genau, ich verliere direkt zu Beginn minus zwei Leben. Du verlierst minus zwei, das heißt, du kriegst zwei dazu. Okay, verdammt. Die nehme ich. Okay, jawohl. Dann haben wir das und ich ziehe eine... Schmerz. Ich verliere zwei Lebenspunkte und muss die direkt ablegen, wenn ich die gleich ziehen sollte. Das heißt, die mische ich gleich erstmal in mein Deck. Kommt mal da schon mal in die Ecke. Der Rest wandert in die Box zurück. Ja, dann nicht groß fehlerlesens. Ohne Nicole gibt es halt keinen Sieg. Ja, das stimmt wohl so. Ohne... Wenn wir verloren haben, war Nicole nie dabei. Und mit Nicole haben wir immer gewonnen. Echt? Das ist so, leider ja. Haben wir alles einmal verloren? Äh, nein. Siehste? Deswegen, ja. So. Ohne Rusty geht es einfach nicht. Aber wir waren einmal ohne Rusty im Keiler. Äh, da haben wir auch gewonnen, naja. Also wir können auch ohne Nicole gewinnen, das stimmt. Okay, aber wenn Nicole dabei ist, gewinnen wir auch immer. Ja. Das ist tatsächlich so, ja, ja. Okay, dann, äh, legen wir los mit Rietholzschatz. Freut ihr euch schon auf den Gong? Ich hoffe, der hat einen gescheiten Schatz angesammelt. So, ne, ich meine auf den Gong, ob du dich da schon drauf freust. Den Gong habe ich verdrängt. Ja, aber er wird wiederkommen. Das ist der Gong. Jawohl. Also, die Küste von Mendena, 1038 nach Sporans Fall. Es ist ein kalter Morgen an der mendänischen Küste. Die Gisch der nahen Brandung erfüllt die Luft mit einer Klammenfeuchtigkeit, die in eure Kleidung dringt und euch den eisigen Wind noch deutlicher spüren lässt. Ihr fröstelt. Vor euch liegen die Ruinen einer alten Seefestung, deren Name schon vor langer Zeit in Vergessenheit geraten ist. Und dennoch boten ihre kümmerlichen Reste schon immer ein Rückzugsort für dubiose Gestalten. Einst hausten hier Strandräuber, bevor sie von einem einsiedlerischen Chimärenmeister vertrieben wurden, der dann wiederum durch den ruchlosen Kapitän Rietholz seinen Tod fand. Seitdem dieser Piratenkapitän und Diener des Dämonenbeschwörers Serran von der Perlenmeerflotte mitsamt seiner unseligen Mannschaft auf den Grund des Meeres gejagt wurde, ist die Festung herrenlos. Und irgendwo dort unten in den Eingeweiden des Gemäuers habt noch immer Rietholz Schatz und wartet auf die Tapferen, die bereit sind, Leib und Leben zu riskieren und feiner habhaft zu werden. Vorsichtig arbeitet ihr euch durch das glitschige Felsenlabyrinth voran. Munix meint, am kalten Morgen bleibe ich liegen, lass den Schatz Schatz sein. Tja, das machen wir jetzt aber nicht. Diego di Monterazzo ist dabei, hallo. Lucat Mendenor, das hat Nicole nicht gelesen, was du da sagst. Aber ja, Rusty ist sicher kein passender DSA. Laufender Hallo, vielen Dank fürs Abo. So, wir nehmen alle Rietholz Schatzkarten und nehmen die alte Seefestung heraus und drehen sie auf die Seite Erkundung. So, da ist sie. Ich wechsle auch mal auf den Tisch. Genau, also hier die alte Seefestung Erkundung. Und platziert Anzahl Marker mal zwei, äh Anzahl Helden mal zwei Marker auf ihr. Das mach ich hier oben aber über die HA1. Und danke Munix fürs Abo. So, das sind dann zur Vierzehmer heute, also acht Stück. Ist nicht mit den neuen Regeln halbiert? Nee, das ist, äh, gleich die, äh, wub, 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 wub. Das sind diese schwarzen Perlen dann. Na, wir gucken mal. Genau, also wir spielen, äh, mit leicht modifizierten Regeln. Ähm, dazu kommen wir gleich, wenn's soweit ist. Jeder Held legt eine Probe auf Wissen, äh, Wildnisleben ab. Nicht Wissen, Wildnisleben. Ähm, 13 hab ich da. Äh, verdammt. Nur weil laufender viele Euro spart. Okay. Danke, danke. Ja, äh, der Sub-Tember läuft nämlich aktuell, falls du den meinst. Da sind die Abos günstiger. Aber wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr sogar ein kostenloses Abo dalassen. Also für uns bringt das was, aber euch kostet das nichts. Okay, war das Blitz da draus. Hat man das hier gesehen? So, Wildnisleben. Also ich hab verkackt, Zephira. Um eins mit einer neuen verkackt. Okay, das war auch der Donner. Gut. Verkackt. Okay, Heigan? Äh, mit Punktlandung von zehn bestanden. Und, Nicole? 10 von 10. Ja, mit einer 17 tendenziell eher nicht, nein. Okay. Das heißt, wir haben einen Erfolg, ähm, Heigan. Die klamme Kälte und der rutschige Untergrund machen dir zu schaffen. Aber du arbeitest dich unbeirrt deinem Ziel entgegen. Und für uns drei gilt, während unserer Kletterpartie rutschen wir aus und knallen der Länge nach hinten. Wir verlieren zwei Lebenspunkte. Dann bin ich bei 38, Zephira bei 38 und Nicole bei 36. Wenn man mit Mädchen unterwegs ist. Bitte was? Hallo? Jetzt geht's aber los hier. So. Draußen scheint stürmisch zu werden. Ich muss, glaube ich, gleich mal nach dem Fenster gucken. Wenn ihr im Hintergrund nochmal ein Fenster knallen hört, sagt Bescheid. Ich hab das nämlich noch auf Kipp und das hat gerade geknallt. Das hab ich selbst mit den Ohrenschützern hier gehört. Im Inneren der Festung findet ihr alles leer und verlassen vor, als ob hier schon seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen wäre. Außer uns. Außer uns. Ihr seid euch aber sicher, dass die Geschichten von Rietholz und seinem Piratenversteck wahr sind. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen und nehmt jeden einzelnen Winkel genauestens unter die Lupe. Ich glaube, wir haben auch nur schlecht geträumt letzte Nacht. Könnte auch sein. Vorahnung. Wir hatten so eine Vorahnung, ja. Klingt nach Kettenreaktion beim Ausrutschen. Ja, war's auch. Sturm und Fenster knallen, passt da Stimmung. Ja, das hat auch weiß. Ja, also wir nehmen jeden Winkel genauestens unter die Lupe. Jeder hält, legt deine Probe auf Sinneschärfe ab. Da hab ich ein Elf. Oh. Ja, das ist schon besser. Zivierer. Oh. Mit einer Vier geschafft. Eiger. Sieben von Elf geschafft. Nicole. Kritisch. Erfolg. In welche Richtung? Okay. Also, wir drei bringen erstmal die Suche voran, aber die Feuchtkaltumgebung zerrt an unserer Gesundheit. Entfernt einen Marker von der Karte Erkundung. Also erstmal drei runter. An der Tastatur kann ich lange suchen. Dann brauchen wir nur noch fünf. Und Nicole findet entscheidende Hinweise. Man darf zwei Marker entfernen. Dann haben wir nur noch drei. Hallo Max. Draußen stürmisch. Ja. Du schleichst hier über den Boden. Uiuiui. Ja, ich glaub. Warte mal. Wir machen das noch fertig. Und bevor wir dann mit dem Rätsel anfangen, mach ich hier erstmal alle Fenster zu. So, nachdem alle Helden ihre Probe abgewickelt haben, wird geprübt. Ah, und wir noch Herausforderungskarten. Bitte? Herausforderungskarten brauchen wir noch. Ja, 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 ja. Genau. Einmal mit Profis. Also, genau. Wir spielen, äh, jetzt mit gerade nochmal drücken. 22, äh, 34, plus 9 sind 43. Ich bin, glaub, mit zwei gespielt und auf schwer. 11 im Schnitt. Bitte? Ich bin, glaub, jetzt mal auf zwei gespielt mit schwer. Ja. Mit zwei auf schwer. Ja, wir waren jetzt ja, sind ja einer mehr. Ach, stimmt. Aber das macht hier, glaub ich, keinen Unterschied. Äh, wir sind mit 11 genau in Stufe 5. Das heißt, wir spielen auf schwer. Das ist drei und zwei Herausforderungen, ja. Ja, ja. Wartet, dann suchen wir die grad noch raus. Ja, dann machen wir das hier noch. Danke für den Hinweis, E-Siegeling. Die Herausforderungsstapel. Nehmen wir die plus 1er, bitte. Wir wollen ja nicht übertreiben. Und schwer. Lass es schon schief gehen. Ja, genau. Hat man es gehört? Ne, okay. Das ist dann zu weit, das filtert dann raus. Aber das war schon wieder mein Fenster. So, zwei Herausforderungskarten. Wir haben, die Zeit wird knapp. Entfernt ein Marker von der Zeitskala und führt sofort die dadurch ausgelösten Zeiteffekte aus. Zu Beginn jedes Kampfes. Oh, okay. Hatten wir aber, glaub ich, noch nicht, ne? Ich mach das Fenster gleich zu, Max. Und loses Gepäck. Und loses Gepäck. So, das heißt, wir müssen jetzt nochmal eine Sinnenschärfenprobe machen, weil wir haben ja noch drei Marker. Die müssen wir noch loswerden. Ja, hallo, Diego. Wenn die Helden immer mehr Karten haben, die sie verbessert haben, kann man Herausforderungen ziehen, damit es etwas schwerer wird. Genau. Aber Eagle Wing meinte, dass wir noch Herausforderungskarten ziehen müssen. Oder hat jemand nachgefragt? Ist das gerade etwas verwirrt? Ne, ich glaube nicht. Okay. Also er meinte nur, welche Herausforderungskarten wir gezogen haben. Er wollte sie nicht erläutert haben. Aber trotzdem danke. Es sind ja vielleicht auch Leute im Chat, die keine Herausforderungskarten kennen. Dann machen wir jeweils nochmal eine Sinnenschärfenprobe. Und ja, wir dürfen Gepäck opfern, aber es wird teurer, wenn wir es denn machen wollen. Und einen neuen, das ist auch noch gelungen. Ne. Nein. Mit zehn habe ich es gerade geschafft. Kann einmal mit Männern unterwegs sein. So, also das heißt zwei geschafft. Oh, das ist aber blöd. Will jemand Gepäck opfern? Also damit hätten wir ja wieder zwei runter. Mit zwei Erfolgen. Drei brauchen wir. Will jemand mit einem Misserfolg Gepäck opfern? Nein. Müssen wir aber alle nochmal eine Runde machen, ne? Ja, aber passiert auch sonst nichts. Ja, doch. Was hast du gepüftet müssen? Misserfolg. Ihr verliert zwei Lebenspunkte. Achso. Also geht jetzt auch noch, aber... Das ist dann C4 auf 36, Heigern auf 38. Und zwei Zeitmarker runter. Ja, dann haben wir noch den einen da liegen. Das heißt ja, dann müssen wir noch mal jeder eine Sinne schaffen proben. Das ist, was Ego Wing meinte mit dem Teamwork hier. So. Okay, also wir haben es schon mal geschafft. Ich habe es auch geschafft. Hm, kritisch geschafft. Und ich diesmal nicht. Das heißt, das heißt, dann verliert Nicole zwei Lebenspunkte. 34. Und, äh, ja, dann haben wir genug, um es zu schaffen. Das heißt, den einen Marker haben wir dann ja mehr als runtergespielt. Gut, dann gehe ich jetzt mal gerade Fenster zu machen. Bin direkt wieder da. Dauert nicht lang. Dauert nicht lang. So, alle Fenster zu, Katzenohren sind gerettet. Reetholzhöhle. Dann ändern wir erst mal hier die Stimmung zur Höhle. Okay. Nach einer nervenaufreibenden Suche findet ihr endlich eine Geheimtür. Ein großer Teil der Felswand lässt sich hier zur Seite schieben und gibt den Blick auf eine dunkle Wendeltalpe frei, die in die Tiefe führt. Vorsichtig steigt ihr die Treppe hinab und gelangt in eine geräumige Höhle unterhalb der Festung. Die Höhle besteht aus einer etwa über 10 Meter hohen Kammer in der Mitte an die vier große Alkovengrenzen. Ein unüberschaubares Gewirr aus brüchigen Holzstegen, Leitern und Hängebrücken verbindet die Alkoven miteinander und ihr blickt zahlreiche Objekte, deren genaue Funktion euch ein Rätsel ist. Ein Backsteinofen auf einem Holzgestell in der Mitte der Höhle. Ein großes Fass an der Decke, aus dem mehrere Bambusröhren herausragen. Eine große Grube voller Holzbälle am Boden der Höhle. Mehrere Hebel, die über Seilwind mit Fallgattern verbunden sind. Ein großer Gong. An den Wänden angebrachte, polierte Metallplatten, die wie Rutschen aussehen und viele weitere Merkwürdigkeiten. Durch dieses Gewirr huscht eine große Eisenkugel, die einem bestimmten Weg zu folgen scheint und dann in einem Loch im Boden verschwindet, nur um wenige Augenblicke später erneut aus einem Loch in der Decke hervorzukommen, wo sie durch ein Gitter festgehalten wird. Ihr wisst nicht, wer diese Anlage erbaut hat oder zu welchem Zweck, aber es geschah offensichtlich unter einem großen Einfluss größerer Mengen Rauschkraut oder Wahnsinn oder beide. Mit anderen Worten ist dies wohl das Werk des Piratenkapitäns Riedholz und ihr müsst dies Rätsel lösen, um seinem Schatz auf die Spur zu kommen. Um das Ganze nicht zu einfach für euch zu machen, wird das Höhlensystem außerdem von fliegenden Chimären patrouilliert, die wie eine Kreuzung aus einer Fledermaus und einem Geier aussehen. Fledergeier. Gerade seht ihr, wie ein riesiger Fledergeier von der Höhlendecke herabgleitet und in einem der Alkoven ein großes Eier blickt. Danach steigt er wieder auf, verschwindet in der Dunkelheit der Höhlendecke. Riedholzhöhle wird eure Koordination und Kombinationsgabe auf eine harte Probe stellen. Riedholzhöhle besteht aus vier verschiedenen Alkoven, die sich durch ihr Aussehen und ihre Architektur voneinander unterscheiden. Es gibt den Schädelalkoven, den Segelalkoven, den Bambusalkoven und den Federnalkoven. Und während wir die Höhle erkunden, zeigen wir auf der Höhlenkarte an, wo er uns gerade befindet. Und das machen wir beim letzten Mal mit den Chips. Dann nehme ich wieder ein Rowena-Rot, ein Haigern-Grün, ein Nikol-Gelb und die Frierecke-Blaue. Weil pink haben wir nicht. Auch nicht schwarz für Bochon. Wir können auch weiß-schwarz nehmen. Aber reine schwarz habe ich nicht. Er will nicht. Schwarz. Geht blau. Dann bleiben wir blau. Ja, ich meine auch, geht auch so. So, und wir befinden uns zum Anfang alle im Segelalkoven. Achso, das darf ich ja nicht da drauflegen. So, die Erkundungskarte kommt erstmal hier rüber. Die haben wir jetzt ja weg. Wir sind alle auf dem Segelalkoven. Ja, so ist etwas blöd. Dann schieben wir das mal anders rüber. So, 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 so. Dreht die Karte, die alte Sehfestung in der Mitte, auf die Seite. Gefahr. Gefahr. Alarm. Ah, nee, das war was anderes. Legt Anzahl Helden durch zwei abrunden Verderbungsmarker. Verderbungsmarker, Anzahl Helden durch zwei aufrunden Abenteuermarker und eine Plusmarke auf die Ressourcenkarte Feinde. So. Das heißt, wir brauchen die Karte Feinde. Da liegen jetzt zwei Verderbungsmarker drauf. Achso, das machen wir wieder da oben drüber, ne? Das sind die Fledergeier. Dann packe ich die Fledergeier auf HA1. Da packen wir also zwei Fledergeier oben drauf. Hier oben der erste Grüne. Der zweite Grüne sind die Fledergeier Eier. Das sind auch zwei. Und eine Plusmarke. Die Plusmarke ist der Hebel. Der kann auf Plus oder Minus gestellt sein. Ich blende mal gerade den Chat aus, damit wir hier auch alles sehen. Die Bedeutung der Ressourcenkarten. Während der Erkundung von Rietholz Höhle kommen viele Ressourcenkarten zum Einsatz, die verschiedene Zustände der Höhle repräsentieren. Achso, ne stimmt. Wir hatten das beim letzten Mal doch über die Karten gemacht. Damit es auch hier einen optischen Zusammenhang gibt. Dann machen wir das doch so wie gehabt. Dann, äh, genau. Wir hatten die Totenkopfwürfel. Das sind die Fledergeier. Und wir hatten die Eier. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe wir hatten. Wir hatten jetzt mal gelbe Eier. Ne, grüne Eier hatten wir, glaube ich, ne? Ne, gelb ist aber passender. Also zwei Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ja, zusätzlich besteht der Schwarm noch aus unzähligen kleineren Exemplaren, sodass ihr euch auch dann von den Fledergeier in Acht nehmen müsst, wenn gerade keine Marke auf der Karte liegen. Die gelben sind die Fledergeier-Eier. Da haben wir jetzt zwei von, die in der Höhe verteilt wurden. Diese Eier können von uns eingesammelt und im Ofen platziert werden. Die Plus- und Minus-Marke zeigt, in welchem Status der Hebel ist. Das heißt, wir kommen hier nicht hoch oder nicht runter, wenn der Hebel auf Plus oder Minus, können wir gleich nochmal gucken, liegt. Auf Plus. Auf Plus, dankeschön. Aber dafür können wir Eier sammeln. Äh, ja. Dafür können wir Eier sammeln. So. Wobei, Eier können wir ja immer sammeln, wenn wir hier oder hier sind, ne? Nein, nur wenn's auf Plus steht. War das so? Na gut, dann ist das so. Schon wieder zu lang her. Gemeinsame Anstrengungen. Äh, äh, das sind die Fledergeier-Eier, die wir in den Ofen gelegt haben. Dann haben wir noch die Karte Ausrüstung. Das sind die Fledergeier-Eier, die im Ofen zu schwarzen Perlen verbrannt wurden. Ich leg die mal hier unten drunter, damit das auch eine zeitliche Reihenfolge ist. Und Informationen sind die schwarzen Perlen, die wir beim Wasserspiel erfolgreich eingesetzt haben. Also Ziel ist es, die von hier nach hier zu bekommen. Und dann haben wir noch die verstrichene Zeit, die mache ich nämlich oben über die HA dann. Äh, die repräsentiert die aktuelle Position der Eisenkugel auf ihrem Weg durch Rietholz-Höhle. Wir müssen die Kugel über mehrere Prellbocke im Spiel halten, sodass sie ihr Ziel erreicht, ohne zwischendurch in einem Loch im Boden zu verschwinden. So, genau. Und das Ziel ist nämlich jetzt... Äh, eigentlich, falls weniger als Anzahl Helden mal zwei Mark auf der Ressourcen-Karte Informationen liegen, äh, geht's... können wir noch nicht weitermachen. Und sobald da in dem Fall dann acht liegen, könnten wir weitermachen. Und wir spielen jetzt mit der Regel vier. Dann wird's einfach dadurch schneller, weil wir nur halb so viele, ähm, Perlen verbrennen und im Spiel halten müssen. Ich bin mal gespannt, wie viel schneller, aber das ist mal die erste Regeländerung. Die zweite Regeländerung wird sein, weil ich beim letzten Mal ja mit vier Lebenspunkten in den Kampf gestartet bin, dass man, äh, wieder auf 30 sich mit der Dusche heilt, bevor es dann weitergeht. Und, ähm, Rietholz kommt nicht zurück, das würde nur auf legendär passieren, aber wir spielen ja aufs Schwer. Engor meint, dann macht die Bande platt, liebe Alphas, das haben wir vor. Nikolas dabei gibt einen sicheren Siegstag, Munix. Hat er da recht? Ja, das klang jetzt aber nicht so überzeugt. Ja, ich, Eier verbrennen kann ich eins ausbrüten. Ich, ich hätte als Tierbettinge noch Platz für so einen Fledermausgeier. Ein Fledergeier. Du bist da aber nicht als Puzzle. Naja, ich glaube, da können wir drauf verzichten. Die haben uns beim letzten Mal ziemlich zugerichtet, also mich zumindest. Das war nur ein Traum. Ja, stimmt, das war ein Traum. Warte mal, das sieht alles so aus wie in unserem Traum. Und wir haben ihn alle geträumt. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Außer Nicole. Ja, Nicole, die hat wieder, was weiß ich, was gemacht. Ich träume so komische Sachen gar nicht. Dann wird so komisch Rauschkraut genommen und mir keins abgegeben. Genau, und wir haben keine Rauschkraut gehabt und haben das geträumt, das will was heißen. Ach, ja, 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 ja. Na gut. Dann sag ich mal. Wir brauchen einen Startspieler. Unser Startspielerin ist Sephira. Es ertönt ein lauter Gong und in der Höhle gerät einiges in Bewegung. Ziehe eine Schicksalskarte. Die wird Sephira. Möchte hier gerade aber, glaube ich, noch mal mischen. Habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Hallo, Andoid. So. Also wir werden jetzt diesmal hoffentlich nicht drei Stunden für das Vorspiel brauchen. Das war doch reichlich lang. Wie lange haben wir jetzt? Eine halbe Stunde knapp. So. Eine Schicksalskarte. Ein gewaltiges Glück. Diese Karte zählt als großes Glück. Außerdem darf jeder Held einen Schicksalspunkt nehmen. Das machen wir doch gerne. Bing, 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 bing. Warum sind da nur noch drei in der Mitte? Da lief irgendwas schief. So. Und es ist ein großes Glück. Die Karte ist aus dem Spiel. Ja gut. Hilft uns jetzt noch nicht. Die Brause... Ah doch. Bisschen hilft es ja. Die Brause über deinem Alkofen öffnet sich für einige Sekunden. Eine kalte Dusch aus heißem Wasser prasselt daraus herab. Du bekommst sofort ein W6 Lebenspunkte. Drei Stück. Ja. Oh. Die Zephira natürlich auf 39. Alle anderen Helden, die sich gerade im selben Alkofen oder in der Ballgrube aufhalten, bekommen einen Lebenspunkte geheilt. Juhu. Also, war ja doch richtig. Bohron ist mit uns. 39, 35. So. Je nachdem, welchem der Alkofen du dich befindest, lies weiter. In dem Fall sind wir im Segelalkofen. Du befindest dich im nördlichsten und am höchsten gelegenen Alkofen der Höhle. Dieser Bereich ähnelt der Takelage eines Schiffes und besteht aus mehreren Plattformen in schwindelerregender Höhe, die über Taue, Strickleitern und Wand miteinander verbunden sind. Zerrissene Segel flattern in einem gespenstigen Wind. Der höchste Punkt besteht aus einem Krähennest, an dem eine große Armbrust angebracht ist. In der Nordwand siehst du ein kreisrundes Loch, das von einem Gitter verschlossen wird. In der Westwand gibt es einen Durchgang, hinter dem eine Treppe nach unten führt, während in der Ostwand eine Rutsche aus glatt poliertem Metall nach unten führt. Startspielerentscheidung. Entscheide dich für eine der folgenden Optionen. Du kannst auf das Krähennest klettern, um mit der Armbrust einige Fledergeier abzuschießen. Du kannst über die Rutsche im Osten in den Bambushalkoven hinabrutschen. Also, hier runter. Das nächste scheidet aus. Wir können nicht hier runter, weil die Minusmarke nicht hier liegt. Und, ähm, falls gerade keine Marke auf der Ressourcenkarte verstrichene Zeit liegen, befindet sich im Loch in der Wand eine Eisenkugel, die von einem Gitter festgehalten wird. Durch die Betätigung einer Kugel kannst du das Gitter anheben und die Kugel dadurch in Bewegung setzen. Ja, was willst du tun? Die Kugel loslassen. Äh, die Kugel loslassen. Okay. Äh, Iggrin meint, aus 30 Hochsätzen vor dem Kampf, dann sind die Nachteile marginal. Boah, im schlimmsten Fall starten wir dann alle mit 30 Lebenspunkten in den Kampf. Das ist gegen Ritols. Nicht so ohne alles. Äh, nicht so ohne. Aber wir gucken mal. Wir werden ja sehen, wie sich das auswirft. So, du kletterst zur Öffnung in der Wand. Hinter einem Metallgitter siehst du die Eisenkugel, die sich vor einer Weile noch durch die Höhle bewegt hat. Neben dem Gitter ist eine Kurbel in die Wand eingelassen. Du beginnst, die Kurbel zu drehen. Hier eine Schicksalskarte. Kleines Glück. Ein Held der Gruppe mal einen Chip ablegen, damit diese Karte als Glück zählt, ansonsten zählt sie als Unglück. Ich gebe meinen aus. Die Vierer gibt ihren Chip aus. Äh, jetzt zählt sie als Glück. Die Karte ist auch aus dem Spiel. Lege eine Probe auf Handwerk ab. Bei einem Erfolg wird das große Glückergebnis abgehandelt, bei einem Misserfolg das Unglück. Geschafft. Bin ich eigentlich laut genug? In den letzten beiden Aufzeichnungen war ich immer sehr leise. Deswegen, ich mache mal das Mikro noch ein bisschen weiter vor den Mund. Oder ein bisschen... So. So ist, glaube ich, besser. Geschafft. Ähm, du legst dich ordentlich ins Solken, kurbelst das Gitter hoch, bis es in der Eisenkugel... Bis es der Eigenkugel nicht mehr im Weg steckt. Äh, Weg steht. Boah. Ich habe es aber auch heute wieder... Ähm... Gemächlich setzt sich die... Bitte? Das war gerade ziemlich laut. Ja. Boah, okay. Äh. Das war halt ein sehr lautes Gitter. Ähm... Hat Öl gefehlt. Gemächlich setzt sich die ein Meter durchmessende Kugel daraufhin in Bewegung. Und nimmt langsam Fahrt auf. Nachdem sie das Gitter passiert hat, hörst du ein Klick und das Gitter saust mit einem lauten Knall wieder herab. Das habe ich, glaube ich, jetzt hier nicht. Naja. Ähm... Du kannst gerade noch rechtzeitig deine Hand aus dem Gefahrenbereich bewegen. Während du beobachtest, wie die Eisenkugel über eine schmale Bahn in Richtung der gegenüberliegenden Höhlenwand rollt, hörst du plötzlich über dir ein Krächzen. Anscheinend hast du durch deine Tätigkeit die Aufmerksamkeit der Fledergeier auf dich gelenkt. Es wird Zeit, von hier zu verschwinden. Bevor die Biester dich erreichen können, springst du rasch auf die Rutschung der leitesten Sicherheit. Leg einen Marker auf die Sourcenkarte verstrichene Zeit. Haben wir jetzt also eins. Lege anschließend deinen Marker, du bist blau, ne? Auf den Bambus. Und der Startspieler wechselt zum Haigahn. Äh... Ja, ich wird... Wenn's okay ist, hier oben bleiben und ein paar abschieben. Du musst erstmal eine Schicksalskarte ziehen. Äh, eine Schicksalskarte. Ein großes Unglück. Äh... Um sich dem Rest der Meute anzuschließen. Falls Marker auf der Ressourcenkarte gemeinsame Anstrengungen liegen. Nein. Er setze anschließend alle Marker auf der Ressourcenkarte Feinde durch Verderbensmarker. Also, die verschwinden. Dafür haben wir jetzt hier vier Fledergeier. Ein riesiger Fledergeier gleitet aus der unergründlichen Finsternis der Höhlendecke herab. Nachdem er sorgfältig ein frisches Ei abgesetzt hat, erhebt er sich majestätisch und kehrt zur Höhlendecke zurück. Lege einen Marker auf die Ressourcenkarte Feinde. Und ein neues Ei. So, jetzt kannst du überlegen, was du machst. Ich würde gerne einen abschießen, wenn es möglich ist. Du kannst es versuchen. So, das war... Feuer frei. Du kletterst zur Armbrust im Krähennest und siehst, dass sie bereits geladen ist. Sorgfältig ziehst du auf einen der gefälschten Fledergeier und betätigst den Abzug. Treffer! Deinem lauten Knall platzt die Schimäre und vergeht in einer grünen Wolke. Die. Das haben wir also nur noch drei. Nachdem du den Armbrustbolzen abgeschossen hast, siehst du, wie sich die Armbrust von selbst spannt und wie vergeisternd ein neuer Bolzen darin erscheint. Ziehe eine Schicksalskarte. Großes Glück. Wie viele haben wir noch? Vier. Also noch keine neuen. Zieb. Du gibst einen weiteren Schuss ab und triffst erneut. Entferne einen Marker und wir sind wieder bei zwei. Ein Schatten senkt sich über dich. Es ist der riesige Mama Fledergeier und er ist entzürnt darüber, dass du seine Brut abschießt. Erschrocken springst du aus dem Krähennest und schwingst an einem Seil davon, gerade noch rechtzeitig, um den riesigen Klauen der Beste zu entgehen. Der Startspieler wechselt zu Nicole. Der Gong ertönt. Ich habe jetzt quasi die gleichen Optionen, oder was? Ja, erstmal aber ziehen wir eine Schicksalskarte. Okay. Glück. So, und jetzt sind nur noch drei drin. Das heißt, ich lege schon mal wieder von jeder Karte eine drauf. Und mische ich dann gleich vor meinem Einsatz oder beziehungsweise vor dem nächsten Einsatz. Die Eisenkugel rollt. Wir gehen hier von eins auf zwei. Wenn danach sechs, 16 oder 26 liegen, wird die ins Loch fallen. Ansonsten rollt sie weiter. Genau, und falls keine Marker drauf liegen, würden wir einen Marker auf die Karte Gefahr legen. Das haben wir aber ja dadurch, dass sie jetzt ins Rollen gekommen ist, vermieden. Wir sind jetzt wieder im Segelalkofen. Genau, also du kannst Fledergeier abschießen, du kannst direkt hinabrutschen oder du kannst... Ne, die Kugel auslösen geht nicht, weil die ist ja gerade in Bewegung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das Sinnvollste ist. Ja, also wir briefen dich jetzt mal nicht, um so ein bisschen Spannung reinzubringen. Taktik können wir gleich immer noch machen. Ich meine, wir haben ja immer noch zwei von diesen Fledergeiern. Ja. Ich würde dann einfach versuchen, die abzuschießen. Okay. So, auch du kletterst hoch und schießt den ersten ab. So. Und wir ziehen eine Schicksalskarte, ob du noch einen weiteren abschießt. Oder ob du runterfällst. Ach, das geht auch. Ja, schön. Ah, ne, runterfallen nicht, aber du kannst von Fledergeiern angegriffen werden. So, und ja, um dir das zu demonstrieren. Während du mit der Armbrust zielst, fällt von der Höhlendecke ein Stein auf dich herab und trifft dich an der Schulter. Dein Schuss löst sich unkontrolliert und verfehlt sein Ziel. Über dir hörst du ein ärgerliches Krächzen. Du verliest zwei Lebenspunkte. Dann bist du auf 33. Und auch dann kommt wieder der Mama Fledergeier und du springst hinab, um den riesigen Clown zu entgehen. Und der Startspieler wechselt zu mir. Und auch ich ziehe eine Schicksalskarte. Gewaltiges Unglück. Diese Karte ist halt das große Unglück. Außerdem muss jeder Held eine Minusmarke nehmen. So. Irgendwie, wenn man mit den Karten spielt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, also dem Spiel die zu bekommen, ist ja fast 100%. Da muss man sich also fast schon sicher sein, dass man da einen Minusmarken bekommt. Aber gut, dafür ist auch ziemlich sicher, dass man einen Chip bekommt. Äh, so rum. Ne, grün vor gelb. Minus, 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 Minus. Ähm. Außerdem ist es ein großes Unglück. Das heißt, die Eier brechen auf. Aus 1 wird 2. Und ein neues wird abgelegt. So. Ich überlege jetzt, was ich mache. Ähm. Ja. Ich kann auch Feuer frei machen oder runterrutschen. Zephira ist schon im Bambusalkoven. Wir haben jetzt erstmal zwei Leute oben, ne. Das heißt, äh, ich kann mich auch mal auf den Weg runter machen. Und, ähm. Ja. Sprich, glaube ich, jetzt gerade nicht so viel dagegen, ne. Deswegen rutsche ich nach unten. Als du dich der Rutsche näherst, hörst du über dir das Flattern der Fledergeil. Bevor dich die Biester reichen können, springst du schnell auf die Rutsche und entkommst den Verfolgern. Musstest du jetzt gerade keine Schicksalskampf ziehen? Doch, hab ich doch. Das war ja das große, äh, gewaltige Unglück. Weswegen wir alle eine Minusmarke bekommen haben. Und ein neues Flederei ausgeschlüpft ist und ein neues dazu gekommen. Während deiner Rutschpartie siehst du einen großen Metallring, der an einer Kette über der Rutsche baumelt. Die Kette wiederum ist mit dem Ofen in der Mitte der Höhle verbunden. Springst du an den Metallring, so kannst du dadurch die Kette hinabziehen und dem Ofen frische Luft hinzuführen, äh, um in der so entfachten Hitze alle dort hineingelegten Eier zur Kohle zu verbrennen. Allerdings ist ein solcher Sprung an den Metallring nicht ganz ungefährlich für dich, denn wenn du ihn verfehlst, steht dir ein schmerzhafter Sturz bevor. Gut, aber da da ja noch keine Eier drin liegen, muss ich das ja nicht machen. Das heißt, ähm, ich mache weiter. Du kümmerst dich nicht um den Metallring und gleitest stattdessen gefahrlos unter dir liegenden Alkoven ab. Startspieler wechselt zur C4er. Und ein Gong ertönt. Wir ziehen eine Schicksalskarte. Wir haben noch fünf da drin, ja. Kleines Unglück. So, jetzt haben wir die Sonderkarten alle durch. Diese Karte zählt als Unglück, aber ein Held, der Gruppe, darf einen Schicksalspunkt nehmen. Gut, dann bekommst du da einen Held. Entferne diese Karte anschließend aus dem Spiel. Ja, also im Endeffekt, wenn man die alle durch hat, dann hat jeder einen Schicksalspunkt mehr und dafür eine Minusmarke. Also man hat quasi eine Startkarte gegen einen Schick getauscht. Äh, Eagle Wing meint, die Eier von Feinde werden doch komplett umgewandelt. War da nicht eben zwei, aber nur ein Fledergeier. Beim ersten Mal waren zwei Eier, die sind beide umgewandelt worden. Dann hatten wir vier. Davon haben wir zwei erledigt. Danach lag da immer nur ein Ei. Und das Ei gerade wurde in ein Fledergeier. Und dann kam ein neues Ei dazu. Aber wir hatten seit dem Start keine zwei mehr, oder? Ja. Ich bin mal eigentlich recht sicher, dass ich es war. Das wirst du. Gut. Dann, genau, Zephira, du darfst entscheiden, was du machen willst. Du bist ja jetzt in Bambusalkofen. Warte, ja. Unglück-Konsequenz. Achso, stimmt. Ja, ja, genau, genau. Das haben wir noch gar nicht ausgeführt. Jetzt war ich gerade durch die Frage durcheinander gekommen. Ah, also, Unglück. Ein riesiger Fledergeier gleitet aus unergründlichem Finsternis und legt ein Ei. So, jetzt haben wir hier wieder zwei Eier. So, und jetzt darfst du entscheiden. Und du bist im Bambusalkofen. Der, da ist die 19. Du befindest dich im östlichen Alkofen, der etwas niedriger gelegen ist als der im Norden und etwas höher als der im Süden. Dieser Bereich besteht aus zahlreichen Brücken, Leitern und Stegen, die aus Bambusrohren und Schilfgras zusammengebaut wurden. Mehrere Palmen erheben sich meist tätig über die Szenerie. Ein dunstiger Nebel hängt in der Luft und es bilden sich Wassertropfen auf deine Haut. Über dir, hoch oben an der Höhlenwand, siehst du ein großes Fass aus dem Bambusrohr herausragend, die an der Höhlendecke entlang verlaufen und in mehreren Dutzend Brausen enden. Direkt vor dir führt eine brüchige Hängebrücke zu einem Backsteunofen in der Mitte der Höhle. Also von hier nach hier. Im Süden siehst du eine Rutsche aus glatt poliertem Metall, die nach unten führt. Hier. An der Wand hinter dir bemerkst du außerdem einen Bereich, in dem sich mehrere Kuhlbahnen kreuzen. Dominiert wird dieser Bereich von einem großen, beweglichen Prellbock, mit dem man die rollende Eisenkugel in die richtige Richtung umleiten kann. So, du kannst an einer Bambusleiter zum großen Fass an der Decke hinaufklettern, um etwas vom kostbaren Nass zu ergattern. Du kannst die Rutsche im Süden in den Federnarkofen hinabgleiten. Du kannst einige Eier, also bis zu zwei Eier des Riesenfledergeis einsammeln und sie über die Hängebrücke zum Backsteinofen in der Mitte transportieren. Und die Kugel ist gerade hier nicht. Das heißt, da kannst du nichts machen. Das wäre sie, wenn hier elf bis fünfzehn bei der verstrichene Zeit steht. Ich würde Eier holen wollen. Äh, ja. Du sammelst einige in der Höhle rumliegende Eier ein und trägst sie vorsichtig über die wackelige Hängebrücke zum Ofen. Entscheide zunächst, ob du ein, zwei oder drei Eier zum Ofen tragen willst. Lege danach eine Probe auf Körperbeerschung ab. Trägst du zwei Eier, so ist die Probe um zwei Punkte erschwert. Trägst du drei Eier, ist sie um fünf Punkte erschwert. Das geht aber ja gerade eh nicht. Trägst du zwei oder drei Eier, so darfst du bei der Probe nur maximal eine Karte als Gepäck opfern, um die Probe einmal zu wiederholen. Ach stimmt, hier kann man auch noch Gepäck opfern, aber da denkt dran, da muss man vier Karten ziehen. Da ich nicht so geschickt bin, würde ich nur mal ein Ei nehmen. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hinwolle. Ich habe ja Körperbeherrschung 15, da... Genau, Eier tragen war der Job. Da war das ja mit der Talentprobe. Äh, was hast du eigentlich in die Körperbeherrschung, Nicole? Ähm, zwölf. Und ich habe neun. Ja, dann sind ja genau die beiden Richtigen nach unten gegangen. Ich habe es zum Glück geschafft, da ich nur ein Ei genommen habe. Du hast es geschafft, okay. Du gelangst unbeschadet zum Ofen und lädst deine Fracht dort ab. Das heißt, hier liegt jetzt nur noch ein Ei. Und hier liegt jetzt ein blaues Ei im Ofen. Äh, ddup, 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 ddup. Wenn das verb... Ne, machen wir aber ein weißes Ei. So, ein weißes Ei. Wir machen das anders. So, wir machen jetzt... Weiß nach gelb, nach blau, nach grün. So, machen wir es. Nachdem du deine Aufgabe mehr oder weniger erfolgreich absolviert hast, befindest du dich nun auf der anderen Seite der enge Brücke und um die brüchige Konstruktion nicht noch weiter zu strapazieren, entschließt du dich an der Leiter, zum Höhlenboden hinabzurutschen. Unten angekommen, landest du in einer großen Grube, die einen Meter tief mit hunderten von kleinen Holzbällen gefüllt ist. Vor langer Zeit waren die Bälle in dieser Grube wohl mal bunt angemalt, doch inzwischen ist die Farbe zum größten Teil abgeplatzt und falls die Konstruktion jemals eine Falle war, so hat der Zahn der Zeit dafür gesorgt, dass sie diese Funktion mittlerweile eingebüßt hat. Das macht die Grube zu einem der wenigen Orte im Höhlen-System, an denen du vor den Flairgeiern und anderen Gefahren sicher bist. Lege eine Probe auf Willenskraft ab. Geschafft. Du kannst sie versuchen widerstehen, dich in der Grube vor den Gefahren der Höhle zu verstecken. Du kannst nur in den Schädelalkoven hinaufklettern oder in den Bambusalkoven hinaufklettern. Ich gehe wieder zum Bambus. Okay, dann lasse ich deinen Marker da einfach liegen. Ja, aber dann sollten wir perspektivisch gucken, dass wir uns austauschen. Das heißt, ich würde dann weiterziehen und vom Schädel nachher wieder hochsteigen, damit ich da ein paar Fledergeier abschießen kann und der Haigern, der macht sich eher unten auf den Weg und sammelt Eier. Okay. Genau. Dann wechselt der Startspieler zum Haigern und wir ziehen eine Karte. Und ich sitze auf dem Kabel. Das ist nicht so gut. So, dann sind jetzt noch drei in der Mitte. Das heißt, ich lege schon mal wieder jeweils eine drauf. Das ist ein Unglück. Na toll. Und ein neuer Fledergeier kommt herbei und legt ein Ei. Deswegen sind es jetzt zwei. Ui, das hat sich gereimt. Juhu. So, was machst du da oben? Ja, runtergehen, oder? Äh, ja, genau. Das war mein Plan. Dahin, wo ich Eier transportieren kann. Genau, also du rutschst nach unten. Rutsche nach Osten. Äh, du, 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 du. Die Fledergeier greifen dich wieder ein. Du rutschst runter. Du hältst dich nicht am Metallring fest. Ähm, oder? Oder versuchst du. Stimmt, wir haben ein Ei drin. Also du kannst jetzt überlegen, dich an dem Metallring festzuhalten. Mit dem Risiko, dass du abrutschen kannst. Körperbeherrschung. Äh, äh. Also ich würde, äh, ein Ei transportieren wollen. Nee, nee, du musst erstmal den, du rutschst ja erstmal. Aber du kannst dich jetzt am Metallring festhalten. Ja, genau, das würde ich gerne machen. Okay, dann lege eine Probe auf Körperbeherrschung ab. Ja, na, das würde doch gehen mit 15. Ja, mit einer 2 ist es sogar gelungen. Du springst im richtigen Moment von der Rutsche ab und hältst dich mit den beiden Händen am Metallring fest. Mit deinem Körpergewicht, da hast du ja genug von. Danke. Ziehst du die Kette herab und der Ofen glüht auf. Nehme alle auf der Ressourcenkarte gemeinsam anstrengende Karten, lege sie auf die Karte Ausrüstung. So. Da aus den gelben werden blaue Eier. Äh, da, 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 da. Es gibt die Startspielermarke. Oh, da, 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 da. Oh, da, da, da. Hier fehlt noch der Hinweis, dass man dann unten landet, ne? Ofen anheizen? Oh, da, nochmal liegen keine. Ja, hier steht nirgendwo der Hinweis, dass man... Äh, dass man dann im Bambusalkoven landet. Oder tut man das einfach nicht? Das heißt, man ist im Nichts. Ja, von mich geht's denn wieder bei Rutsche weiter, oder ist es eine extra Ziffer? Ne, hier steht einfach, gibt die Startspielermarke links von die weiten, äh, sitzenden Helden weiter bei Deckung. Aber hier steht nicht, äh, liest weiter bei Rutschen. Wird auch so sein, weil was, wo wir mal sonst rauskommen. Ja, kann sein, dass er noch am Ring hängt und von da wieder, äh, oben im Segelalkoven landet. Ja, aber wir haben es beim letzten Mal auch so gespielt, dass man unten landet. Äh, bitte, im Chat steht bereits bei 11 Rutschen nach dem Osten. Äh, da nach Rutschen im Osten steht, Du entkommst einem Verfolgern, lege deine Talentkarte auf das Feld Bambusalkoven der Höhlenkarte. Achso, ah, da steht vor oben schon. Ja, okay, okay, okay. Also gut, wäre jetzt auch das, was ich gesagt hätte, was wir machen sollten. Aber, ja, stimmt. Da oben hatte ich es nicht erwartet, ich hatte unten gesucht. Ja, okay. Äh, dudududup, dann Startspieler wechselt zu Nicole. Der Gong ertönt und wir mischen erstmal den Schicksalsstapel neu und ziehen dann eine Karte für Nicole. Schön. Wir können ja mal schauen, wenn wir uns beim letzten Mal einfach zu blöd angestellt haben, können wir jetzt ja immer noch sagen, wir machen doppeltes Volumen, wenn wir so schnell durchkommen sollten. Aber ich bezweifle jetzt irgendwie. Vor allem wird das dadurch nicht unbedingt kürzer, ne? Glück. Nicole hat Glück. Die Eisenkugel rollt. Dann ist sie jetzt bei der 3. Bei der 6 fällt sie ins Loch. So. Ähm. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Dann. Bist du aktuell noch oben im Segelalkoven, ne? Was möchtest du machen? Ja, ich glaube es macht wenig Sinn, wenn wir jetzt alle da in den Bombustings rum, also würde ich wieder hochklettern und auf die Geier schießen, oder? Ja, also es macht perspektivisch schon Sinn, wenn du da unten noch hilfst beim Eier tragen, weil du Körperbeherrschung einfach einen hohen Wert hast, aber im Moment glaube ich ja, schadet das auch nichts. Okay, also du schießt einen ab. Ja, aber es würde erst wieder Sinn machen, runterzurutschen, wenn ein Ei im Ofen ist. Ja, das nicht unbedingt, aber... Überhaupt weiß ich, kann das gleich anheizen wieder und dann... Ja, ja, also das spricht dafür noch zu warten, ja. Aber das wäre jetzt nicht der einzige Grund. Und, und, großes Unglück. Oh, oh. Du kriegst wieder einen Stein auf die Schulter. Damit hast du... Oh, ne. Damit hast du nur noch 31 Lebenspunkte. Ja, jetzt wisst ihr, wo ich meine ganzen Wurfsteine her habe. Ja, irgendwo müssen die herkommen. Die sammle ich alle ein. Startspieler wechselt zu mir und der Gong ertönt. So. Äh, ich ziehe eine Schicksalskarte. Und es ist Glück. Das heißt, die Eisenkugel rollt. Wir haben jetzt also vier. Äh, ich bin im Bambushalkoven. Im Bambushalkoven. Dann würde ich mich aber auf den Weg nach unten machen. Duschen mit einem Lebenspunkt, der mir fehlt, bringt nicht viel. Obwohl, ich weiß nicht, kriegt ihr dann auch was ab? Ja, das kann ein großes Glück reinkommen. Bitte? Das kann ein großes Glück reinkommen und landen dann eh im Bambushalkoven. Glaube ich, war es so. Stimmt, ja. Ja, genau. Also das ist eigentlich sinnvoll zu duschen, ne? Also, ich versuche das Fass an der Höhlendecke hinaufzuklettern. Also zum Fass. Und habe ein Glück gezogen. Na toll. Du schaffst es nicht den ganzen Weg zum Fass hinauf und du betätigst einen Hebel am Netzwerk der Bambus... Aber du betätigst einen Hebel am Netzwerk der Bambusröhren. Ein vielversprechendes Gurgeln von Wascher in den Röhren ist die Antwort. Mische eine Karte Großes Glück in den Schicksalsstab. Das ist jetzt auch das letzte große Glück, was noch da war. Ja, ich habe es ja noch nicht gemischt, deswegen lege ich es so drauf. Und zum Glück erstreckt sich die Rutsche bis knapp unter die Höhlendecke, sodass du auf jeden abgleiten kannst, anstatt eine weitere anstrengende Klettertour auf dich zu nehmen. Und Zephira, Startspieler. So, Zephira. Dann mische ich jetzt erstmal die Karte rein. Okay, da sind vier Karten drin und dreimal großes Glück. Mal gucken, was es wird. Und ein Unglück. Unglück. Ja, Unglück. Also, es wird ein Ei gelegt. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Eier. Und jetzt sind nur noch drei Karten drin, das heißt, es wird wieder ein Glück, ein Unglück und ein großes Unglück reingemischt. So, du bist aktuell im Bambushalkoven. Was machst du? Ich nehme wieder ein Ei und trage es rüber. Ei, ei, ei. Was hast du nochmal in Kaffeeherrschung? Zehn. Oh ja, dann bist du ja immer noch besser als ich. Aber ich schaffe es, ich bin das nicht zehn. Bitte? Mit einer sechsten schaffe ich das nicht. Oh oh. Du rutschst aus und die Eier... Mal gewartet. Bitte? Hättest du mal gewartet auf mich. Oder du setzt dein Chip ein und wiederholst. Nee, bei einer 50-50-Schance. Das ist 50-50, ne? Du hast ein Ei transportiert aber, ne? Ja. So, du rutschst aus und das Eier entgleitet dir. Als es krachend auf den Höhlenboden aufschlägt, platzt es auf und ein junger Fledergeil schlüpft hervor. Oh, dann hab ich nicht gedacht, dass er dann aufwacht. Das heißt, aus drei Eiern wären zwei und aus einem wären zwei Fledergeier. So, äh, b-b-b-b-b, du landest unten in der Holzballgrube. Eine Willenskraftprobe, bitte. Geschafft. Willst du zum Schädel oder zum Bambusalkofen? Ich geh zum Schädel. Du warst blau, ne? No, pff. Aaaaaaab! So. Entschuldigung! Jetzt sind wir gut verteilt, würd ich mal sagen. Dann, äh, wird der Haigern zum Startspieler. So. Wie viele Eier haben wir? Also mit dem Aufteilen der Leute fängt ja auch jeder gute Horrorfilm an, ne? Das ist richtig. Natürlich. Natürlich. Dann ziehen wir eine Schicksalskarte. Es ist großes Unglück, das einzige, was drin war. So, die Eier brechen auf. Das heißt, wir haben jetzt vier Eier und ein neues Wirt gelegt. Das heißt, ein Ei. Äh, vier Fledergeier und ein Ei. So. Du bist aktuell im Bambusalkofen und kannst Eier tragen, zum Beispiel. Dann nehm ich doch ein Ei und schubst es runter. Nur ein Ei? Achso, es ist ja nur ein Ei da. Ja, okay. Okay, okay. Ja, weil ich ja unbedingt vier aufbrechen musste. So. Da brauche ich eine 14, gell? Und bestanden. Gut. Du gelangst also hin und machst das eine Ei, das ist jetzt hier nicht mehr, zu einem Ei im Ofen. Gut, dann, äh, fällst du in die Ballgrube und machst deine Willenskraftprobe, bitte. Ei, ei, ei. Willenskraft. Oh. Oh, ne zwei von zehn. Dann kannst du entscheiden, ob du in den Schädel oder in den Bambusalkofen hinaufsteigst. Äh, Bambus. Okay, also bleibst du da. Jawohl. Gut. Nächster Startspieler ist Nicole. Ja. Das heißt, es macht mal wieder Gong und wir ziehen eine Schicksalskarte. Unglück. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Das heißt, es wird dein neues Ei gelegt. Du bist aktuell noch immer im Segelalkofen. Willst du Fledergeier abschießen? Ja. Wir haben vier davon. Das stimmt. Außerdem, außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, was jetzt als nächste Schicksalskarte kommt, äh, das kann nicht schlecht sein. Das stimmt, ja. Also, wir haben, äh, drei nur noch und du ziehst eine Schicksalskarte. Ups. Und es ist ein Glück. Ja. Es liegen mir tatsächlich alle drei großes Glück. Ich bin mir nicht sicher, ob du mischen kannst. Aber du darfst jetzt eine Fernkampfprobe ablegen und das noch zum Guten wenden. Okay. Zwanzig. Kann ich dafür meinen Schicksalspunkt verwenden? Hier steht nur, was beim Erfolg oder Misserfolg passiert. Von daher ist das, äh, also du kannst den verwenden. Das ist ein kritischer Misserfolg. Ja, aber es hat jetzt die gleiche Auswirkung wie im Misserfolg. Aber du kannst natürlich trotzdem deinen Chip einsetzen, wenn du es willst. Dann würde ich den einsetzen. Dann ist halt ein Fledergeier weg. Ansonsten verliest du zwei Lebenspunkte. Und mit zwei würde ich das dann treffen. Na gut, also du hast ihn eingesetzt. Gut, dann hast du jetzt wieder Null. Ja. Setzt ihn ein und schießt einen Fledergeier vom Himmel. Also sind nur noch zwei da. Alright. Dann wechselt der Startspieler zu Rowena. Und, äh, es ertönt der Gong. Und, äh, jetzt müssen wir wieder eine Schicksalskarte reinmischen. Damit wir schon wieder nicht gewaltiges Schicksal, äh, ne? Großes Glück, meinst du? Mhm. Ja, klar, ich, weil, ich kenn die Karte nicht. Du ziehst die eigentlich. Er kennt nur großes Unglück. So, so sieht die aus. Guck mal, so sieht die aus. Ah, 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 oh, was macht die Karte denn? Also die Brause über meinem Alkoven öffnet sich und ich bekomme, ja gut, dann bin ich voll. Mehr als einen Lebenspunkt geht ja nicht. Und bei mir ist leider keiner, das heißt, ihr profitiert leider auch nicht davon. Wie Eagle Wagon sagt gerade, die Probe auf Fernkampf ist nicht, Chip, wiederholbar. Äh, ach so, ah, okay, 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 ja, 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 ja. Äh, hat er recht, das ist eine Probe, ja. Stimmt, guter Hinweis. Also, das heißt, äh, du hast dann im Endeffekt die zwei Lebenspunkte... Ne, was hast du dann gezogen? Er bekommt seinen Schicksalspunkt zurück, hat er nicht getroffen, also zwei Lebenspunkte verloren und ein Federgeier kommt wieder dazu. Also bist du bei 29 und ein Fledergeier kommt wieder dazu, genau so war es. Danke für den Hinweis. So. Dann bin ich jetzt im Federnalkoven. Den hatten wir noch nicht, das heißt, da lese ich jetzt mal vor. Du befindest dich im südlichen Alkoven, der etwas niedriger gelegen ist als der im Osten und etwas höher als der im Westen. Der gesamte Bereich ist mit bunten Papageienfedern geschmückt und war vermutlich vor langer Zeit einmal schön anzuschauen, aber mittlerweile sind die Federn verstaubt und voller Spinnweben. Diese Höhle hat schon seit vielen Jahren niemanden mehr sauber gemacht. Im Zentrum des Alkovens reigt ein großer, ominöser Hebel aus einem freistehenden Podest. Unterhalb des Podests kannst du mehrere Seilzüge ausmachen, die in verschiedenen Winkeln der Höhle und davon führen. Der genaue Zweck dieser Konstruktion lässt sich auf den ersten Blick nur erahnen. Du siehst außerdem eine Rutsche, die nach Westen hinabführt und eine Bambusleiter bis zur Decke hinauf führt. An der Wand hinter dir kreuzen sich mehrere Kugelbahnen. Dominiert wird dieser Bereich von einem großen, beweglichen Prellbock, mit dem man die rollende Eisenkugel in die richtige Richtung umlenken kann. Ich kann die Dusche betätigen, ich kann den Hebel betätigen, ich kann zum Schädel Alkoven hinabgleiten und ich kann den Prellbock bedienen, weil die Kugel gerade hier im Bereich unterwegs ist. Das heißt, dann werde ich das doch mal machen. Ich gehe zum Prellbock hinüber und erkenne, dass er auf einem drehbaren Scharnier angebracht ist und mit Hilfe von Kugeln gedreht werden kann, ziehe eine Schicksalskarte. Und es ist großes Glück. So sieht das aus. Es gelingt dir, den Prellbock so einzustellen, dass die Eisenkugel im richtigen Winkel davon abprallt und im Spiel bleibt. Während die Kugel ihren Weg in den Bambusalkoven fortsetzt, hörst du über dir ein Krächzen. Es sind die Fledergeier und sie haben es auf dich abgesehen. Schnell läufst du zur Rutsche und gleitest in Sicherheit. Verändere die Anzahl Mark auf der Ressourcenkarte verstrichene Zeit, sodass genau 11 dort liegen. So, jetzt haben wir hier 11. Lege anschließend deine Talentkarte auf dem Feld Schädelalkoven. Und gibt die Startspielermarke weiter, in dem Fall an Sephira. Und das ertönt ein Gong. Und wir ziehen eine Schicksalskarte. Aber das ist Glück. Die Eisenkugel rollt. Dann sind wir jetzt bei 12. Du bist im Schädelalkoven. Den hatten wir auch noch nicht heute. Das heißt Schädel, Schädel, Schädel. Ach, der war ganz vorne, ne? Ja. Woran machst du eigentlich fest, wo die Kugel gerade ist? Das zeigt hier oben die Zahl, verstrichene Zeit. Bei 1 bis 5 ist sie im Federnalkoven. Bei 11 bis 15 ist sie, muss ich gleich mal gucken. Ein Bambus. Das kann sein. Das heißt, Heilgang kann die gleich umleiten. Ja, gucken wir dann nachher. Aber es bringt jetzt nicht, wenn das macht, es will eher Eierhole, weil sonst ist es direkt beim Schädel. Ja, wir haben vor allem noch keine Eier da im Schädel platziert. Du befindest dich im westlichen und am tiefsten gelegenen Alkofen der Höhle. Die gesamte Einrichtung hier besteht aus tausenden von Knochen und hunderten von Schädeln. Viele dieser Knochen stammen eindeutig von verschiedenen Tieren, aber du siehst auch einige Schädel von Menschen und anderen Kulturschaffenden und Völkern. Eine unheimliche Grabestille liegt über diesem Ort und lässt sich frösteln. Zur Mitte der Höhle hin erhebt sich ein Podest, von dem aus eine brüchige Hängebrücke zu einem Backsteinofen führt. In der Nordwand siehst du einen Durchgang, hinter dem eine Wendeltreppe zum Segelackhofen hinaufführt. Aber Kapitän Riedholt scheint für die Überwindung dieses Hindernisses ein weiteres Rätsel aufgebaut zu haben. Denn direkt neben diesem Loch siehst du ein großes Wasserspiel. Hier kann man mit einer beweglichen Bambusröhre einen starken Wasserstrahl verschießen und damit kleine runde Objekte durch ein Gitterlabyrinth an der Wand hoch zu bewegen und in verschiedene Vertiefungen zu buxieren, die zusammen das Bild eines Totenschädels ergeben. In einer der Vertiefungen befindet sich bereits ein kleiner schwarzer Ball, der verbrannte Überrest eines im Backstein verbrannten Fledergeier-Eis und ein deutlicher Hinweis darauf, was hier von dir erwartet wird. Also du kannst das Wasserspiel spielen, du kannst nicht nach Norden, weil da die Plusmarke liegt aktuell, du kannst aber weitere Eier in den Backsteinofen legen, aktuell eins. Und das war es auch schon. Das ist die Frage, wäre es, ich glaube, wieder eine Ei zu holen, um wieder zum Bambus zu gehen und dann beim Feder die Treppe zu öffnen oder das Wasserspiel zu machen. Hallo Kreuzberg, du kannst ja einmal das Wasserspiel ausprobieren, oder? Dann haben wir vielleicht schon mal einen Ei-Safe. Das kannst du auch du machen, wenn du da unten wartest. Kann ich auch machen, ja. Dann tue ich ein Ei holen. Okay. Versuche ich zumindest. Das heißt, Fledergeier-Eier, dann eine Probe bitte, Körperwärtschung. Ich gebe meinen Schicksalspunkt aus. Okay. Um es dann noch weniger zu schaffen. Du rutschst aus und die Eier entgleiten dir, als sie krachen aus dem Hirnbogen ausschlagen. Das heißt, jetzt ist kein Ei mehr da und dafür vier Fledergeier. Darauf ist die Balanenschale. Das ist unfair. Du landest in der Ballgrube und legst eine Willenskraftprobe ab. Schaffe ich auch nicht. Dann fühlst du dich gerade hier so sicher, dass du beschließt, erst mal hier zu bleiben. Du liegst jetzt in der Ballgrube. Dann ist Haigarn der nächste Startspieler und hört einen Gong. Und wir ziehen eine Schicksalskarte. Hier liegen wieder nur drei. Das heißt, wir füllen auf. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen duschen, um noch großes Glück mit reinzubringen. Ja, Nicole sollte mal duschen. Weißt du, die stinkt? Unglück. Ein neues Ei wird gelegt. So, du bist aktuell im Bambusheilkurven. Das heißt, du kannst jetzt versuchen, dieses Ei rüberzutragen. Es sind nicht zwei Eier. Nein, eins. Du könntest alternativ duschen oder du könntest aktuell die Eisenkugel mit dem Präbock umlenken. Brauchen wir die schon soweit? Nee, bringt erstmal noch nichts. Dann würde ich einfach ein Ei transportieren. Okay, dann eine Körperbeherrschungsprobe. Uh, Punkt. Ja, 14, gell? Das heißt, dieses Ei wird zu diesem Ei und es liegen zwei im Ofen, den wir jetzt langsam mal zünden sollten. Wie viele schwarze Perlen brauchen wir? Vier haben wir jetzt erstmal gesagt. Wir gucken gleich mal, ob das dann zu einfach wird. Dann können wir immer nochmal umlenken. So, du landest aber jetzt auch in der... Bitte? Ich glaube, vier reicht von der Zeit her. Ja, ich glaube auch. Es wird zwar dann leichter, aber auch deutlich kürzer. Wir sind jetzt schon an 1 Stunde 15 unterwegs. Und du landest in der Ballgrube und machst bitte eine Willenskraftprobe. Ja, die habe ich nicht bestanden. Okay, dann bleibst du auch da unten. Ah, hi, ganz schön. Du bleibst auch bei mir hier unten. Ist angenehm hier. Dann hört Nicole eine Glocke. Also ein Gong, sorry. Und Nicole zieht erstmal eine Schicksalskarte. Die da ist ein großes Glück. Und Nicole duscht. Ja. Nicht wie gewollt, aber Nicole duscht. Und Nicole bekommt 6 Lebenspunkte dazu. Da freut sich Nicole. Stinke. 35. So, Nicole ist da alleine. Das heißt, wir profitieren nicht davon. Doch. Heiko, nicht schon. Ach, oder in der Ballgrube. Stimmt. Danke. Dann seid ihr jetzt wieder voll. Okay. Du befindest dich weiter oben im Segelerkurven. Gehst du weiter auf Schießjagd? Oder? Ja. Wir haben ja jetzt zwei Eier im Ofen. Wenn ich runterrutsche, kann ich doch den Haken verwenden, oder? Genau. Dann wäre es ja eventuell sinnvoll, jetzt runterzurutschen. Ja. Sind noch vier Fleder. Ja. Aber dann haben wir die gesaved. Ja. Ist vielleicht nicht die blödste Idee. Ja, du hattest gerade gesagt, dass wir noch in den Ofen schmeißen. Ja, ja. Das ist richtig. Das heißt, du gehst rutschen. Ja. Rutsche nach Osten. Genau. Du rutschst runter. Ui. Und dabei versuchst du den Ring zu erwischen mit einer Körperwärtschungsprobe. So ist der Plan. Das ist immerhin 12. Mit einer 11 hätte ich es geschafft. Nicht nur hättest du, hast du auch. Sehr gut. Ja. Du springst im richtigen Moment und ziehst die Schnur. Warte, da habe ich aber doch auch noch einen besseren. Das klang doch angemessen. So. Die Startspielermarke wandert zur... Rowena. Und Rowena hat einen Gong. Hier liegen immer noch mehr als drei Karten. Das heißt, ich ziehe ein Unglück. Das heißt, es kommt ein neues Ei dazu. Und ich bin im Schädelalkoven. Im Schädelalkoven. Ich komme gerade nicht hoch. Eier transportieren bringt gerade nichts. Das heißt, ich spiele das Wasserspiel. Das Wasserspiel. So, das Wasserspiel. Darauf. Vom Wasser angetrieben, huschst du dich durch das Gitterlabyrinth nach oben. Mit etwas Geschick gelingt es dir, die Perle in eine der freien Vertiefungen zu reduzieren. Entferne einen Marker von der Ressourcenkarte Ausrüstung. Also von drei auf zwei. Und lege einen Marker auf die Ressourcengradinformationen. Also eine Eins. So, und sobald hier vier, eigentlich acht Marker liegen, geht es weiter. Ansonsten eine Startspielentscheidung. Entscheide, ob du dich mit dem Erfolg zufriedengibst oder versuchst, eine weitere schwarze Perle in die Vertiefung zu buxieren. Das versuche ich natürlich. Ich ziehe eine Schicksalskarte. Es sind immer noch mehr als drei. Oh, oh, ein großes Unglück. Du bist ungeduldig und schießt die schwarze Perle weit über ihr Ziel hinaus, sodass sie sich an einer hochgelegenen Stelle des Gitterlabyrinths verklemmt. Du stößt eine Verwünschung aus und erhältst ein ärgerliches Rechtsnutzerantwort. Entferne einen Marker von Ressourcenkarte Ausrüstung. Ach, man kann die auch komplett versenken. Das ist natürlich blöd. Spricht wieder dafür, dass acht wirklich ein bisschen zu viel wäre. Mit deiner Tätigkeit hast du die Aufmerksamkeit der Fledergeier auf dich gelenkt. Während du eilig in die Deckung rennst, stoßen die Biester immer wieder auf dich hinab, um dich zu beißen und zu kratzen. Du fällst Lebenspunkte in Höhe der Verderbungsmarker plus eins, also fünf Lebenspunkte. Dann bin ich bei 35. So. Dann ist der Dizifiradron und hört ein Gong. Und jetzt liegen hier nur noch drei Karten. Das heißt, wir müssen wieder auffüllen. Vier. Möge mal jemand die Baroni aus dem Bälle-Paradies abholen. Und den Söldner auch. Aber dann kannst du eine schöne Zeit zusammen. Sagt die Baroni. Ein großes Unglück. Ja, das Ei hier bricht auf. Wir haben jetzt fünf und ein neues erscheint. Das heißt, wir haben hier weiterhin eins. Zephira ist im Bälle-Bad. Zephira ist im Bälle-Bad. Und im Bälle-Bad, in der Ballgrube, macht sie eine Wildskraftprobe. Geschafft. Das heißt, du kannst jetzt zum Schädel oder zum Bambushalkoven hinaufklettern. Ich geh zum Bambus. Ja, macht Sinn. Und dann irgendwann den Hebel zu betätigen. Ja. Bei den Federn. Vorher duschen und dann Federn, ne? Ja. Gibt Sinn. Dann ist der Martin, der Haigand, dran. Und der hört einen Gong. Und zieht eine Schicksalskarte. Und die sagt, nochmal großes Unglück. Das heißt, wir haben jetzt schon sechs Fledergeier. Ja, es wird Zeit, dass ich da oben auf Schießjagd gehe. So. Ähm. Bitte eine Wildskraftprobe. Nein. Du bleibst unten in der Grube. Dann ist Nicole die nächste Startspielerin und die hört einen Gong zur Abwechslung. So. Und das ist ein Glück. Das heißt, die Kugel rollt. Ist jetzt also auf der 13. Und du bist gerade im Bambushalkoven. Bambus. So. Im Bambushalkoven kannst du duschen oder Eier in die Mitte tragen. Das ist, glaube ich, dann das Beste, was du machen kannst. Du hattest ja relativ hohe Körperbeherrschung. Ja, 12, aber... Also, eine Körperbeherrschungsprobe. Ja. Die, äh... Mit 8 gelungen. Das heißt, ein Ei hier weg. Ein Ei im Ofen. Ähm. Und dann musst du, äh... Fällst in die Ballgrube und musst eine Wildskraftprobe ablegen. Oh, yippie. Der ist bestimmt auch, ja. Gut. Habe ich auf. 12. Mit 6 geschafft. Willst du, äh, zurück zum Bambushalkoven oder zum Schädel? Bambus macht aber auch hier, glaube ich, wieder mehr Sinn. Ja, okay. Ja, dann gehe ich wieder hoch in den Bambus. Okay. Dann wechselt die Startspielerin zur Rowena, die einen Gong erhört. Äh, einen Gong erhört. So, und eine Schicksalskarte zieht. Das sind noch 4. Also, ja. Das ist ein Unglück. Das heißt, es kommt ein neues Ei dazu. Ja, und ich bin im Schädelalkoven. Das heißt, ich mache, äh, Wasserspiel. Wie ist so aktuell? Es ist kein großes Unglück drin. Das heißt, äh, das ist ja schon mal... Du kannst hier nur eins reinschießen. Du kannst hier nur eins reinschießen. Ach stimmt, ist ja nur eins da. Genau, und das schaffe ich auf jeden Fall. Also, einer hier weg. Ne, Quatsch. Einer hier weg. Und nein. Ne, vom Blauen. Wird auch... Achso, einer klappt immer, genau. Das ist ja nur im zweiten Versuch, wo man das verhauen kann. Ja. Ähm, bub, 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 bub. Dann ist C4er dran. C4er hört einen Gong. Und zieht eine Schicksalskarte. Da muss ich jetzt aber wieder auffüllen. Mit dem letzten großen Glück. Das heißt, es sind schon mal alle drei drin. Es sind auch zwei Glück drin. Und nur jeweils ein Unglück und ein großes Unglück. Das ist doch schon mal ganz gut. Wobei ich sagen würde, jetzt kannst du sogar fast ein... Ja, ein Unglück... Großes Unglück wäre blöd, aber ein Unglück ist drin. Unglück wäre okay. Können wir gerade ein Glück gebrauchen? Ja, großes Glück, damit das Rutschen was bringt. Oder Duschen was bringt. Aber ansonsten nicht. Aber auch... Ja, stimmt. Das habt ihr dann... Nee, aber das bringt ja auch... Ja, doch, Nicole kriegt einen Lebenspunkt da, ne? Oh ja. Äh, ja. Es ist ein Unglück. Oh ja. Ein zweites Ei. Gut. Dann rutsche ich einfach, weil Duschen bringt nichts, weil wir kein... Nicole kann die Eier transportieren und du rutschst. Äh, du duschst, genau. Ich dusche nicht, weil es bringt nichts. Achso, das stimmt. Ich bin vollgeheilt und quere kein Großes Glück. Genau. Also du rutschst runter. Das ist vom Bambusalkoven runterrutschen, ist die Rutsche nach Süden. Als du dich der Rutsche näherst, hörst du über dir das Flattern der Fledergeier. Bevor dich die Biester reichen können, springst du schnell auf die Rutsche und dann kommst den Verfolgern. Gut, mehr ist es dann auch nicht. Hui! So. Dann ist Haigan der Startspieler und darf mal wieder eine Schicksalskarte ziehen. Und das ist Glück. Das heißt, die Kugel rollt weiter, ist jetzt schon auf der 14. Bei 16 fällt sie ins Loch. Kann also sein, dass wir es nochmal starten müssen. Und Haigan ist immer noch im Bellabat und muss bitte eine Willenskraftprobe ablegen. Ja, diesmal ja. Wo kletterst du hoch? Bambusalkoven wahrscheinlich, ne? Äh, ja. Einmal in den Bambusalkoven. Nicole Startspielerin und hört einen Gong. Ähm, wo ist die Kugel denn jetzt? Bei euch? Die ist gerade bei euch im Bambusalkoven. Oh, erstmal großes Unglück. Das ist natürlich doof. Dann schlüpfen nämlich zwei Fledergeier. Kommen zu Papa. Ey, ey, komm her. Und ein neues Ei wird gelegt. Jetzt wird es langsam kritisch. Das heißt, ich könnte jetzt diesen Bouncer oder was das da war, verwenden. Damit die Kugel im Spiel bleibt oder so. Den Prellbock. Ja. Ja. Würde ich auch sagen, weil Haigan kann als nächstes versuchen, das nächste Ei rüber zu tragen. Der ist ja noch besser in Körperbehaschung. Der ist sicherlich auch noch besser da drin. Genau. Genau. Deswegen wäre das sinnvoll, wenn du im Bambusalkoven die, äh, den, 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 äh, den Prambus, Prambus, Prambus Bellbock, den Bambus Prambus. Ja, genau. So, wir sind jetzt hier bei 21. Bei 26 fällt es ins Loch. Vorher müssen wir alle Eier im Wasserspiel, äh, eingebaut haben. So, lege deine Talentkarte anschließend in den Federnalkoven. Hui! So. Und, äh, nächster Startspieler ist die Rowena und die hört einen Gong und zieht eine Schicksalskarte. Hier liegen nur noch drei Karten. Das heißt, wir füllen wieder auf. Das Glück ist aber sehr gut vertreten. Wie dann nur jeweils eine von den schlechten Karten drin. Ja, das hat dir bisher statistisch nicht viel gebracht, dass da immer drei großes Glück drin sind. Ja. Ja. Also, mathematisch war das ein ganz großes Kino, was du bisher gezogen hast. So, wir gucken mal, was rauskommt. Ich sag mal so, wenn es kein großes Unglück wird, ist ja alles andere okay. Ja gut, weiter rollen solltet ihr auch nicht. Also, ein Unglück oder ein großes Glück wäre vielleicht ganz gut. Aber die großen Glück brauchen wir eigentlich an anderer Stelle eher. Also wäre eigentlich sogar das Unglück am besten. Ein Unglück. Also kommt ein weiteres Ei dazu. Haben wir zwei Eier. So, ich bin im Schädelalkoven. Ich kann gerade nicht das Spiel machen. Ich kann auch nicht hoch. Jetzt ist die Frage, ich kann nicht stehen bleiben. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Bitte? Ein Ei hole. Genau, aber das wäre nämlich jetzt das Einzige, was ich machen kann. Und wenn das nicht gehen würde, könnte ich halt nichts machen. Und dann ist hier Plotstopper. Du könntest auch den Prellbock verwenden, aber dann wäre die Kugel halt weg. Schreibt das nochmal eine auf, bitte, im Chat. Also, bei vier gibt es einen Plotstopper, wenn gerade nichts zu tun ist. Igelwing sagt, läuft trotzdem gut. Häufig bei großem Unglück nur ein Ei zur Geier und keine Ei zum Ofen. Ah, oder du machst einen Clipqueener, genau. Geier waren letztes Mal auch schnell über 10. Ja, wir hatten ja so über 20 am Ende. Gut, jetzt ist die Frage, das Ei zu transportieren. Nee, macht aber eigentlich keinen Sinn, weil das kann Haigern im nächsten Schritt oder im übernächsten E machen. Der ist auch besser darin als ich. Also, es muss hier noch die Option, einfach abzuwarten, geben. Die gibt es im Moment nicht. Dann musst du entweder durch Ei holen oder Prellbock. Nee, Prellbock kann ich ja noch nicht machen. Doch, es ist bei 1,20 und Prellbock ist da und geht halt ins Loch. Ja, ja, aber erst wenn wir das Wasserspiel erledigt haben. Vorher kann ich den Prellbock nicht bedienen. Doch, und geht die Kugel halt ins Loch rein. Nein, ich kann den Prellbock vorher nicht bedienen. Die Option habe ich einfach nicht. Ah, bei nachher ist nämlich, du darfst an der Stelle abwarten, deinen Kameraden die Daumen drücken. Das geht aber auch erst nachher. Also, rein von der Spielmechanik müsste ich jetzt tatsächlich das Ei transportieren. Und wenn kein Ei da wäre, dann wäre... Gut, dann versuche ich, ein Ei zu transportieren. Müssen wir jetzt, ja. Äh... Ja, gut. Dann ist es so. Yay! Ähm... Ja. Dann ist es so, ne? Nee, ich setze dafür meinen Chip ein. Nein, ich setze dafür nicht meinen Chip ein. Doch, ich setze dafür meinen Chip ein. Ich setze dafür meinen Chip ein. Ah. Hm. Okay. Gelungen! Okay, das hat sich gelohnt. Äh, dann haben wir jetzt hier zwei Eier. So. Und ich falle in die Ballgrube und mache eine Willenskraftprobe. Die mir nicht gelungen ist. Das heißt, ich sitze jetzt in der Ballgrube. Na toll. Eierholnerfe, ja. Dann ist Zephira Startspielerin und hört eine... Gong. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Und zieht eine Schicksalskarte. Die da ist Glück. Die Kugel rollt also. Das heißt, wir sind jetzt bei 22. Und, äh, du darfst entscheiden, was du im Federnalkoven anstellst. So, langsam bin ich wieder drin und kenne alle Optionen auswendig hier. Ich glaube, ich muss rutschen, weil wenn ich jetzt den Hebel betätige, kann Haigang keine... Eierholen. Wenn du jetzt den Hebel betätigst, kann Haigang keine Eier holen. Warum? Ja, weil dann sie auf Minus gedreht wird. Und Eierholen geht nur bei Plus. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Genau. Aber ich kann es nur in die Eierholen. Wir haben ja Nicole noch da. Dann kann Haigang Eier holen. Dann kann Nicole... Kann Nicole den Hebel betätigen. Machen wir es so, ne? Und zur Not kann Haigang sonst selber rutschen und den Hebel betätigen. Okay, das heißt, du rutschst und versuchst... Ja, und versuchst, den Hebel zu betätigen. Okay, okay. Das heißt... Ne, ne, also nicht den Hebel, sondern... Ah, den Ring, ja. Den Ring. So, rutsche in den Westen. Als du dich zur Rutsche näherst, hörst du übernötig das Flattern, Fledergeier. Bevor dich die Bisse erreichen können, springst du schnell auf die Rutsche und dann kommst du in die Folge an. Bla, bla, bla. So. Und... Du willst den Ofen anheizen. Und auch das ist eine Körperbeherrschungsprobe. Das ist ja Körperbeherrschungsproben-lastig, ne? Ich hab's gerade so geschafft. Ei holen oder Prellbock? Klingt nach interessanter Freizeitgestaltung. Jawohl. Okay, du springst hinab und verbrennst die beiden Eier zu Perlen. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Damit hätten wir die vier schon mal. Wenn nicht eins verschossen wird, fast sicher. So. Ähm... Und dann geht es weiter mit Haigan und einem Gong. Hier liegen immer noch mehr als drei Karten. Das heißt, wir haben ein großes Glück. Also eine Dusche. Äh... Die aber... Die ja was bringt. Doch, mir bringt sie einen Lebenspunkt. Dann hab ich 36. Und dann kannst du entscheiden, was du machst. Nämlich wahrscheinlich ein Ei. Äh... Doch, eins ist im Moment da. Die brauchen wir die überhaupt noch? Dann haben wir sicherheitshalber noch eins, wenn nachher eins verschossen wird. Also eigentlich bräuchten wir keins mehr. Hallo an alle neun. Ja, sie können dich runter und den Ofen einfeuern, oder? Nee. Du könntest runter und den Hebel umlegen. Aber in zwei Runden erst. Genau, also du könntest jetzt runter und nächste Runde den Hebel bewegen. Aber den Hebel wollte ich ja jetzt als nächstes. Aber den brauch ich eventuell gar nicht, wenn wir jetzt zwei Eier haben. Dann in zwei Runden ist es vorbei. Wir müssen noch das Wasserspiel machen und dann noch den Prellborg. Also wir müssen eigentlich alle in den Schädel. Alkofen. Um ganz sicher zu gehen, wäre es aber gut, wenn er noch ein Ei dabei unterbringt. Dann haben wir nochmal eins. Der kann die Kolbe schon fast nochmal ein verbrennen, wenn es hier runter geht. Ja, dann schleif ich noch ein Ei. Er kann ja theoretisch sogar auch dann direkt in den... Ja? Ja. Hat's geklappt? Ja. Du hattest doch gerade schon gewürfelt. Ja, stimmt. Da hat es leider nicht geklappt gehabt. Okay. Dann ist das Ei leider verbrannt und es ist ein Fledergeier geworden und es kommt kein neues. Aber du landest natürlich wie immer unten drin und machst eine Willenskraftprobe. Die habe ich immerhin bestanden. So, jetzt ist die Frage zum Schädelalkofen. Ist dann wahrscheinlich aber jetzt aktuell sinnvoller. Von da aus kann man ja notfalls auch nochmal Eier reintransportieren. Äh, Nicole kann gleich den Hebel umlegen und danach runterrutschen und den Ring ziehen. Wenn dann noch was drin liegen sollte. Bei den Hebeln kann ich dann noch hoch können. Bitte? Mit Glück müssen wir gar nicht mehr hochgehen. Ja, doch wäre sinnvoller, wenn einer hochgeht und noch ein paar Fledergeier abschießt, oder? In der Zeit ist aber schon vorbei. Ja, kommt drauf an. Wir brauchen noch ein paar Schüsse, bis wir die ganzen Molina drin haben. Dann den Prellburg. Ja, also drei Runden. Oder drei. Ja. 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 Wir können es auch versuchen, ja. Aber es schadet auch nicht, den Hebel umzulegen, oder? Gut, es kostet eine Runde. Da kriegst du, glaube ich, auch Schaden, wie wenn man Wasser spielt, oder sowas. Äh, wo ist die denn im Federnalkoven? Da wäre Dusche eher sinnvoller, wie die Hebel, finde ich, glaube ich. Ja, ja, gut, stimmt. Da kriegt man beim Hebel umlegen, kriegt man, ja. Also wir riskieren es und gehen jetzt voll auf die Eier, die da sind, rein, ja. Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir aber besser nicht den Versuch, eine zweite Kugel zu schießen, weil damit können wir uns genau die eine Kugel rausschießen, die wir brauchen. Okay. Gut. Das heißt, wer war dran? Du bist rausgeklebt und in den Schädel, ne? Genau. Ja. Und dann wechselt das Ganze zu Nicole. Nicole hört einen Gong, zieht eine Schicksalskarte, da liegen aktuell vier, das heißt das gilt noch, ist noch ein großes Glück. Das ist eine Dusche für Nicole, das bringt ihr 1W6 Lebenspunkte, das ist einer, na gut, immerhin. Wow. Damit bist du bei 36, es hilft mir, weil ich kriege auch nochmal einen, Dankeschön. Dann bin ich bei 37. Und, ähm, dann kannst du jetzt entscheiden, was du im Federnalkoven machst, nämlich rutschen, haben wir gesagt, ne? Ich denke, ich soll den Hebel ziehen. Nee, du sollst den Hebel ja nicht ziehen, bitte? Oh, sie geht duschen für großes Glück. Und etwas Heilung. Oder das. Ja, okay, okay. Also du gehst duschen. Stimmt, das geht auch noch. Okay. Dann dusche ich. Du ziehst eine Schicksalskarte. Da muss ich jetzt aber erst wieder auffüllen. Also ich gehe jetzt auch einfach mal beleidigt duschen. Heute wird irgendwie sehr auf meine Körperhygiene gehabt. Ja, das ist nicht schön. Ja, du hast sie aber auch gehen lassen, Nicole. Das ist ganz schlimm, echt. Auf dem Schiff warst einfach nicht du selbst. Mit den vielen Tieren auf engstem Raum. Du warst einfach nicht du selbst. Bist du diesen Erdnussriegel gegessen? Nein. So, was haben wir denn hier? Wir haben, da ist das große Glück. Okay, das heißt aber, es kommt direkt wieder rein. Bö, 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 bö. Du bekommst ein wie sechs Lebenspunkte. Das sind sechs. Damit bist du dann wieder voll. Und du bekommst auch nochmal einen. Ne, in dem Fall nicht. Ah. Das ist nur bei der... Großes Glück beim Gong. Und das große Glück wird wieder in den Stapel gemischt. So. Zum Glück erstreckt sich die Rutsche bis knapp unter die Höhlendecke. Falls die Talentkarte nicht auf den Federnalkoven liegt, kleben sie dorthin. Du liegst aber schon da. Das heißt, es passiert nichts. Und es geht weiter bei mir. Und ich höre einen Gong. Und ziehe eine Karte. Und das ist ein Unglück. Das heißt, es kommt ein neues Fledergeier-Ei dazu. So. Achso, aber der, der nachher den Prellwok verschiebt... Irgendeiner kriegt doch noch die Fledergeier ab. Vielleicht hat er auch den Prellwok gemacht. Von daher wäre es da eigentlich schon gut gewesen, wenn man nochmal ein paar abgeschossen hätte, ne? Das sind dann direkt zehn Schaden nochmal. Okay, aber wir wären ja zumindest auf 30 dann hochgeheilt. Ähm. Ja. Gut, also ich bin in der Grube. Ich muss eben eine Willenskraftprobe machen. Das ist ja komplett unabhängig davon. Und ich bleib noch ein bisschen da unten. Das ist grad so schön da. Und, ähm, dann ist Zephira dran. Und die hört einen Gong. Ganz ausnahmsweise mal. Und es ist ein Glück. Das heißt, die Kugel rollt. Oh, oh. Das heißt, sie ist jetzt bei der 23. Ich mach Wasserspiel. Du machst Wasserspiel. Das ist naheliegend. Nicht in die Ecke. Schäm dich. So. Ja, ja. Wo haben wir denn hier? Wo war das? 36. Okay, das passt ja. So. Ähm. Du machst also das Wasserspiel. Eine geht rüber von der 2 auf die 1. Und von der 2 auf die 3. Und du versuchst nicht noch eine zu schießen, ne? Das kann Haigern dann machen. Nächste Runde ist die Kugel ja auch noch nicht weg. Wir haben ja noch 3 Mal, dass sie weiterrollen darf. 2 Mal darf sie weiterrollen. Beim 3. Mal ist sie weg. Ja, beim 3. Mal ist sie weg. Genau, ja. Ist nur ein Glück drin. Äh, es ist 2 großes Glück, ein Glück. Kein Unglück, aber auch 2 großes Unglück. Und großes Unglück heißt, dass sie verloren geht. Also das Risiko ist wirklich relativ hoch, dass du sie wegschießt. Und dann müssen wir halt nochmal los. Ich meine, zum Weiterrollen ist nur ein Glück drin. Von daher kann sie aktuell nur einmal rollen. Ja, ja, okay, okay, ja. Korrekt. Gut. Der Haigern ist. Dann, äh, ist Haigern und der Haigern hört einen Gong. Oh. Das kommt aber unerwartet. Großes Glück. Oh, das ist natürlich doof. Das gibt zwar eine Dusche, aber die Dusche bringt mir einen Lebenspunkt. Mehr hilft die leider nicht. Dann bin ich bei 38. Haigern, du machst Wasserspiel, oder? Hm, ganz genau. Und das heißt, wir haben jetzt hier 4 Kugeln. So. Und jetzt geht es weiter bei nachher. Warte mal. Oh, wie lange, ne? Das ist aber eigentlich auch unlogisch jetzt, oder? Weil er ist jetzt immer nochmal dran. Er kann jetzt quasi direkt noch den Preibok bedienen. Also es kommt, jetzt geht weiter bei nachher. Nachdem du das Wasserspiel Rätsel gelöst hast, schiebt sich aus dem Loch im Boden eine steinernde Brücke empor, sodass die Eisenkugel nun über die Kugelbahn zur Steinplatte röhren kann. Dies würde die Steinplatte zerschmettern und euch den Weg tiefer in einen Rietholzberatenversteck öffnen. Hierzu müsst ihr die Kugel jedoch erst einmal hierher in den Schädelalkoven buxieren und danach mit Hilfe der Schädelprellbox umleiten, sodass sie ihr endgültiges Ziel erreicht. Du kannst jetzt an der Stelle zusätzlich noch warten und eben den Preibok bedienen, wenn es bei 21 bis 25 ist, ist es aktuell. Und hier stand auch noch nicht, dass die weitergegeben wird, ne. Also hier steht, liegen danach acht Marker, wir haben es ja jetzt auf vier gekürzt auf der Karte Information, so geht es weiter bei fünf nachher und dann kommt das. Also du kannst jetzt den Preibok bedienen. Und dann, das war... Mach nochmal einen Clip, äh, Queener. Ja. Oder irgendjemand im Chat. Einfach Ausrufezeichen Clip. Ähm, bup, 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 bup. Ich guck mal gerade. Schädelprellbox. Äh, du gehst zum Preibok hinüber und erkennst, dass er auf einem Drehbahn Genie angebracht ist und mit Hilfe von Kugeln gedreht werden kann. Ziehe eine Schicksalskarte. Das ist Glück. Lege eine Probe auf Wissen ab. Bei einem Erfolg wird großes Glück und bei einem Misserfolg Unglück abgehandelt. Ja. Ein Wissen, bitte. Mein Niedrigsterwert. Oh, mit fünf von acht. Geschafft, okay. Ja. Es gelingt dir, den Preibok so einzustellen, dass die Eisenkugel im richtigen Winkel davon abprallt und genau auf die Steinplatte am Ende der Kugelbahn zuhält. Mit einem ohrenbetäubenden Knall... Okay, das haben wir doch hier sicher nochmal. Äh, 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 äh. Nein, das müsste doch besser gehen. Äh, äh. Oh, ja. Ne, hier, das. Ah, das ist doch gut. Er prallt die Kugel auf, wodurch dieses zerbricht in mehrere Teile, wodurch der Weg in einen Gang dahinter frei wird. Ihr habt das Rätsel von Rietholz Höhle gelöst. Weiter bei tiefer hinein. Gut. Ja, das... Der lief jetzt ja relativ smooth, ne? Aber ich finde das so tatsächlich besser. Also jetzt, ähm, beim letzten Mal war es ja dann irgendwann nur noch... Okay, du wieder, wieder Gong, bla, bla, bla. Da wurde es irgendwann auch langweilig. Äh, ne, Eagle Wing, das ist ja eben gerade nicht... Es steht, nachdem er, äh, das ausgeführt hat, äh, steht, dass es weiter bei nachher geht und dann ist er immer noch dran tatsächlich. Deswegen haben wir gerade geklippt, weil ich nicht weiß, ob das so gedacht ist. Aber hier steht nirgendwo, dass die Startspielermarke weitergegeben wird und auch nicht, dass mit Gong weitergeht. Naja, am Ende von dem neuen Kasten steht, wichtig, deine Entscheidung gibt... Gibt es noch nicht weiter. Also am Ende von dem Kasten bei nachher steht explizit, dass es noch nicht weitergibt, erst wenn es heißt, weitergeben. Also ist es vermutlich so gewollt. Äh, ne, ne, wir waren ja bei, äh, wub, 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 beim Wasserspiel. Ja, das wird auch nicht, kann weitergeben. Beim Wasserspiel steht, entferne einen Marker von der Ressourcenkarte Ausrüstung, lege einen Marker auf die Ressourcenkarte Information, liegen danach vier Marker auf der Ressourcenkarte Information, so geht es weiter bei nachher. Und dann kommt, nachdem du das Wasserspieler jetzt gelöst hast, kommt eine Startspielerentscheidung. Ja, und am Ende der Startspielerentscheidung steht, explizit, gibt noch nicht weiter. Da steht erst, wenn es der Text auf, sich darauf aufmerksam weiterzugeben. Ja, also es ist tatsächlich so, genau, bei Wasserspiel, ja. Es ist tatsächlich so, dass es da weitergeht. Okay. Jetzt sind natürlich hier, wir hatten gerade zehn Zuschauer, sind nur noch sechs. Jetzt, wo es spannend wird, jetzt kommen wir nämlich weiter. Jetzt ist das Rätsel gelöst. Nachdem ihr Rietholz rätselnöse überwunden habt, dringt ihr tiefer in sein Piratenversteck vor. Beschwingt durch euren Erfolg, fühlt ihr euch dem Piratenschatz nun näher als jemals zuvor, und ihr seid entschlossen, euch durch nichts aufhalten zu lassen. Jeder, der behält, bekommt einen Chip. Okay. Hm, sehr schön. So. Ihr habt zwei, wir haben jeweils ein. Und zwei Plusmarken. Das heißt, aus einer Minus wird eine Plusmarke. Legt alle Ressourcenkarten ab. Die Karte Alte Sehfestung bleibt dagegen im Spiel. Okay, aber da liegt ja nichts drauf. Das war auch noch so ein Punkt, ne. Dadurch, dass wir die Kugel hatten, nicht weiterrollen lassen hatten, hatten wir da, glaube ich, sechs Marker drauf. Das hat den Kampf nochmal deutlich schwerer gemacht. Nebenbei, ihr hättet sechs bei Info. Da gab es noch einen Quartiermeister. Ja, ich habe den Quartiermeister. Ich habe allerdings, das geht ja hier auf die Ausrüstung, gemeinsame, anstrengende Informationen und verstrichene Zeit. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie passt das hierbei nicht so ganz, die einzusetzen. Also, ja, hätte ich noch machen können, aber das hatte ich beim letzten Mal schon explizit ausgenommen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man sich rein nach der Regel handeln will oder ob man noch so ein bisschen Immersion mit drin haben möchte. Aber hier ist das ja der Status quasi der Eier. Und es hat nichts mit Ausrüstung, nichts mit Anstrengung oder gemeinsame Anstrengung vielleicht noch. Nichts mit Informationen und verstrichene Zeit wäre sogar die Kugel zurückrollen lassen. Also, dann hört es komplett auf mit der Logik. Also, nicht, dass sie diese Höhle Logik hätte. Aber, naja. Ihr folgt einem verwinkelten Gang und räumt mehrere vergammelte und verstaubte Möbel aus dem Weg, um den Zugang zu einer weiteren Wendeltreppe freizulegen. Über diese Treppe steigt ihr bis auf Höhe des Meeresspiegels hinab und gelangt in eine große Höhle, die zum Teil unter Wasser liegt. Es ist ein geheimer Hafen, gerade groß genug, um einem kleinen Schoner Platz zu bieten. Genauso ein Schiff liegt hier auch gerade vor Anker. Ob dies die berüchtigte schwarze Krebs ist, das Schiff von Kapital Rietholz, könnt ihr nicht genau sagen, aber es ist von schweren Ballistatreffern und Brandspuren gezeichnet und wirkt so, als hätte es sich mit allerletzter Kraft hierher geschleppt. An Bord dieses ganz offensichtlich verfluchten Schiffes zu gehen, um es seiner Schätze zu berauben, erfordert echten Heldenmut. Nun könnt ihr zeigen, wie viel davon in euren Kochen habt. Misch die Piratenschatzkarten aus dem Abenteuer und bild daraus einen Zugstapel. Jeder Held muss nun für sich entscheiden, wie tief er sich in das Schiff hineinwagen möchte und darf demnach ein oder zwei Karten vom Beratenschatzzugstapel ziehen, aufdecken und wie üblich abwickeln. Ich merke gerade, wo habe ich denn hier die Schlussseite? Okay, dann muss ich die gleich im PDF ablesen. Die habe ich wahrscheinlich da vom Abenteuer noch draußen liegen. Also, erstmal darf ich mir raten, Schatz. Ihr könnt ja schon mal für euch überlegen, wie viele Karten ihr nehmt, während ich hier mische. Piratenschatz. Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal auch so bedingt Glück, ne? Also, ich hatte es gut Glück. Ja, ich konnte eigentlich auch nicht sagen. War jetzt nicht ideal, aber vertretbar. Ich hatte nur Schätze, keine Flüche. Stimmt, ich hatte so viel Pech. Ja, verdammt. Aus denen wurde ich angreift. Den und Toten. Aber wir haben wirklich beim letzten Durchgang einfach auch viel falsch gemacht, ne? Aber das kann natürlich so beim ersten Durchlauf mehr als passieren. Ja, und wir machen das so einfacher, weil man sich da auch besser verteilen kann. Ja, dafür muss man natürlich dann mehr von den Dingen sammeln. Aber ja, kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich mit Vieren etwas einfacher noch ist. Weil wir hatten nie einen beim Segel, wo abschießen konnte. Deswegen hat es sich immer angesammelt. Und so können wir schon anfangs jetzt weghauen einfach. Ja. Aber man muss auch überlegen, wir haben jetzt fast zwei Stunden gebraucht. Wir haben beim letzten Mal allein drei Stunden für das Weltmeister gebraucht. Und das war halt wirklich nur noch das Schema F abspielen. Eine Stunde lang. Also, da werde ich Christian sagen, machen wir es mit Heilbar. Ich hatte ja schon mal kurz ihn darauf angesprochen, dass wir hier so abgelust haben. Und das war jetzt sein Vorschlag, dann... Oder ich hatte ihm, glaube ich, vorgeschlagen, die Hälfte zu nehmen. Und das hatte er dann gemeint, ja. Könnte man so machen. Und ja, jetzt auf 30 Lebenspunkte hochheilen braucht man vielleicht tatsächlich nicht. Das ist Glückssache, wo man landet. Wir haben es jetzt hier gar nicht gebraucht. Beim letzten Mal habe ich halt die Fledergeier voll abbekommen und hatte nur noch vier Lebenspunkte. Was war dein Ö? Ja, genau. Das war... Das war... Die Fledergeier, die dann... Ich weiß nicht, was die machen. Auf einen runterkacken oder so. Das war echt hart. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, wenn einer unter 30 ist, wird er auf 30 geheilt. Gut, wäre jetzt okay gewesen. Dann hätte vielleicht jetzt einer noch Fledergeier abbekommen. Hätte dann aber zumindest noch 30 Lebenspunkte. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Nee, das ist in Ordnung. Genau. Und Kapitän Rietholz, dass der wiederkommt, halt nur in legendär. Finde ich eh gut, weil ich hasse diese... Dieses Ereignis. Das kann meinetwegen auf der legendär Karte stehen, aber sonst bitte nicht. Ist meine Meinung zumindest. Ja. So. Okay, ich habe die jetzt gut gemischt. Wer möchte wie viel? Ich fange mal an. Ich nehme tatsächlich nur eine. Ich habe Diamanten im Weidekorb. Mehrere Diamanten verborgen in einem Brustpanzer in einem Weidenkorb mit Zylitenhäuten. Du musst bei allen Talentproben zwei... Okay, haben wir gar nicht mehr im Kampf, glaube ich, ne? Zwei Würfel werfen, das jeweils schlechtere Ergebnis zählt. Fluch brechen, würfele bei beiden Würfeln zehn oder weniger. Und dann hätte ich bei Talentproben zwei Würfel, das bessere Ergebnis zählt. Okay, ich glaube, das wirkt sich im Abenteuer hier nicht mehr aus. Zephira. Ich nehme zwei. Deine erste ist die Goldene Brosche. Goldene Brosche mit einem Smaragden im Geheimfach eines Sekretärs. Ab der vierten Runde musst du zu Beginn jeder Runde eine deiner Ausdauerkarten zufällig abwerfen. Fluch brechend spiele in einer Runde deiner Wahl keine Ausdauerkarten aus. Ah, die hatte ich beim letzten Mal. Der Piraten Segen ist immer, wenn du einen Gegner ausschaltest, darfst du zusätzlich eine deiner Ausdauerkarten erholen. Das finde ich nicht schlecht. Okay, ich habe nicht. Okay, dann lege ich die mal hier zur Seite. Die zweite Karte. Der 17-karätige Opal. Beutel im Schaft eines Stiefels mit Geldstücken und einem 17-karätigen Opal. Das ist irgendwie Blödsinn, dass man den Text vorliest und dann für den Piratenfluch das Ding wieder umdrehen muss. Ich glaube, das schlage ich Christian mal vor, wenn das nachgedruckt wird, dann kann man das ja auch umdrehen. Mach mal einen Clip gerade, bitte. Piratenfluch, du darfst in der Spielvorbereitung keine der Karten austauschen. Okay, also keinen Malligen, wie das so in der Kartenszene heißt. Verzichte in deinem ersten Zug darauf, Karten zu ziehen. Also dann darfst du keine Karten ziehen, das ist der Fluch brechen. Danach, immer wenn du einen Gegner ausschaltest, darfst du zusätzlich eine Karte ziehen. Boah. Ja, das ist jetzt die Frage. Die sind beide einfach scheiße für mich. Ja, die hätte ich gerne. Die kriegen wir nicht viel und der Fluch ist einfach... Heigan, was willst du? Ich hätte gerne die beiden. Das geht nicht mehr. Das braucht mich einfach. Ich nehme zwei Piratenflüge. Okay. 30-karätiger Diamant. Ein 30-karätiger Diamant in eine Jacke eingenäht. Piratenfluch. Dein Held verliert in einem Kampf zum Beginn jeder Runde einen Lebenspunkt. Fluch brechen. Sobald dein Held 15 oder weniger Lebenspunkte besitzt, ist der Fluch gebrochen. Wobei das ja mit deinem Basilisten-Töter da eigentlich auch noch gut zusammenpasst. Und Piraten segen. Jeder von dir erlebte Schaden wird, solange du 20 oder weniger Lebenspunkte besitzt, automatisch um eins reduziert. Ah, okay. Die hatte ich schon letztens. Ja, ja, das kann mir auch bekannt sein. Genau die beiden habe ich letztens. Du hast doch erst eine. Also, ich meine... Aber die hattest du, ja. Hast du die auch selber da, oder muss ich die hier irgendwie merken? Nee, die habe ich nicht am Start, leider. Okay. Aber wenn ich unter 20 habe, wird das um einen, wird der Schaden um einen reduziert. Ja, die hattest du, ne? Edelstein verzierter Säbel. Edelstein verzierter Säbel in einer Truhe. Piratenfluch. Immer wenn ein Gegner Lebenspunkte durch einen deiner Angriffe verliert, verlierst du auch einen Lebenspunkt. Erkläre einen erfolgreichen Angriff, bei dem du insgesamt mindestens 5 Trefferpunkte verursachen würdest, nachträglich als misslungen, um den Fluch zu brechen. Und der Segen ist dann, immer wenn du einem Gegner Trefferpunkte zufügst, wird dieser um eins erhöht. Ja, okay. Nehme ich beide. Ja, musst du. Also ich muss... Naja, also um den Fluch zu brechen, brauche ich nur einen Angriff mit mindestens 5 Trefferpunkten Schaden annullieren lassen. Ja. Also selber annullieren lassen. Genau. Okay, ja, na gut, das ist ja... Ja, ja, und bis dahin ist der Fluch hier auch hilfreich, dabei auf 15 Lebenspunkte runterzukommen. Und wir wurden ja angehalten, nicht mehr von Schaden und Treffern zu reden, weil da jedes Mal durcheinander kommen. Also wir sagen jetzt, das ist Schaden und das andere ist, ähm... Eagle Wing hat es direkt... Ne, wir sollen doch Schaden und Treffer sagen. Bitte? Wir sollen gerade Treffer sagen für Abziehbar und Schaden für nicht Abziehbar. Ja, aber das klappt hier ja nicht. Deswegen... Ne, der Peter klappt es nicht, anscheinend. Eagle Wing hat ja vorgeschlagen, direkt Schaden zu sagen, ähm, von Christian. Der hatte das Problem auch schon mal lokalisiert, der hat Lebenspunkteverlust vorgeschlagen. Also wir können jetzt hier Schaden und Lebenspunkteverlust... Versuchen wir uns mal drauf zu hauen. Genau, LP-Verlust und Schaden, okay, komm mal. Ja. So, Nicole, wie viele Karten nimmst du? Ein oder zwei? Na, zwei. Das hat ja alle mutig. Schatz des leisen Hugos. Ah, ne, da habe ich nicht. Und der klingt gut. Perlenkette und Ducaten im geheimen Versteck des leisen Hugos. Alle einmaligen Karten kosten einen Punkt Ausdauer mehr als üblich. Fluch brechen. Mach zu Beginn der Runde mit der Zeitmarke 4 eines Kampfes keine erschöpften Ausdauerkarten bereit. Wow. Und danach lege drei Abenteuermarken auf die Karte. Du kannst diese Marke ablegen, um sie einmalig als Ausdauer zu verwenden. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist. Luca Mende neue Trefferpunkte und Lebenspunkte, das, ja, das haben wir, versuche ich immer, weil ich kenne das aus DSA so, aber das klappt irgendwie in beiden Runden nicht so ganz. Wir kommen da doch jedes Mal durcheinander. Und wenn man nicht aus DSA kommt, dann kennt man halt Trefferpunkte und Schaden so gar nicht. Von daher. Perlenverziertes Silberarmband. Perlenverziertes Silberarmband zwischen Tauen versteckt. Du darfst Schicksalspunkte nur nutzen, um Würfelwürfe zu wiederholen und sonst nichts. Fluch brechen. Sobald du bei einer Probe einen kritischen Patzer gewürfelt hast, setze keinen Schicksalspunkt ein, um den Wurf zu wiederholen. Dann hast du den Piratensegen. Du darfst pro Probe bis zu einem Schicksalspunkt nutzen, um das von dir erzielte Würfergebnis und bis zu drei Punkte zu senken. Also das ist quasi eine vierte Möglichkeit, einen Chip einzusetzen. Aber dafür musst du natürlich erstmal einen kritischen Misserfolg würfeln. Also nur 20. Hm. Tja. Alles nur so bedingt geil, ne? Gut. Das waren jetzt aber dann alle Piratenflüche. Und jetzt brauche ich, glaube ich, das PDF, um weiterzumachen. Äh, das PDF, das PDF. Ach so, nee, das ist hier die Rückseite von dem Plan. Das brauchen wir ja sehen nicht mehr. Ne. Ah, ja. So, jeder Held legt ein oder zwei Proben auf Körperbeherrschung. Das ist irgendwie nur Körperbeherrschung hier. Ähm. Wäre auch nochmal eine Überlegung. Soll man das nicht etwas weniger körperbeherrschungslastig machen? Mach nochmal einen Clip, bitte. War ich schon gerade dabei. So. Bestanden. Bestanden. Genau, also zwei Körperbeherrschungsproben. Je nachdem, also ihr zwei, ich muss nur eine machen, weil ich habe ja nur eine Karte gezogen. Ja, das ist natürlich ein Misserfolg. Äh, ihr habt schon? Eins, eins. Bitte? Also einen geschafft, einen nicht geschafft. Ach so, ich dachte, du hast zwei Einsen gefürfelt. Ne. Also, und Haigan? Zweimal bestanden. Nicole? Zweimal bestanden. Okay, also mit Mühe und Not erwehren sich Nicole und Haigan ihren Angreifern auf dem Weg von diesem verfluchten Schiff hinunter. Zephira schafft es auch so halb. Aber, äh, dann passiert es doch. Sie und Rowena werden bei der Flucht von Angreifern gepackten eine Weile festgehalten, bevor wir uns losreißen können. Wir legen zwei Verderbungsmarker auf die Karte Gefahr. Das heißt, zwei Gefahrenpunkte mehr, glaube ich dann, ne? Als ihr das verfluchte Beratenschiff hinter euch lasst und dem Eingang zurennt, läuft eine Schütterung durch die Meereshöhle und eine Wolke ausgerollt und Staub dringt aus dem Gang hervor, der zur Wendeltreppe führt. Euer Rückweg ist abgeschnitten. Oder vielleicht doch nicht? Eine wackelige Steganlage führt an der Felswand der Höhle hinaus, äh, entlang hinaus in Richtung Meeresbrandung. Inzwischen haben sich allerdings, ja, haben euch allerdings die untoten Piraten umzingelt und Kapitän Riedholz höchstpersönlich tritt aus ihrer Mitte hervor. Ein buckliger Hügelzwerg mit zwei Spitze auf dem Kopf, einem Walrosch, Schnauzbart und toten Augen, die euch finster anstarren. Er reitet auf einem grotesken Riesenkrebs. Nein! Als ihr genauer hinseht, erkennt ihr, dass seine untere Körperhälfte fehlt und durch den Leib eines Krebses ersetzt wurde. Es kommt zu einem Kampf. Das ist übrigens hier eher Kapitän Riedholz. Jetzt habe ich mir das Ding hier genau davor gelegt. So. Kapitän Riedholz. So. Legt alle restlichen Kapitän Riedholz-Karten Zeitskala. Zeitskala haben wir schwer, ne? Das heißt, wir beginnen mit sieben Markern, aber wir haben ja die Zeit wirkt knapp, also beginnen wir nur mit sechs Markern. Äh, ups. Falsche Richtung. Das war jetzt einer zu weit. Ah, also mit sechs. Und bei sechs passiert nichts. Das heißt, wir müssten das ja jetzt sofort auslösen, müssen wir aber nicht. Also, haben wir Glück gehabt. Damit ist die Karte aus dem Spiel. Loses Gepäck brauchen wir auch nicht mehr. Also da hatten wir wirklich Glück. Das hätte uns schwieriger treffen können hier. Allerdings ist hier, glaube ich, ein Marker runter schon, äh. Ja. Es gibt Geileres. So. Wir haben die Heldenaktion Flucht aus der Festung. Da liegen sie, äh, fünf Marker drauf. Ich mache jetzt das AM1 hier. Also Abenteuer Marker 1 auf 5. Beliebig oft durchführbar, allerdings für vier Ausdauer eine Ausweichenprobe. Erschwert um zwei. Da hätte ich immerhin auf vier. Solange Kapitän Rietholz im Spiel ist, ist die Probe sogar um vier. Erschwert, damit dürfte ich sie gar nicht ablegen. Erfolg. Entferne ein Marker von der Karte. Misserfolg. Du verliest ein W6. Äh, wie übrigens gesagt, das Problem ist, bei den Angriffen wird immer irgendwann der Begriff Schaden verwendet werden. Diese Bedeutung mit Treffer doppeln geht schnell schief. Die Regel sagt ja bereits für die andere Form Lebenspunktverlust. Ist gefühlt aber sperrig zu sagen. Ja, aber gut, irgendeinem Tod muss man sterben. Äh, hoffentlich nicht den jetzt hier im Kampf. So. Bist du, die letzten. So, ich mache jetzt hier mal gerade Platz. Also das kommt erstmal alles weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Wir dürfen alle gleich eine Karte mehr ziehen. Merkt euch das schon mal. Alle eine Karte mehr. Passt ja hier irgendwie am Meer, ne? Dass wir eine Karte mehr ziehen dürfen. Ach, ich bin heute wieder wortspielerisch drauf. Ja, genau. So. Zweitskala. Drecklich. Wir haben noch Schwierigkeitsgrad schwer. Das heißt, nur ein Drittel Lebenspunkte je Runde runterhauen. Gucken wir mal, ob wir das durchhalten gegen den Rietholz. Aber wir sagen ja, der kommt nicht wieder. Von daher, das hat beim letzten Mal... Hat das geklappt? Ne, wir sind ja gestorben. Aber wir haben ihn ja, glaube ich, einmal runtergekloppt, ne? So, der hat 40 Lebenspunkte. Quatsch, 40. 16 Lebenspunkte. 16 Lebenspunkte. Hat ausweichend 7. Hat Rüstungsschutz 3 und 4 Aktionen. Das heißt, er bekommt direkt mal den weißen Marker hier mit der 4. Und solange Kapitän Rietholz im Spiel ist, verlieren Untoteberaten nur 2 durchverfault. Das ist auch noch wichtig. So, wir haben die Heldenaktion hier oben. Da müssen wir jetzt schon überlegen, wollen wir die Heldenaktion einsetzen oder lieber nicht? Das ist wirklich gut im Ausweichen. Bitte? Ich bin da nicht gut im Ausweichen, von daher... Ah, hier steht sogar Anzahl Helden plus 1 Marker. Also, wir müssen sogar 6 Marker daran aufliegen. So, 6 Marker. Das heißt, wir müssen 6 Mal ausweichen auf Ausweichen. Plus 2 oder wenn Rietholz im Spiel ist, sogar plus 6. Oder ist das insgesamt 4? Das muss ich gerade nochmal lesen. Ne, um 4 ist schwer. Also um 2 oder um 4. Also nicht um 6. Aber trotzdem. Dann müsste ich anfangs auf 2 würfeln und danach auf 4. 4 Ausdauer. Für die Piratenschatzkörperverschungsproben wäre eventuell Willenskraft als Einsatz geeignet. Freut die Büro nie. Ja, macht vielleicht auch mehr Sinn. Willenskraft ist allerdings ja auch in der Höhle schon. Andere Dinge kommen dann gar nicht. Handwerk, Wissen, Heimlichkeit wäre auch auf dem Schiff durchaus angebracht. Ja. Genau. Ihr seid erfolgreich, wenn ihr alle Gegner besiegt habt oder alle Marker von der Karte Flucht aus der Festung abgelegt. Belohnungskarten in Höhe der von euch gezogenen Piratenschatzkarten. Das heißt, es sind 7 Belohnungskarten, die wir bekommen können. Ja, aber soweit muss es erstmal kommen. So, wir brauchen Anzahl 5 mal Anzahl Helden. Also 20 Gefahrenwert. Nicht Anzahl Gefahrenwert. Plus 2. Also 22 Gefahrenwert. Danach kommt die Karte weg. Ach, du warst weg. Sorry. Gar nicht mitbekommen. Ich habe gar nicht mehr in die Richtung geguckt. So. Was hast du verpasst? Während ich dich hier einbinde. Nicht viel. Ich glaube, unsere Diskussion mit anderen Talentproben und so weiter. So, da bist du wieder. Genau, also Gefahrenwert 22. Untote Piraten. Muss ich jetzt hier rausziehen. Das kriege ich immer hin. Auch hier würde ich sagen, wir machen wieder so. Ach nee, hier ist es ja etwas anders. Ich mische jetzt alle untoten Piraten nur einmal rein. Ich habe die teilweise doppelt hier drin. Das macht ja keinen Sinn. Und die einfachen, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, die kommen dann halt gegebenenfalls häufiger vor. Das sind die Kopflose. Da ist schon mal kein Pirat dabei. Ah, da sind sie ja. Ich habe hier noch etwas. Orks, Orks, Orks. Da fängt es an. Wir haben also einen Eisenstärz im Stapel. Wir haben den blutigen Martin. Den Kala-Dieter, Tampenbrunner, Schlitz, Zackennase. Zackennase. Blutige Martin hatte ich schon. Der kommt nicht nochmal rein. Hörnloser Zombie-Pirat, so heißen sie. Tampenbrunner hatten wir schon. Hörnloser Zombie-Raten. Kala-Dieter, Blutteskelett. Und den leisen Hugo hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ne, der leise Hugo fehlt noch. Zackennase hatten wir. Eisenstärz hatten wir. Noch mehr Hörnloser Zombie-Piraten. Ach, das Bilgenschwein gibt es noch. Das Bilgenschwein gibt es noch. Oh, oh. Man hat dich geradet. Ui. Hallo. Denryu. Ach, Gerrit. Du bist es. Mein Bruder. Hallo. Wer ist denn Denryu? Den scheine ich auch zu kennen. Wenn er meinen Namen kennt. Ne, achso. Björn. Kenne ich einen Björn. Also ich kenne Björns, aber ich weiß nicht, ob ich einen Björn als Freund von meinem Bruder kenne. Aber herzlich willkommen. Ja, wir spielen wieder mal Aventuria und sind jetzt gerade am Kampfbeginn. Das heißt, jetzt fängt die Action an. Ihr seid also genau richtig gekommen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir ihn schon mal gesehen haben. So. Wir ziehen einmal Schlitz. Der erste Gegner. Der erste Zombie-Pirat. Wir ziehen einen Hirnlosen-Zombie-Piraten. Für... Achso. Für 5 wird 8. Das Bilgenschwein ist mit dabei. Für 5. Dann sind wir bei 13. Hirnloser-Zombie-Pirat. Für 3 sind wir bei 16. Skelett. Wo kommst du denn her? Der Karle-Dieter. Für 7. Sind wir bei 24, ne? Dann sind wir schon drüber. 20, 3... 23. Sind wir trotzdem drüber. Sind wir trotzdem drüber. Wir brauchen 22. Genau. So. Dann... Denkt an eure Piratenflüche. An die Minusmarker. Ah, Plusmarker. Wir haben jemals einen Plusmarker. Also wir dürfen jeweils 6 Karten ziehen. Ne, wir haben doch Minusmarker. Ja, aber es kamen ja noch 2 Plusmarker dazu. So. Ich muss Talent proben. Talent proben haben wir eh nicht. Das heißt, ich kann meinen Piratenflug schon mal zur Seite legen. Ähm... Gerade nochmal. Zephira hat... Du musst bei Marker 4 eine Ausdauerkarte zufällig ab. Bis zu jeder. Ab Marker 4? Ach, ab Marker 4, ja. Beim Trechen darf ich in einer Runde keine Ausdauer auslegen. Genau, die lege ich mal hier oben hin. Und der andere sagt, ich muss im ersten Zug drauf verzichten, überhaupt Karten zu ziehen. Genau. Willst du das machen? Darum... Ich mache im ersten Runde einfach gar nichts. Und dann sind beide Flüge gebrochen. Auch so einen guten Eindruck natürlich, gell? Ja. Ja. Genau. Wenn ich weder Karten ziehen, noch Ausdauer auf sich, sind beide gebrochen. Ja. Willst du das machen? Ja. Okay. Dann dreh ich die schon mal auf Plus. So, dann hatten wir den Haigarn. Der hatte seinen Lebenspunktverlust. Da kann ich mich schon mal einen abziehen. Für die erste Runde. Dann bist du nur noch bei 39. Äh... Du kannst mir noch zwei abziehen, weil ich habe eine Narbe gezogen. Okay. Äh... E-Wing, die Zeitmarke hat man schon abgezogen. Das sind normalerweise sieben. Genau, ich hatte schon eine abgezogen. Aber danke für den Hinweis. So, das sind Haigarns Karten und Nicoles Karten waren... Alle einmaligen Karten kosten einen Punkt mehr. Und du darfst Chips nur nutzen, um Würfel, Würfel zu wiederholen. Und die eine Karte kann zu brechen. Mache zu Beginn der Runde mit der Nummer 4 eines Kampfes keine erschöpften Ausdauerkarten bereit. Das wäre sogar schon die übernächste dann. Und sobald bei einer Probe und kriegst der Patzer gewürfelt wird, setze kein Chip ein, um den Würfel zu wiederholen. Gut, dann sechs Karten ziehen. Gegebenenfalls einen maligen machen und dann zwei Karten nachziehen. Außer Zephira. Die macht nichts davon, die zieht nur fünf Karten. Wenn ihr Fragen im Chat habt, was wir hier so machen und wie es geht, sagt Bescheid. Das ist einfach das schwarze Auge als Kartenspiel. Wir sind jetzt hier gerade gegen Kapitän Rietholz und seine Zombie-Piraten. Haben ein Rätsel gelöst, was ziemlich aufwendig war. Und... Ah, danke fürs Folgen, Dendrio. Und... Genau. Jetzt müssen wir die Piraten vermobben. Wir können auch fliehen, aber wir haben uns, glaube ich, entschieden, das... Macht, glaube ich, keinen Sinn, ne? Und wo es geht, sich muss vernichtet werden. Ja, das sagt die Buruni. Die Geweihte des Totengottes. Ja. Achso, wir haben noch eine Sonderbedingung beim Bildenschwein. Solange mindestens ein Bildenschwein am Kampf teilnimmt, sind die Talentproben aller Helden um zwei Schwert. Gut, aber hier haben wir keine Talentproben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Karten. Unsichtbarkeitstrunk, den werfe ich doch direkt wieder rein. Ich habe eine Narbe Schmerz gezogen. Die mische ich auch wieder rein. Das geht übrigens auch, ne? Also man muss die Karten... Äh, die Nachteilskarten nicht auf der ersten Hand ausspielen. Ist das die aktuelle Regel? Ich komme immer so durcheinander, was gerade für eine aktuelle Regel gilt. Äh, Eagle Wing wird das wissen. Darf ich hier von der ersten Hand, ähm... Die, äh, Nachteilskarte auch abschmeißen. So, Glücksgriff. Puh, die kann schon sehr viel wert sein, ne? Ein Ja ist aktuell und Andres sollte okay sein. Ja, ne? Dann ist das keine, äh, keine Regeländerung. Hexengalle oder Hexenkrallen. Ja, dann mache ich natürlich die Hexengalle. Ja. Da brauche ich auch noch irgendwas, was ich zur Ausdauer machen kann. Okay, das ist jetzt der Overkill. Jetzt habe ich vier Waffen auf der Hand bei sechs Karten und das bei der Hexe. Okay. Dann mische ich die rein und ziehe zwei. Also ein Attribut ist doppelt, also du kannst da was abwerfen. Ja, ja, genau. Also die Wurfmesser, die werden auf jeden Fall schon mal zur Ausdauer. So, hier hat ja keiner der Hand, der ausgespielte Karten klaut oder so, ne? Ach ja, stimmt. Da kann ja sein, dass man Piratenschatzkarten abschmeißen muss. Das kann ja auch noch passieren, ne? Also, dass man die tatsächlich loswirkt, weil der Kapitän Rietholz die einem klaut. Ach so, stimmt. Also gegebenenfalls muss man sie gar nicht, äh, den Fluch lösen. Ach ja, ich hatte ja noch die Piratenschatzkarte, die uns einen zusätzlichen Abenteuerpunkt gebracht hätte am Ende, wenn wir den Kampf gewonnen hätten. Ja, wenn es, es wurde eben gesagt, dass nur der, der die Schatz hat, das bekommt. Ja, das war meine Meinung. Meine nicht. Ich glaube, beim Schiff der verlorenen Seelehammer ist es auch anders gemacht. Oh, ich habe den Hexenbesen gezogen. Jetzt habe ich fünf von sieben Karten auf der Hand. Äh, sind Waffen. Okay. Jetzt wird's spannend. Äh, Startspieler ist aber jetzt nicht mehr Heiger, dass es jetzt nicht... Doch. Ach so, stimmt. Das ist auch nicht gewechselt. Ich wurde nie gesagt, dass er wechselt. Ja, stimmt. Hm. Okay, dann wird... Da, 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 da... Darf ich, oder? Äh, ja, ich warte, ich gucke gerade noch, was ich abwerfe. Äh, ich habe mal eine Frage an euch in den Chat. Äh, mein Heldentitel, das vergesse ich immer, war der aktiviert oder nicht aktiviert? Äh, hatten wir nicht irgendwo, dass der Heldentitel, äh, quasi immer... Nee, bei dem nicht. Ist aktiv bei Eagle Wing. Wenn eigentlich ist es drauf, auch bei dem halt nicht. Also Eagle Wing sagt, ist aktiv. Wenn Eagle Wing das sagt, der hat das Video, glaube ich, gerade erst geguckt. Ah, nee, der hat ja die Beta-Kampagne geguckt. Gut. Also, ich habe mich für den Ausdauer entschieden. Äh, mein Karten-Neuziehen war ähnlich erfolgreich wie deins. Ich habe einfach nur die guten Karten jetzt auf die Hände gekriegt. Naja. Ich gieße mir Wasser ein, nicht, dass hier jemand was Falsches denkt. Wir hatten heute genug Wasserspiele. Genau. Erst ins Welle-Paradies und dann mit Wasserspielen weiter am Akkrieg. Ja. Gut. Ah, okay, also Eagle Wing sagt, zu Abenteuerbeginn sind alle Titeleinsatzbereit, ist seine Meinung. Auch der Pasilis-Kontille war bei den anderen Schlitts drauf, dass sie aktiv werden beim Abenteuer. Bei dem nicht. Bei dem Schlitts nicht, ja. Andererseits, wie soll man sich das immer merken, ne? Das ist auch schwierig. Aufschreiben. Ja. Noch mehr Papierkreis. Aber die ist halt auch so extrem übermächtig, ne? Die ist schon ziemlich overpaced, die Karte. Na gut. Dafür hat er sein Leben riskiert. Ähm. Ihr habt mein Ziel riskiert. Ich hab's riskiert. Schieß los. Alles klar. Ich lege nur meine Narbe in die Ausdauer. Mhm. Und ich fange dann direkt mit einem Wurfmesserangriff auf den Herrn ganz rechts an. Warum gerade den? Also soll man mal überlegen, wir sind... Wir erkennen's grad nicht. Wir hatten jetzt die bessere Rüste und die schlechtere Rüste. Achso, ich leg noch Lebenspunkte drauf. Warte mal. Wir hatten die schlechteste Rüste, Hunde, Jungs. Das Bilgenschwein. Tatsächlich. Das hat null. Kann das ausweichen? Äh, nö. Oh, dann nehm ich das Bilgenschwein. Du Sau. Ja, na, ich muss irgendwie meinen Schaden irgendwie... Nein, nein, alles gut. Das Bilgenschwein ist auch ein Gegner. Ja. Fernkampf trifft. Bitte fünf, bitte fünf, bitte fünf. Ach. Ja. Ich annulliere meinen Angriff mit meinen Maximalpunkten von sechs. Und der Piratenschatzfluch ist gebrochen. Und ich will das richtig erinnern. So, das heißt, du hast jetzt den Piratensegen, immer wenn du einen Gegner Trefferpunkte zufügst, äh, Schaden zufügst, wird dieser um eins erhöht. Also machst du jetzt immer einen Schaden mehr. Das ist ja schon mal... Das ist sogar zwei Schaden mehr, weil ich ja die Spezialfähigkeit Jäger der Gesetzlosen habe. Bei Piraten und Dieben, Schlagwort Pirat und Dieb, mache ich einen Schaden oder einen Trefferpunkt mehr. Okay, also immer plus zwei. Die rechnest du dann immer schon ein, ne, automatisch? Ich versuche es, ja. Okay, okay. Sonst, äh... Das war's denn bei mir. Dann, äh, Nicole, du bist. Ja, lohnt da irgendwas schon, wo man so richtig draufhauen kann? Nö, also... Je nachdem, wie viele Trefferpunkte du machst, ähm... Wir dürfen Rietholz ja schon angreifen, ne? Wir dürfen eben aber maximal ein Drittel wegnehmen, das heißt von 16 maximal 5. Also dürfen wir... Was hat der denn an Rüstung? ...11 runterhauen. Äh, der hat Rüstung 3 und ausweichend 7. Das hier ist die maximale Zahl, die er... Äh, die minimale Zahl, die er haben muss nach der Runde. Kann man jetzt zwar nur bedingt lesen von euch, aber... Ja, aber dann, äh, mach ich nur einen Hubusat-Fußfeger gegen ihn. Das wäre ein Nahkampfangriff. Mhm. Der mit 10 gelungen ist. Der versucht auszuweichen. Ne, wenn er 14 schafft, er das nicht. So, der macht 2W6. Worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Schaden. Schaden. Und bei einem Pasch nochmal 1W6 extra. Okay. Ne, sind nur 8. Also 8 Schaden minus 3 sind 5 Lebenspunktverlust. So, das heißt... Äh... Er hat noch 11 und das ist... Genau, mehr kann er diese Runde nicht verlieren. Ähm... Hypothetisch kann... Ich hab ja eben jede Menge Steine im Kopf gekriegt und davon könnte ich noch einen werfen, weil meine Grundattacke kostet ja keine Ausdauer. Das machst du ja so aufs Bildenschwein oder wo drauf? Ja, macht Sinn, ne? Wenn es keine Rüstung hat. Ja, wobei, ich überlege gerade. Also, das hat übler Geruch. Äh, kann man mit Willenskraft noch bekämpfen bei 1 bis 13, ansonsten kriegt man direkt einen Lebenspunktverlust. Allerdings ist es ja auch übermäßig stark, ähm, dadurch, dass es eben noch die Talentproben erschwert, was hier in dem Kampf gar nicht zieht. Das heißt, es ist eigentlich also für die 5 Punkte, oder 5 Punkte sind eigentlich zu teuer in diesem Kampf, würde ich sagen. Weil es einfach eine komplette Fähigkeit verliert, dadurch, dass keine Talentproben gespielt werden. Ja, was hat denn keine Rüstung davon, weil... Ne, das ist nur das Bildenschwein, dann geh aufs Bildenschwein. Macht ja nun mal 3 fix. Ja. Ähm, hab ich sowieso nicht. Mit einer 19 ist wohl ehrlich. Okay, da kriegst du ein Chip. Achso, genau. Denkt an eure Chips, ne? Ihr habt jetzt hier 1, 2, 3 Chips. Willst du damit noch irgendwas machen? Ja. Ja, ich setz einen ein, einfach um eine Karte zu ziehen, damit wieder was im Pool ist. Ah, nee, kann ich gar nicht, oder? Nehmt euch mal den Chat wieder ein, hier. Den kannst du wiederholen. Kann ich gar nicht. Ich kann ja nur Würfe wiederholen. Was wolltest du wiederholen? Nein, ich wollte für den Schicksalspunkt eine Karte ziehen. Ja, das kannst du ja machen. Achso, ah, nee. Nein, ich nicht. Ja, ja, du hast den Piratenflug. Ich hab, äh, richtig. Ja, 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 ja. Ich kann quasi nur Würfe wiederholen im Moment. Wolltest du denn den Wurf wiederholen, anstatt, aber das bringt eigentlich auch nichts bei uns. Ja, wollte ich gerade sagen, wie du eben gesagt hast. Aber du darfst ja nicht nur deine, das heißt, du darfst auch unsere Würfelwürfe wiederholen. Dafür macht's dann ja vielleicht Sinn. So legen wir es mal aus. Hier steht nur, äh, um Würfelwürfe zu wiederholen, sonst nichts. Da steht aber nicht nur deine eigene. Gut. Ja, klingt gut. Dann, äh, bin ich dran, ne? All right. Achso, sag du immer, wenn ich auf deine Kamera umschalten soll. Jetzt natürlich zu spät dafür. Alles gut. So, jetzt möchte ich mal gerade überlegen, was hier in der ersten Runde richtig Sinn ergibt. Also eine 1 bis 7 darf ich einmalig ohne Auswirkung verpuffen lassen. Die lege ich mir hier schon mal bereit. Die kann ich nämlich jederzeit für 0 spielen. Das heißt, das ist komplett unabhängig von dem, was ich mache. Ich könnte jetzt... Das könnte ich machen. Das könnte ich machen. Das macht noch keinen Sinn. Ja, dann mache ich das so. Ich spiele meinen Hexenbesen für 1 und greife mit dem Hexenbesen für 1 das Bildenschwein an. Das ist ein Nahkampfangriff. Da habe ich nur 8. Äh, 16. So, das heißt, ich kriege ein Chip. Oder du kannst wiederholen. Ja, ich überlege gerade, was besser ist. Also ich habe eh nur 8, ne? Ich glaube, ich nehme den... Aber es sind eh so viele Chips gerade im Spiel, ne? Deswegen sage ich ja, nimm doch einen Chip von mir zum Wiederholen. Okay. Aber nur einmal. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Okay. Aber es klappt. Sehr gut. Das war ja auch mein Schicksal. Das ist 4 plus 1 sind 5. 5 Treffer sind 5 Schaden. Dann hat es noch 12. Dann können wir da mal ein W-12 draus machen. So. Habe ich eingesetzt. Und, ähm... Dann setze ich nämlich jetzt meinen Chip ein. Und greife mit meinem Radau an. Weil mein Radau hat, weil ich mit dem Hexenbesen angegriffen habe, plus 2. Also 1 W-6 plus 2. Und, ähm... Ja, komm. Ich gehe nochmal aufs Bilgenschwein. Da habe ich jetzt 13. Das ist auch gelungen. Das ist 1 W-6 plus 2. Sind 8 Treffer, sind 8 Schaden. Hat es noch 4. Dann kann man jetzt schon zum W-6-Würf wechseln. Dann habe ich aber meinen Chip eingesetzt. Der muss weg. Und dann kann Zephira... Ich kann Dinge tun. Genau. Du kannst das Bilgenschwein erledigen. Unter anderem... Zum einen... Tue ich erstmal meine... Ich habe mich auf den Kampf vorbereitet durch unseren Traum. Ich wusste, dass es dir gegen Untote geht. Da mache ich mein Untotenkenntnis aufgefrischt für 0. Und spiele es für 0 aus. Das heißt, alle meine... Angriffsproben sind um 2 erleichtert gegen Untote. Ja. Dann gilt das für alle Gegner. Aber wir haben ja nur Untote im Spiel. Und, ja... Ich greife das Bilgenschwein für meinen Schicksalspunkt an. Und plage es mit Albträumen. Und würde treffen. Das arme Schwein. Das kann ich ausweichen. Machst du mindestens 4 Schaden damit? Äh... Wenn ich eine 3 würfel? Dann würfel man eine 3. Ja, mache ich auch. Dann... War... War es das mit dem Schweinchen? Und ich kriege einen Schicksalspunkt zurück. Und auch eine Karte ziehen. Hast du den Chip gerade eingesetzt? Ja, für den Angriff. Also bleib so. Okay, kriegst du. Und eine Karte ziehen. Ich durfte eine Karte ziehen durch meinen Piratensägen. Achso, äh... Du hast... Tch, 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 tch... Genau. 17 Karte Kreative Noval. Und du darfst eine Ausdauerkarte erholen. Eine Ausdauerkarte bereit machen. Habe ich aber keine. Okay, stimmt. Ja. Okay, das lief ja gar nicht mal so schlecht. Damit bist du aber dann durch, ne? Oder machst du mit dem Chip noch was? Nee, den spare ich mir auf. Alright, dann sind die Gegner dran. Kapitän Rietholz. Seine ersten Aktion. Hat einer 10. Der Pirate rechts von Kapitän Rietholz erhält eine Aktion mehr. Das heißt, der hat jetzt zwei. Oh, der... Karl-Editha hat eh schon zwei. Dann lege ich ihm das auch direkt mal da hin. Okay, aus. So. Da haben wir noch einen Würfel mit einer. Zwei. So, das war die erste Aktion. Die zweite Aktion. Eine Drei. Der Held mit den meisten Schicksalspunkten verliert einen Schicksalspunkt. Das ist Haigern bei Gerade oder Nicole bei Ungerade? Das ist Haigern. Haigern verliert einen Schicksalspunkt. Jawohl. Du musst das. Dann haben wir die dritte Aktion. Ups. So, jetzt aber. Eine 9. Der Pirat rechts erhält noch eine Aktion. Also hat er jetzt drei, der Schlitz. Und letzte Aktion. Eine 4. Der erhält mit den meisten Piratenschatzkarten. Muss eine Piratenschatzkarte oder eine Ausdauerkarte abwerfen. Das seid ihr drei. Deswegen mache ich jetzt mal 1, 2 C4er. 3, 4 Haigern. 5, 6. Das ist Haigern. Piratenschatzkarte abwerfen. Oder Ausdauerkarte? Ausdauerkarte. Okay. Das heißt, ihr kommt auf die Ablage dann. Damit ist er durch. Dann hat der Schlitz drei Aktionen. Erste Aktion vom Schlitz. 1, 8. Zu für der Gehälte. 1, 6 plus 3. Oh. Also es sind auf jeden Fall schon mal 8 Trefferpunkte für... Nicole. Einmal ausweichen, bitte. Na, sicher doch. Mit 18, äh, nein. Das ist nicht ganz gelungen. Du hast auch noch keine Rüstung, ne? Nein. Also volle 8 Schaden. Dann bist du bei 32. Zweite Aktion vom Schlitz. Oh. Das ist eine 9. Und ich wechsle mal hier wieder rüber. Genau. Eine 9 ist das gleiche nochmal. Zufälliger Held. Erhält 5, äh, 6 Trefferpunkte. Das bin ich. Ich versuche auszuweichen. Das gelingt mir nicht. Dann kriege ich auch 6 Schaden. Ich habe nämlich auch noch keine Rüstung. Dann bin ich bei 32. Und dann die dritte Aktion vom Schlitz. Eine 15 brüllt ein Piratenfluch. Arrrr. Dann ist der hirnlose Zombiepirat dran. Eine 5. Held nach Wahl der Spieler. 1, 6 plus 2. Kann ich nehmen. Ja? Wird ich nehmen. Okay, ja. Dann nimmt Heigarn. Okay. Also 4 Trefferpunkte Heigarn. Einmal ausweichen. Mh. Nö. Also 4 Schaden, ne? Du hast auch noch nichts zum Abfangen. Nein. Dann bist du bei 33. Hätte ich auch nicht benutzt. Okay. Dann kommt der nächste hirnlose Zombiepirat. Stimmt. Du willst herunter auf 15 Leben, ne? Auf 15. Ja. Ein Held nach Wahl der Spieler. Du auch wieder? Ja. Ein W6 plus 2 sind wieder 4. Also ja sind's und nein, nicht ausgewiesen. Dann bist du bei 29. Und dann der Karle Dieter mit zwei Aktionen. Die erste Aktion ist eine 20. Der Scher gefoult, verliert aber nur 2 waren's, ne? Und danach verfällt die zweite Aktion. Das ist nett von ihm. Da hat er noch 13 Lebenspunkte. Nettere wäre es gewesen, wenn ich noch zweimal gefoult wäre. Äh, das wäre noch cooler gewesen, ja. Aber das war nicht. Ich kann mal grad hier... Wir haben den Platz, ja? Meine Mathe noch etwas mehr ins... So. Dann sieht man noch ein bisschen mehr. Mach ich doch den Chat grad nochmal aus. Da ist eh grad nicht so viel los. So. Dann sind wir bei der Zeitskala und gehen auf 5 runter. Bei 5. Zieht einen weiteren Schergen vom Stapel und legt ihn an die Gegnerreihe an. Und dies ist... Oh, Tampenbruno. Der nette Herr hier mit 20 Lebenspunkten. Was muss man eigentlich schaffen? Alle weghauen. Alle. Oder halt gut ausweichen und fliehen. Aber wir waren ja zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich keine große Option ist. Nee. Also müssen wir alle weghauen. Ja, erstens an Kitos-Reißung 4 Schwert sind, danach um 2. Ja, also wir setzen alles auf Waffengewalt. Waffen geht um die Ehre. Und Essen und Tote, die müssen weg. Oh Gott, stimmt. Wir haben ja so eine Boroni dabei. So, der ist wieder auf eine Aktion. Wir hatten sonst nichts, was bei Aktion 5 passiert, ne? Nö. Der darf jetzt auf 6 runtergehauen werden. So, das heißt, wir machen Startspieler, ist dann die Nicole. Wir machen alle Karten bereit und ziehen 2 neue. Oder 2 erste. Und ich habe meine Narbe gezogen. Oh. Ich darf nur einen Angriff machen. Ich habe eh nur einen, von daher. Und die Karte kommt in die Ablage. Mhm. Da ist das Stimme daran. Ja, 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 ja. Ich darf nur einen Angriff auf. Ja, ich darf auch. Ah, die kann schon nett sein, ne? Ach, scheiße, ich hätte ja 1 bis 7 einmal noch abwehren können. Da muss ich auch mal dran denken, das zu machen, ne? Nächste Runde. Die Karte verfällt ja nicht. Ah, die haben eh alle nur eine Rüstung, ne? Außer Kapitän Rietholz. Ah, das ist schon... Ah, das ist schon... Ah, das ist schon... Ah, das ist schon... Vielen Dank. Vielen Dank. Ach komm, so. Ich wäre soweit. Ich bin auch soweit. Jep. Allzeit bereit. Dann Nicole. Würdest du mir mal bitte zwei Lebenspunkte abziehen? Ich habe eine Marbe gezogen. Ja, und du verließt noch einen dritten, ne? Ach nee, Quatsch. Keine Lebenspunkte. Meine Talentproben misslegen automatisch. Aber du verließt einen Lebenspunkt. Ja, den verliere ich ja. Da bist du bei 28. Wir haben... Diego, wir haben auf keinen gewartet. Wir haben darauf gewartet, dass alle bereit sind. So. Pass auf dich. Kann sein, ja. Also ich war noch nicht bereit. Ich habe noch eine Weile gebraucht. Ich spiele den Kettenstab für zwei. Und führe dann noch direkt einen Angriff mit dem Maus. Du guckst Nicole unter Drocks. Schäm dich. Pfui, bach. Ja, wo ist sie? Wo stört sie weniger? Das ist ein Nahkampfangriff. Auf wen? Wieder auf den Ritholz. Der Ritholz kann ausweichen, ne? Ja. Okay, das ist sehr schön. Mit zwölf ist das gerade so gelungen. Mhm. Dann versuch der auszuweichen. Das gelingt auch. Nein! Wie viel machst du? Oh! Ah, verdammt. Wie viel Trefferpunkte machst du? Ein wie sechs plus zwei. Okay. Sechs. Also drei, dann ist es genau in der Rüstung steckend geblieben. Hä? Wie viel Rüstung hat der? Drei. Ach so, ja, der ist ja ausgewischen. Ja. Doof. What else? Ach so. Ich kann ja immer noch... Der Wurfstein kostet mich ja nichts. Ist da irgendwas, wo ich mit drei Schaden überhaupt durchkomme? Äh, ja, alle anderen haben nur eine Rüstung. Okay. Dann schmeiße ich einen von denen in den Stein deinen Kopf. Äh, nein. Tendenziell eher nicht. Ich nehme dann den Schicksalspunkt. Mhm. Dann bist du wieder bei drei. Ja, die werde ich jetzt gleich brauchen. Okay. Dann bin ich dran. Gut. Äh, ich habe mich doch gerade nochmal umentschieden. Ich mache doch nur zwei Karten zur Ausdauer. Die eine Karte will ich nicht. Äh, ich setze mein... Darfst du nur zwei zur Ausdauer machen? Bitte? Darfst du auch nur zwei zur Ausdauer machen? Ich habe aber nur eine zur Ausdauer gemacht. Oh. Ah. Was habe ich gesagt? Doch nur zwei. Achso. Oh, nee. Ich meinte doch nur eine. Äh, ich setze meinen Glücksgriff ein. Durchsuche meinen Zugstapel. Nach einer Karte meiner Wahl und nehme die auf die Hand. Hm. Muss ich mal gerade gucken, ob hier vielleicht sogar noch was Besseres ist, als ich dachte. Nee. Eine Narbe schmerzt. Die nehme ich auf die Hand. Äh, heilen brauchen wir noch nicht. Also, eigentlich blöd, ne? Eigentlich... Eigentlich hätte ich, äh... Wenn ich sage, ich nehme den Pandemonium, dann hätte ich die Hexenkrallen zur Ausdauer machen können. Aber eigentlich wollte ich Alvinia haben. Und ich glaube, die nehme ich auch. Ja. Nehme Alvinia. Und mische meinen Stapel. Pandemonium ist mir jetzt eh noch zu teuer. Alvinia. So, ein Ausdauer hat mich das gekostet. So, zwei Ausdauer habe ich noch. Und da es dann keinen Sinn macht, ja... Oder... Das kostet mich aber auch einen Ausdauer. Ich habe keinen Chip. Ne, mache ich das nächste Runde. Dann mache ich jetzt zwei Angriffe. Also, Alvinia auf die Hand. Äh, ich mache zwei Angriffe. Erstmal wieder mit meinem Hexenbesen greife ich an... Mit dem Hexenbesen greife ich mal an den Schlitz. Weil der kriegt immer die Extra-Aktion und das will ich nicht. Der muss dann... Aber wenn du weg bist, kriegt halt ein Hirnloser Zombie-Pirate extra. Genau. Der sollte ich aber lieber haben als Schlitz. Aber ich habe eh nicht getroffen. Das heißt, ich kriege einen Chip. So, das war für die erste Ausdauer. Ich habe jetzt aber plus zwei auf meinen Standard-Angriff, weil ich mit dem Hexenbesen angegriffen habe. Das heißt, ich kann jetzt nochmal auf den Riedholz... ...einen Angriff mit dem... ... äh, Radau machen. Der gelingt. Und das sind dann sechs Trefferpunkte. Und... Boah, der weicht aus, die Sau. Die Sau. Okay, dann sind es genau drei. Das geht in die Rüstung. So. Und ich habe noch einen Chip. Den verwahre ich mir aber für die nächste Runde. Oder halt für eine Attacke von euch. Äh, ja, dann bin ich durch. C4, weil du bist dran. Ja, für einen Schicksalspunkt greife ich dann auch Schlitz an. Damit der Albträumt bekommt. Für einen Schicksalspunkt? Ne, für eine Ausdauer. Achso, du hast für einen Schicksalspunkt gehört. Oh, ich meine die Ausdauer. Okay. Habe ich zumindest... ...meine ich verstanden, ja. Den Schlitz, ja? Okay. Und... Er würde... ...fünf Trefferpunkte bekommen. Fünf Schaden? Fünf Schaden. Äh, er kann nicht ausweichen. Er hat eine Rüstung, also vier Lebenspunktverlust auf 14 runter. Äh... So. Ja. Für meinen Schicksalspunkt spiele ich dann auch meinen Grafslegen aus. Der Automot hat zugeschlagen. Eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Behinderung. Luca Mendo hat geschrieben, der Kapitän ist aber auch ein zäher Hund. Okay, also das finde ich auch. Das muss man, äh... Muss man hier... Das geht so nicht, Luca. Der Kapitän... Der Kapitän ist ein zäher Hund, darf man nicht sagen. So, habe ich natürlich reingeschaut. Okay. Ja, mein Schicksalspunkt ist vielleicht, dafür habe ich meinen Grabsägen draußen. Okay. Oh, nee, das war meine. So. Dann ist Haigern dran. Dann ist Haigern dran, sehr schön. Ähm... Haigern hat einfach zu teure Karten auf der Hand. Ja. So ist das normal, ne? Aber dank meiner Aufgewährung, dank meiner Heldenkarte auf Level 3, darf ich als Standardangriff sowohl einen Nahkampf als auch einen Herrenkampfangriff durchführen. Mhm. Das würde ich gern auf den 10, auf den... Wie viel Rüstung hat, äh, Kretolz? Der 3. Ah, nee, der nicht. Der geht auf Schlitzerns. Ja, der... Okay. Einmal bestanden. Das macht... 5 Trefferpunkte. Jetzt sagt ihr alle Trefferpunkte. Naja, was denn? Äh, Schaden. Äh, minus 1 sind dann 3 Lebenspunktverlust. Dann ist er noch auf 11. Was? 4. Ich habe da 5. 5. Ich habe einmal bei Pirates und einmal durch den Piratenschatz habe ich 3 plus 2 Schicksal. Also 5 minus 1 sind 4 Lebenspunktverlust. Okay. 5 minus 1 sind Lebenspunktverlust. Genau. Und dann versuche ich... Das heißt, er ist auf 10 runter, ne? Jetzt... Warte, bevor du umdrehst. Jetzt nochmal meinen Fernkampf. Der ist auch bestanden. Das sind 8. 8 minus 1 macht 7 Lebenspunkte plus. Okay, dann hat er noch 3. Und das war's dann. Das war doch schon mal gut. Bei mir. Ähm, dann sind wir durch, ne? Ja. Wenn der Diorwig hat, noch eine Anmerkung. Heigan bekommt nicht 2 Attacken. Die Heldenkarte muss erschöpft werden, steht hier. Aber... Diese sind dann... 2 abgebildet. Weil du entweder oder machen kannst. Hm, sehe ich hier nicht so. Doch, das ist aber so. Wenn die beide auf der Heldenkarte sind, dann ist das tatsächlich so. Du kannst entweder oder machen. Kann ich mal zeigen, vielleicht steht dann O unter zu schauen. Warte mal, wir blenden mal ein. Da steht... Halten wir die Camp. Da steht leider weder ein UND noch... Warte mal. Wo ist denn? Da steht weder ein UND noch ein UND. Aber da steht noch Erschöpfen. Ah, da steht aber... Ein Ausdauerzahlen dann Erschöpfen. Ja, du hast die Wahl zwischen dem oder dem. Ja. Du musst danach Erschöpfen. Dann darfst du sie nicht... Ach, das ist ja ein Komma zwischen der 1. Ah, nach der 1. Ja, jetzt sehe ich auch. Gut, dann... Hat er 10 Lebenspunkte. Und du hast noch die zweite Ausdauer frei. Äh, ja. Kann ich mir nix leisten für. Du hast noch ein Chip. Kannst du dir irgendwas für zwei leisten? Äh, nein. Ich kann mir alles nur für drei und aufwärts leisten. Okay. Also, ich habe den einen Chip. Da ziehe ich noch eine Karte nach. Ja. Also, Chip weg, Karte ziehen. Kannst du dir jetzt was leisten für den Ausdauerpunkt? Nö. Okay. Ich sage doch, der Turbrische Soldat ist teuer. Oder Nicole, spendier dann schnell auf den Beinen. Schnell auf den Beinen? Was war das? Weiß ich nicht. Ich habe Nicole noch nie gespielt. Mit deiner Fähigkeit? Achso, ich habe keinen schnell auf den Beinen. Oder deine Sonderfertigkeit? Hast du schon was? Sonderfertigkeit? Aber gut, lohnt dafür, glaube ich, eh nicht für einen Stammwein. Oder Hexe die Sonderfertigkeit. Äh, ja. Ich darf aber eine Aktionskarte. Das ist die Heldenkarte. Ich darf nur Aktionskarten ohne Auswirkung erschöpfen oder bereit machen. Das heißt, äh, Hexe kann nichts machen. Ich kann nachher, wenn ich ausgespielt habe, meine Traumgestalt da reaktivieren. Was durchaus auch mein Plan ist, wenn es dann mal so weit ist. So, also Nicole scheint das als Sonderfertigkeit zu haben, schnell auf den Beinen. Was? Schnell. Deine Sonderfertigkeit auf der Heldenkarte. Nee, das ist Kräfte sammeln. Okay. Nee, dann war sie auch nicht mehr dran. Das ist was anderes. Gut. Dann sind wir durch. Das heißt, die sind dran. Vier Aktionen von Ritholz. Also ich habe eine Karte, glaube ich, mit schnell auf den Beinen. Okay. Ich glaube, die habe ich sogar zu Ausdauer gemacht. Jetzt ist zu spät. Ja, da ist sie. So, eine Fünf. Das wäre, jetzt erhält mir den meisten Piratenschatzkarten, muss eine Piratenschatzkarte oder Ausdauerkarte abwerfen. Ähm, das wäre jetzt ein zufälliger von euch dreien. Ich könnte das einmalig verhindern, wobei jetzt die Frage ist. Ich könnte aber auch einmal eine Aktion für Schlitz verhindern oder dass einer ein Chip verliert. Na, wie ist das denn bei euch beiden? Wollt ihr Piratenschatzkarten loswerden? Also wollen die es nicht, aber okay. Und Nicole, wie sieht es bei dir aus? Ja, mich stört das jetzt nicht, ne? Okay. Ich werde jetzt sowieso am nächsten, nur noch am Ende los. Ja, aber das wird komplett los. Also auch, die Säge wird auch weg. Okay, also ich würde die jetzt verhindern. Ich würde die jetzt verhindern, aber das heißt ja nicht, dass das nicht nochmal passiert. Okay. Aber ich setze sie jetzt ein, damit keiner einer verliert, ja? Okay. Gut, ich höre keine Widerworte. Ja, warum auch? Schaden, der reinkommt, den frisst er eh heilig. Ja, es gibt aber auch schlechte Piratenschatzkarten, die man loswerden will. Der hält mir die meisten Chips, verliert einen davon. Das ist natürlich wieder Nicole. Ja, das bin ich. Die, die hier hortet. Ja, das war eine Stunde. Du holst sie dir ja wieder. Dann haben wir eine sieben. Ja, die hätte ich jetzt verhindern können. Das ist nämlich jetzt eine zweite Aktion für Schlitz. Der leider ja noch lebt. Und dann ist aber jetzt der Herr hier auch durch mit einer 14. Das ist ein Angriff. Held nach Wahl der Spiele ein W6 plus 1. Heigan meldet sich. Ja. Sieben Trefferpunkte. Einmal ausweichen. Muss ich ausweichen? Ja. Ja. Musst du. Nö, mit 19 Grad so sogar eine kritische Gegend. Dann bist du auf 21. Dann kommt Schlitz mit zwei Aktionen. Mit seiner ersten. Ich werfe mir alles durcheinander. So. Wobei, komm, die packe ich mal weg. Die brauche ich eh nicht. Dann habe ich hier Platz. Also. Die ganzen Karten nützen mir alle nix. Schlitz mit einer 17. Brüllt ein Piratenfluch. Dann schicken wir doch die zweite Aktion direkt hinterher. Und das war eine 15. Brüllt ein Piratenfluch. Das war jetzt ja relativ egal. Dann kann der auch schon wieder weg der Würfe. Der hirnlose Zombie Pirat hat eh nur eine Aktion. Und bei einer 14 macht er nicht sehr wangen ziellos umher. Das darf er auch gerne machen. Der nächste hirnlose Zombie Pirat hat eine 1. Oh, das heißt ja direkt noch eine Aktion. Ein Zufall der Gehälde. Ein W6 plus 6. Das ist. Bin ich. Das sind 10 Trefferpunkte. Dann sollte ich mal besser ausweichen. Nö. Nö, nö, nö. Dann bin ich bei 22. Und der darf direkt nochmal. Mit einer 10. Ein Held nach Wahl der Spieler. Willst du wieder Heiger? Nö, ich hab wieder. Ich könnte. 5 Trefferpunkte. Einmal ausweichen. Einmal ausweichen. Ja, sogar ausgewichen. Also 3 Schaden. 15 muss er haben, ne? Ja. Das war okay. Sonst wärst du bei 16 gelandet. Genau. Das ist eigentlich ganz gut. Carla Dieter. 2 Aktionen. Erste Aktion von Carl Dieter. Ein Zufall der Gehälde. 1 W6 plus 3. Der Scherge verliert 1. Das machen wir schon mal als erstes. Dann ist der auf 12. Und dann ein Zufall der Gehälde. 1 W6 plus 3. Ähm, nee. Falscher Würfel. Zufall der Gehälde ist Nicole. 7 Trefferpunkte Nicole. Ich versuche auszuweichen. Äh, nein. Das heißt auch 7 Schaden bei dir, ne? Ja. Dann bist du bei 25. Und dann kommt der... Nee, das war die erste Aktion. Genau. Ich wollte gerade sagen. Da fehlt noch was. Eine 5. Ein Zufalliger Held das gleiche nochmal. Er verliert einen Lebenspunkt. Hat er noch 11. Zufalliger Held ist Rowena. Na toll. Das sind 4 Trefferpunkte. Das sind 2... Äh, Schadenspunkte. Das sind 2 Lebenspunktverlust, die ich auch bekomme. Dann bin ich bei 20. Und dann kommt noch Tampenbruno. Mit einer... Achso, warte. Stopp, stopp. Ach nee, hab ich ja. Stimmt ja. Äh, Tampenbruno, ich hab ja die... Ach, gar nicht ausgespielt. Brüllten Piratenfluch. So. Damit sind die durch. Es geht ein Zeitmarker runter. Auf die 4. Bei 4 passiert nichts. Erst bei 2 wieder. Hatten wir hier irgendwo nicht was, was bei 4 passiert? Oder sind die schon ausgelöst? Ja. Bei mir war es auch. Das ist jetzt bei mir der Fluch. Genau. Also du darfst jetzt keine erschöpften Ausdauerkarten bereit machen, wenn du den brechen willst. Und damit breche ich... Ja, das mag ich auch. Okay, dann mach ich hier oben HA 2. Mache ich auf 3. Das sind dann deine Marker. Die darfst du einsetzen, um die als Ausdauepunkte einzusetzen. Ja, ich leg die jetzt sowieso hier drauf. So. Und dein anderer Fluch war... Achso, Schipp nur beim kritischen Patzer nicht einsetzen. Richtig. Richtig. So. Aber ich hab ja noch nicht gepatzt. So. Ähm... Achso, nee. Er hätte dann 16 gehabt. Und jetzt hätte er... Jetzt kommt er... Wäre er auf 15 gekommen. Das ist echt doof. Die 16 wären cool gewesen. So, Haigan verliert einen. Ist dann aber erst auf 17. Das heißt, da zieht der Fluch noch nicht. Der Startspieler wechselt zu mir. Äh... Wir ziehen zwei Karten. Machen wieder alles bereit. Ja, ne? Jo, ne? Der darf immer noch 5 verlieren, aber... Also immer noch auf 6. Oh, Mann. Ich hätte die besser aufbewahrt, um den scheiß Einser hier abzuhalten. Da hab ich 3. Dann hab ich 5. Ach, komm. Ich muss... Ich muss... Ich auch. Okay, und... Und zwar greife ich den Schlitz erst an mit meinem Hexenbesen. Kriege ein Chip. Ich habe aber jetzt ja 1 plus 2 mit meinem Radau und greife damit auch Schlitz. Äh, plant ihr in dieser Runde den Rietholz anzugreifen mit irgendwas schwererem? Ja. Ja. Nächste Runde. Theoretisch. Mein magischer Felsspalter. Auch diese Runde schon? Ja. Ja. Der macht ordentlich Wumms, ne? 2W6 plus 2 plus 3 plus 5 insgesamt. 2W6 plus 5. 2W6 plus 5. Okay. Dann lasse ich dir den, dann gehe ich auf Schlitz. Dann... Ich kann sagen, wieviel Schaden können wir dem pro Runde machen? Äh, 5. Ja. Gut. Aber er hat 3 Rüstungen und er kann ausweichen. Also im Idealfall, ähm, musst du ihm, äh, wenn er ausweicht, wieviel musst du ihm machen? 5, äh, 10, 3, 10... Ne, Quatsch. Wenn er 10 macht... 16. Ja. Quatsch, 16? Ja, 16, ja. Dann, äh, hätten wir... Ja, okay, ich überlasse ihn dir. Ich mache Schlitz und, äh, greife da mit dem Radau an. Ich brauche eh noch mindestens 2 Runde, bis wir einen Down haben, von daher. Ja. Das sind, äh, dann 6 Trefferpunkte... Äh, 6 Schaden. Der hat einen, also, ähm, 5 Lebenspunkte Verlust. Dann ist er bei 5. Da kann ich jetzt schon auf den W6 hier rüber. Da hat er noch 5. So. Und ich habe noch 2 Chips. Das könnte ich... Nützt mir bei der Runde eh nichts. Kann ich also auch nächste Runde noch einsetzen. Dann behalte ich die beiden Chips. Obwohl, ich könnte sie durch Rietholz verlieren, ne? Zumindest einen davon. Ne, ich behalte, ich behalte. Heikan Igelwing fragt, woher die plus 5 kommt. Okay, ähm, einmal, ähm, habe ich den Waffenbalsam, der gibt plus 1. Dann macht der Felsspalter 2 W6 plus 2. Also machen wir auch schon mal plus 3. Jäger der Gesetzlosen, die Spezialfähigkeit verursacht ein... Äh, ach nee, Quatsch, Mist. Quatsch, nee, halt, einen Moment. Da darf ich nur den zusätzlichen Würfel würfeln. So rum. Aber dann eben durch den Piratenschatz kriege ich ja noch plus 1. Also 2 W6 plus 4 und 1 W6 darfst du neu würfeln. Oder sogar beide W6. Da darf ich extra würfeln und 2 W6 würfeln. Also 3 W6 und den höchsten Wert nehmen. So rum. Wie genau lautet die Karte? Wie bitte? Wie genau lautet der Text? Bei Jäger der Gesetzlosen? Ja. Beim Schadenswurf gegen einen Schergen? Äh. Mit dem Schlagwort Piraträuber oder Dieb darfst du einen zusätzlichen Würfel werfen. Naja, gut, okay, aber... So Scherge, also beim Rito ist es nicht. Ja, aber... Selbst 2 W6 plus 4. Genau, das ist 2 Westhaus, 2 W6, ja. Okay. Gut, ich greife für eine Ausdauer mit meinen Albträumen Schlitz an. Mhm. Und ich verfehle. Du kriegst ein Chip oder willst du wiederholen? Ich bin lieber ein Chip, dass ich mehr Karten ziehen kann. Ups, das war falsch. Zivira plus 1, ja. Und für eine weitere Ausdauer spiele ich Zechen. Uh, die fehlt mir noch. Die fehlt mir noch. Das war's. Dann ist Haigan dran. Genau, dann mach ich genau das, was ich jetzt vorhatte. Aber mit 2 W6 plus 3 und 1 W6 extra Würfel dann, ne? Wenn du triffst ihn. Nee, Rito ist es nicht. Ja, doch. Aber dann macht er halt 1 W6... 1 W6 nicht. Jaja, okay. Also 2 W6 plus 4. Nein. Doch. 2 W6 plus 4 und darf kein W6 extra Würfel. So. Nee. Nicht bei Ritold. Ne? Nahkampf mit einer 3 geschafft. Ja. 2 W6 plus 4. Halt da, äh... Er darf noch ausweichen, ja. Das sind 9, das sind 13 Punkte. Er weicht leider aus. Also 7 Schaden minus 3 sind 4 Trefferpunkte. Ist er aber... Ups, ist er auf 7. Auf 7. Auf 7. Na immerhin. Ja. Und das war's dann auch schön. So, einen dürfen wir ihm noch wegnehmen, diese Runde. Da ist die Frage, ob sich das lohnt. Also wir brauchen so oder so noch 2 Runden. Ich... spiele... das Schwarze Auge. 2. Ich wechsle mal wieder zu dir, ne? Ja. Und dann schlag ich einmal mit dem Kettenstab zu. Auf den Schlitzer auch da, ne? Oder? Kann der ausweichen? Nein. Ist da einer, der ausweichen kann? Ritold. Dann schlag ich auf Ritold. Okay. Was macht der Kettenstab nochmal? Dem kann man nicht ausweichen, oder was? Nein, aber wenn der Gegner nicht ausweist, kann ich eine Karte ziehen. Ah, okay. Aber das geht natürlich nur bei Gegnern, ne? Die auch ausweichen können. Die ausweichen. Ja. Äh, wow. 19. Nicht die 1, dann ja. Ich würde den Wurf ja wiederholen. Ja. Ist ja leider kein richtiger Patzer. Also ein Patzer wäre ja ganz cool. Mit 3 habe ich getroffen. Ja, wie viele Trefferpunkte machst du? 7. Okay, er versucht auszuweichen. Nein. Das heißt, 7 Schaden, minus 3, er verliert also den einen Punkt. Ja, ist ja egal, er verliert halt den einen Punkt, aber ich kann eine Karte ziehen. Ja. So, hast du noch was? Kannst du Schlitz noch weghauen? Der hat Rüstung, oder? Einen. Wie viel Leben hat er denn noch? 5. 5. Also 6. 6 Schaden musst du machen. Da wäre die 7 jetzt cool für gewesen. Ja, willst du den weg haben? Ja. Dann ist er weg. Dann kriegst du einen Chip. Ah, ne, warte, das ist... Ja, bringt nichts Nahkampfangegriff. Ne, dann... Ich kann den halt nicht machen. einen Stein bewerfen, ne. Das wird ihn aber nicht töten. Ne. Äh, ich, äh, werfe ihm einen Stein an den Kopf. Das macht 3? 3, ja. 3 Schaden, also 2 Lebenspunktsverluste, ist er bei 3. Ja. Dann bist du durch. Dann... Oder hast du noch was? Hast du noch was? Ja, ich hau direkt hier diese 3 aus, die ich von dem Fluch hab raus. Mhm. Und dafür spiele ich dann, äh, noch die Wachsamkeit. Mhm. Dass du einmal ausreichend wiederholen, ne? Richtig, damit kann ich wieder, äh, misslungene ausreichende Proben wiederholen. Dann bist du durch. Das war's dann für mich jetzt. Okay, dann sind die dran. Schlitz mit seiner ersten von 4 Aktion. Oh, oh, und ne 1. Also erstmal, der Held mit den meisten Chips verliert ein. Ja, das bin ich. Also hätte ich's besser doch eingesetzt. So. Und nochmal die erste Aktion. Äh, 17. Held nach Wahl, der Spieler hält 1w6 plus 1. Willst du die Highgang? 1w6 plus 1 ist doch gut für dich, Highgang. Ja. Mhm. Nehm ich. Okay. Oh, 7. Oh Gott. Aber jetzt darfst du wenigstens ausweichen. Ne, darf ich nicht. Der magische Felsspalter verbietet mir das. Oh, okay. Dann bist du jetzt auf 10. So, aber damit hast du den Fluch gelöst. Ja, aber. Ne, das ist gar nicht dein Fluch. Das ist dein Fluch hier. So. Und du erhältst jetzt immer ein weniger unter 20. Also falls jemand etwas Heilung für mich übrig hat, ich sage nicht nein. Habe ich leider noch nicht auf der Hand. Der ist mein Friedholz mit der 20. Das ist doch ein netter Ausgleich, zwar krabbelt wild umher. Was ist Heilung? Dankeschön. Und dann kommt Schlitz mit seiner Aktion eine 4. Zufälliger hält 1w6 plus 3. Und das ist Nicole. Er hält 9 Trefferpunkte. Na klar. Na klar. Ich versuche auszuweichen. Das wiederhole ich einmal. Darfst du nicht. Achso, doch, darfst du ja. Mit der Karte. Doch, durch die Karte. Ja, ja, ja. Ist gut. Und da ist der Patzer. Warte, jetzt gucke ich nochmal grad, was die Karte sagt. Ist das ein Patzer oder ein Angriffspatzer? Ne, bei einer Probe eine kritische Patzer. Setz da keinen Schipp ein, dürftest du eh nicht. Das heißt, du hast jetzt den Piraten Segen. Du darfst pro Probe bis zu einem Schipp nutzen. Und weil ich das schwarze Auge ausliegen habe, verliere ich auch keine Handkarte. Ah ja. Also du darfst ab jetzt pro Probe bis zu einem Schipp nutzen, um das von dir erzielte Wurfergebnis um bis zu drei Punkte zu senken. Das klingt doch gut. Ja. So. Aber... Hab ich aber nur neun Leben gekostet. Du kriegst neun Schaden, genau. Äh... Was hattest du vorher? 25, ne? Genau. Einer fehlt noch. So. Dann kommt der hirnlose Zombie-Pirat. Eine neunzehn. Fault. Verfault. Verliert zwei Lebenspunkte, weil der nette Herr Rietholz ist ja noch da. Noch ein hirnloser Zombie-Pirat. Der darf das auch direkt mal nachmachen. Dann... Ja. Macht der auch, genau. Auch mit einer neunzehn. 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 Da... Kommt der Karle Dieter. Mit einer sechzehn. Der brüllten Piratenfluch im ersten Versuch. Und hat er noch einen. Eine fünf. Ein Zufälliger hält ein W6 plus drei der Scherge eins. Also erstmal den Schergen auf zehn. Das ist nochmal Nicole. Das sind acht Trefferpunkt. Ja. Du bist... Ich versuche auszuweichen. Genau. Mach mal. Mit einer elf natürlich nicht. Dann bist du auf acht. Und dann kommt der Tampen-Bruno. Boah, der Name ist so doof, ey. Der Startspieler. Das bin ich. Ein W6 plus zwei. Und muss eine Ausdauerkarte meiner Wahl ablegen. Das sind drei Trefferpunkte. Ich versuche auszuweichen. Das glaubt mir nichts. Jetzt können wir Einsen werfen. Klar. So, ich bin bei siebzehn und eine Ausdauerkarte meiner Wahl. Okay. Okay. Ja, dann sind die Wurfmesser. So. Oder habe ich irgendwas, womit ich an meine Ablage rankomme? Ich glaube aber nicht. Dann wäre es ja sogar sinnvoller irgendwas davon. Ne. Okay. Dann sind wir durch. Das heißt, es geht ein Zeitmarker runter. Wir sind bei drei. Bei zwei passiert es wieder was. Ähm. Das heißt, da passiert sonst nichts. Der Startspieler wechselt zur C4er. Alle Karten bereit machen. Zwei ziehen. Ich gebe meinen Schip aus, um noch eine Karte zu ziehen. Okay. So. Ich habe immer noch keine Heilung gezogen. Nee, 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 nee. Oh. Hier heilt auch keiner. Das heißt, das ist schon mal eine klare Ausdauerkarte. Das ist auch eine Ausdauerkarte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Sechs ist da. So. Der hat sechs. Das heißt, der darf auf einen runtergehauen werden. Ich schmeiß meinen Schicksalspunkt auch für eine Karte raus. Mhm. Oh. Okay, okay, okay. 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 Der hat sich eben Lebenspunkte verloren. Ja, ne? Ja. Ich habe doch... Wer hatte mich denn angegriffen? Der Startspieler. Hier. Der kriegt auch noch Schaden durch Alvinia. Ja. Der Start-Tampbruno war das der letzte, ne? Der kriegt drei Schaden. Haha. Danke, Alvinian. So. Nun muss mal der Bann wieder kommen. Ja, der ist leider irgendwo in meinem Deck noch. Und schlummert dort. Ist nicht schlimm, der Amt ist gerettet. Rusty ist da. Ich bin gerade überlegen, welche von zwei Karten ich ausspielen soll. Ob ich die coole Sache ausspiele oder ob ich die sichere Sache ausspiele. Tja, willst du cool sein oder willst du sicher sein? Will ich meinen geweihten Rabenschnappel Stufe 3 ausspielen oder meinen Rabenruf Stufe 1? Hauptsache, wir hauen die alle weg hier. Gut, dann kommt das mal für vier außer meinen Rabenruf. Es sei denn, du kannst heilen. Heilen wäre jetzt noch wichtiger. Aber dann erstmal wegkommen. Ich habe nur eine Karte, die heilen die halt nur. Warum hast du eigentlich noch 40 Lebenspunkte? Weil Heike an alles abhaben wollte und bei zufällig mir auf mich was ging. Und für mein Zechen greif ich mit Rabenruf den Pietholz an. Irgendwie so typisch, die Gewalte steht da ganz hinten, während wir uns da vorne rumklopfen. Die feuert uns an und sind aufbauende Lieder. Ohren mit Rabenruf und mit Rabenruf. Haut sich gerade ein Rumpen rein, wie ich ja schon gehört habe. Ich würde treffen. Auf wen war das? Auf ein Dreierschwert ausweichen. Auf wen hast du? Auf Pietholz. Okay. Ein Ausweichnis minus drei. Also vier. Ja. Nö, wäre aber auch sonst nicht gelungen. Und er bekommt acht Schaden. Also acht Schaden minus drei sind fünf. Ja, das ist genau das, was er verlieren darf. Das heißt, er ist jetzt auf dem Minimalschaden. Den kann ich ihm übrigens wegnehmen. Ich habe hier die Alpgestalt, die Lebenspunktverlust macht. Aber darf das trotzdem? Bitte? Ne, nicht diese Runde, aber nächste. Also wenn alle Strecke reißen, kann ich ihm die nächste Runde wegnehmen. Es sei denn, er kriegt irgendwas geheilt. Aber ich glaube, die Piraten, die hier liegen, die heilen nicht, ne? Ne. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe keine Aussage mehr. Okay, dann Haigan. Hau den Schlitz erstmal weg. Oder wen auch immer. Ja, wir machen das ein bisschen anders. Äh, fast anders. Und zwar heile ich mich oft mit meinem Heiltrank um sechs Punkte. Dann rüste ich Anatomie aus. Hui, nackte Zwerge. Jawohl. Und dann greife ich mit meinem Nahkampf den Schlitz an. Oh, nee, ich habe rausgeschmissene Schaden. Wie viel machst du denn? Das war mit einem Felsspalter auf jeden Fall. Ja. Ja gut, dann nimm, äh, wir haben hier zehn, 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 siebzehn. Also ein, hier, nimm den, äh, kein Detail mit. Zwei Aktionen. Wäre die wenigste Rüstung? Die haben alle eins, aber der hat zwei Aktionen. Ja, na super. Dann nehme ich... Äh, jawohl. Bestanden. Uh. Vier plus... Zwei. Drei. Vier plus... Ne, das sind nur acht Punkte Schaden. Hat aber das. Und sind sieben Punkte Lebens... Sieben. Dann ist er auf drei. Wenn er jetzt nur eins oder zweimal am Eingriff würfelt, dann wäre er allerdings auch tot. Ja. Allerdings macht er dann auch noch einmal Schaden. Aber dann würde er sich selbst umbringen. Aus drei W6 zwei Beste steht hier. Drei. Ah. Hast du aus drei W6 zwei Beste gewürfelt? Ha? Martin? Wie bitte? Hast du aus drei W6 zwei Beste gewürfelt? Äh, ja. Ich habe zwei Einzelne nur drei gewürfelt bei den 3 W6. Also... Nicht gut. Ich habe es besser aus gut aus denen. Ah, ich habe es im Handgelenk heute, das ist... Ja, nicht nur ich kann schlecht würfeln. Das können auch andere. Wollte ich hier nochmal festhalten. Dann bist du durch? Ja. Okay, Nicole. Ich bin durch. Du bist Nicole. Sehr schön. Rusty. Na, such mal mein Freund. So. Vier. So. Sehr schön. Higurin meint, der Jäger muss nachgeschult werden, Heigan. Ja, 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 ja. Nicole, du kannst Frosty auch mal zu mir schicken. Das glaube ich. Oh, da ist aber ein Balsam, oder? Richtig. Der kommt doch gerufen. Oder die gerufen. So, dann muss ich deswegen jetzt auch umdisponieren. Das heißt, ich spiele für sechs das Tuzak-Messer. Ich muss umdisponieren und ich hau für sechs erst mal eine Waffe raus. Ja, jetzt setze ich meine Sonderfertigkeit ein. Kräfte sammeln. Darfst du die Hälfte der Ausdauerkarten wieder bereit machen, oder was war das? Nein, nein, ich bin aufgewertet. Ich bekomme quasi eins plus die Hälfte meiner ausliegenden Ausdauerkarten. So, ich habe acht Ausdauerkarten ausliegen. Das heißt, ich bekomme fünf Ausdauer. Also Hälfte der Ausliegenden plus eins. Ja. Okay. Genau. Also acht, die Hälfte ist vier, plus eins sind fünf. Und die fünf setze ich... Für den Balsam ein, um die 10 zu heilen. Also auf 18. Heile mich selber jetzt erst mal auf 18. Ja. Klingt vernünftig. So, ich habe jetzt noch... Schauen wir mal. Ich schlage mit dem Tuzak-Messer auf jeden Fall zu. Ja, was macht das so? Oh, das macht noch irgendwas Besonderes. 1W6 plus 6. Bei Schergen mit sechs oder mehr Gefahrenpunkte ist der Schaden um eins erhöht. Ja, aber es wäre jetzt sinnvoll, einen von den beiden wegzuhauen. Die haben beide noch drei Lebenspunkte und eine Rüstung. Das ist zwar overpowered, aber dann ist einer weg. Den wollen wir dann zuerst weg haben? Äh, dann... Ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer. Den Schlitz, damit er keine weitere Aktion bekommt, sondern der Flöhnlose oder der, weil er zwei Aktionen hat. Der, weil er zwei hat, würde ich machen. Ich würde... Ja, genau. Ich nehme erstmal den Karl-Dieter raus. Der Karl-Dieter. Was ist das schon für den Namen, muss der mal? Es ist halt Dieter mit Haarausfall. Hat sich erledigt. Habe ich noch einen Schicksalspunkt? Ich habe noch einen. Nee, auch. Lohnt sich das bei der Attacke? Naja, sie macht 1,6 plus 6. Ja, aber wie viele Attacke hast du? Was für eine Attacke wert? Zwölf. Ja, dann... Mach nochmal. Mit sieben wär's gelungen. Und das sind dann... Oh, zwölf. Hat der einen Gefahrenwert von sechs? Äh, ja. Sieben sogar. Dann machst du sogar 13, ne? Okay, du kriegst den Chip. Ja. Das ist gut. Warte, ich muss noch einen Ausdauer für den Angriff. Ähm, mit dem Stein... Ähm, bewerfe ich jetzt hier den anderen. Aber du machst nur drei, ne? Ja, der macht nur drei, aber der kann sich ja unter Umständen selber kaputt machen. Äh, der kann auch verfaulen. Ja, das stimmt. Das geht, ja. Äh... Ja. Es trifft. Dann, äh, kriegt er zwei Schaden... Äh, zwei, ähm, Lebenspunktverlust. Und hat er noch einen. So, und den... Einen Schicksalspunkt, den ich hatte... Oder ich hau den weg, das kann ja auch noch passieren. Ja, ja, genau. Den einen nehm ich jetzt als Ausdauer. Den kannst du mir wieder wegnehmen, den Schicksalspunkt. Jo, hab ich. Oh, wir haben alle unsere Chips ausgegeben. So, dann nehm ich die letzte Ausdauer und spiel noch das gute Gedächtnis und nehm mir den Balsam wieder auf die Hand. Mh, klingt sinnvoll. Und dann bist du durch. Dann bin ich durch. So, ich muss jetzt... Und, äh... Ich muss jetzt nochmal umdenken... Ja, ich muss jetzt nochmal umdenken. Ich hab nämlich jetzt den Schipp ja nicht mehr. Das heißt, ich hab jetzt sechs Ausdauer. Dann... Ja, gut. Aber ich spiel meine Hexengalle für drei. Ich spiel meine Traumgestalt für zwei. Begreife mit der Hexengalle den Schlitz an. Im besten Fall, äh, treffe ich ihn. Ansonsten kriege ich aber zumindest einen Schipp, den ich dann für die Traumgestalt einsetzen kann. Aber auch wenn ich treffe... Ich treffe bei Attacke sieben. Ähm, ja, mit 1W6 plus 3 brauche ich gar nicht würfeln. Das heißt, ich kriege einen Schipp. Und, äh, ich kriege sogar zwei Schipp. Kannst du umschalten? Weil die Hext, bitte? Oh. Kannst du umschalten? Ja, danke. Genau. Also, der hatte noch einen Lebenspunkt. Ich mach 1W6 plus 3. Also, der ist auf jeden Fall weg. Ich kriege einen Schipp, weil ich den erledigt hab. Und ich kriege einen Schipp, weil mindestens, äh, Gegner mindestens einen Lebenspunkt verloren hat. Das heißt, ich kriege zwei Schipps. Das ist doch schon mal ein Deal. So. Das heißt, ich habe jetzt zwei Schipps. Ich hab meine Traumgestalt. Das heißt, ich kann gleich einen Aktionswurf zweimal wiederholen lassen. Und, ähm, eins von den beiden neuen Ergebnissen nehmen. Also, wenn hier jemand irgendwas ganz Blödes würfelt, dann denkt mit dran, dass ich das wiederholen kann. Und, äh, das ist doch ein Plan, oder? Das ist doch ein Plan, oder? Dann ist Kapitän Rietholz. Rietholz dran. Achso, ich überlege gerade nochmal. Genau. Ach, und ich kann die ja sogar zweimal einsetzen. Mit meiner Sonderfertigkeit kann ich das auch in einer Runde zweimal machen. Aber nicht während der Durchführung eines Angriffs. Also, ich müsste mich vor dem Wurf tatsächlich entscheiden. Okay. Gut. Dann. Rietholz mit seiner ersten Aktion. Eine 18. Das war schon mal gut. Äh, ah, ne, ist nicht gut. Das ist ein Held nach Wahl der Spiele. Echt? Echt? Ja, würde ich jetzt auch mal auch mal sagen. Zwei Trefferpunkte. Einmal ausreichen. Und ausreichen? Nee. Dann bist du bei 38. Ich will nie ausweichen. Rietholz 12. Das gleiche nochmal. Nimmst du auch nochmal? Zwei Trefferpunkte. Diesmal bin ich sogar ausgewichen. Nur einen. Ich bin auch am und zu mal. Wir sind gleich jetzt noch zweimal. Pass mal auf. In 15 Jahren. Das gleiche nochmal. Ja. Komm, komm. Ja. Ah, sechs Trefferpunkte. Jetzt lohnt Ausreichend. Ich weiß es nicht aus. Okay. So sieht das aus, wenn man mal Schaden bekommt. Lebenspunkte Verlust. Und die letzte Aktion. Zehn. Das ist, äh... Der Pirat rechts von ihm erhält eine Aktion mehr. Also der untote Zombie-Pirat hat jetzt zwei. So. Das heißt, seine erste Aktion. Deine fünf. Held nach Wahl der Spiele. Ein W6 plus zwei. Hallo, du da. Sieben Trefferpunkte. Äh, Quatsch. Äh, vier Trefferpunkte. Held nach Wahl C4er. Vier Trefferpunkte. Zwei. Okay. Äh, Schadenspunkte. Lebenspunktverlust. So. Zweite Aktion. 15. Wankt Zillus umher. Und dann ist auch die zweite Aktion schon wieder weg. Noch ein hirnloser Zombie-Pirat. 15. Wankt Zillus umher. Tampen Bruno. Eine Drei. Zufall der Geld an W6 plus drei. Ich könnte es einmal nochmal würfeln lassen. Und dann das Beste von den beiden Ergebnissen. Hm? Ja, komm. Ich mach's einmal. Ich mach's einmal. So. Äh, das heißt, ich lass noch zweimal würfeln. Eine 11. Das wär das gleiche. Oder eine... 8. Ja gut. Das ist auch das gleiche. Das hat jetzt wenig gebracht. Äh, ich muss mir aber ein Chip abziehen noch. Ähm, also hält zufälliger... Äh, ach ne, ein zufälliger Held ist das. Ähm. Kann ich leider nicht abnehmen. Unbedingt. Mal gucken mal, was es wird. Ja. Doch, kannst du. Ja, aber nicht. Oh Gott. Vier Trefferpunkte. Ja, vier. Wisst ihr ja gar nicht, wie das aussieht, ne? Vier, ne? So, 25. So, jetzt hab ich auch was abbekommen. Seid ihr zufrieden? Noch nicht ganz, aber ja. Nein, alles gut. Ist ja gut, wenn's so läuft. So. Ähm, dann ein Marker runter. Jetzt ist tatsächlich, äh, Zeitmarker 2. Da kommt eine neue Scherge, glaub ich. Ja. Oder steht Ritols auf? Ne, ne, das haben wir ja rausgenommen. Ah, das ist bei 1, wo es aufstehen wird, glaub ich, sonst. Äh, bei 1, genau. Da wär jetzt die Frage, ob wir bei 1 auch nochmal einen neuen Schergen ins Spiel nehmen, oder was wir da machen. Was passiert bei 0? Äh, bei 0 ist... Auch in einer neuen Scherge? Ja, ein weiterer Scherge. Ja, denn bei 1 nicht, ne? Obwohl... So. Noch ein hirnloser Zombiepirat. Es hätte schlimmer kommen können. Dann, Startspieler, wechselt zur Highgarden. Alle Karten bereit machen, 2 ziehen. So. Also, notfalls, wenn ihr es nicht schafft... Oh, ich hab meine Narbe gezogen. Ich verliere direkt 2 Lebenspunkte. So. Mein Unsichtbarkeitstrank. Bis ich Startspieler bin, dauert noch eine Weile. Gibt's den Gegner, der eine Aktion weniger vertragen könnte? Alle. Alle. Also vor allem Tampenbrunner oder Rietholz. Aber Tampenbrunner wahrscheinlich... Hedon. Er hat ja noch einen Lebenspunkt. Bitte? Sobald Kretos Schaden zufügt bekommt, ist er tot. Genau. Ja, stimmt. Also Tampenbrunner. Ja, und wie gesagt, ich kann ihm auf jeden Fall... Wenn ihr das nicht schafft, kann ich ihm einen Lebenspunkt klauen. Mit der Alkostein. Den Rietholz. Weil ich muss eine Magieprobe bestehen allerdings. Also es ist nicht 100% sicher. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 13, 14. Ich mache es tatsächlich so hier. Ja, ich habe umgeplant. Immer noch sechs Zuschauer, Prost euch! Wer ist denn noch alles da? Eagle Wing wahrscheinlich, ne? Wer sonst noch? Achso, Queena, du bist auch einer davon, ne? Du bist ja auch im Chat. Wie soll ich denn mal Pop-Out-Chat an? Das ist glaube ich egal. Laufen das auch noch da? Hi! Munix, bist du noch da? Lukeat ist auch noch da. Lukeat Mendenor, so heißt er. Ein Berliner. Oder hast du nur so Ico geschrieben? Ico Wing ist da. Drei, vier, ja. Wer braucht noch? Diego ist auch noch da. Hi! Okay. Da haben wir schon mal mindestens zwei, die hier gut die Regeln kennen. Und meckern können. Sind wir soweit? Aus Wedding. Okay. Ja, das ist dann wohl mal Berlin. Tatsächlich. Ja, dann, äh, leg los, Heigan. Alles klar. Ich habe für vier ein Großschild angelegt. Mhm. Das ist schon drei. Dann greife ich Tampen Pruno mit meinem magischen Felsbarber an. Mhm. Und treffe tatsächlich. Mhm. Punktlendung. Das sind, elf plus vier. Also ich habe eine fünf, eine sechs und eine zwei gewürfelt. Dann nehme ich natürlich die fünf und die sechs. Ja, macht Sinn. Äh, das macht... 15 Schaden. Äh, warte mal, sechs plus fünf sind elf, macht 13, macht 14, macht 15 Punkte Schaden. Und das sind, wenn ich richtig gerechnet habe. Also elf plus vier dann? Also elf habe ich gewürfelt. Plus vier. Plus zwei für den Felsbarber. Plus eins für den Waffenbalsam. Plus eins für meinen Piratenschatz. Mach... 15. Und die Tote noch, oder? Nee, das war ja die zwei bis sechs, äh, die drei bis sechs, wo ich würfeln durfte. Achso, ja, stimmt. Ja, 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 genau. Okay, ja. Also 15 Schaden sind, äh, 14 Lebenspunkte Verlust. Hat er noch drei. Ja. Das ist doch machbar. Und dann gehe ich mit meinem, äh, Standort, äh, Fangkampfangriff. Und den treffe ich. Mhm. Äh, drückt mir die da. Und da darf ich ja auch zwei Würfel würfeln, gell? Auch wenn es einen Standort... Ja. Ja. Das sind sechs Punkte... Reicht. Du kriegst einen Chip. Genau, den kannst du gleich lassen. Ja. Äh, ich heile mich um zehn Punkte. Okay. Dann bist du auf 26. Und was war's denn für mich? Was war's denn für mich? Ja, das war doch mal eine erfolgreiche Runde. Dann, liebe Nicole. Wir haben geschehen. Denkt auch noch an Rietholz, ne? Also wie gesagt, ich kann mich sonst auch gleich versuchen, aber... Nicole kann vielleicht ja einen Stein werfen. Ne, reicht nicht. Der Stein. Der hat doch... Der hat doch vier Rüstungen. Achso, das ist ja nur drei, ja, ja, ja. Ne, drei Rüstungen, ja. Die Frage ist ja jetzt, was ist wichtiger? Heilung oder die jetzt alle weghauen? Weghauen. Für beides. Für beides. Also alle weghauen schaffen wir eh nicht. Ich denke mal, wir schaffen noch Rietholz und vielleicht noch einen anderen, aber mehr schon... Also ich hab zwei Angriffe, wo gut Schaden machen können. Dann spiele ich den meisterhaften Bogen. Gut, vielleicht schaffen wir auch drei. Mal gucken. Ähm... Aber dann lassen wir mal Rietholz und wenn ich Rietholz nicht schaffe, kann immer noch C4 auf den Teil. Dann... Geh ich jetzt... Mit dem... Tuzakmesser auf... Einen von den da noch stehenden. Hier musst du elf schaden, elf schaden, dreizehn schaden. Wie viel machst du? Ein W6 plus 6. Außer die haben einen Gefahrenwert von W6. Dann geh auf einen von den Elfern, ne? Dann könntest du mit Glück sogar weghauen. Was haben die Gefahrenwert? Ne, die haben alle drei. Also... Okay, das ist... Das ist nicht gefährlich genug für mich. Mit 15 habe ich natürlich daneben gehauen. Also kriegst du Chip. Und dann das gleiche nochmal mit dem meisterhaften Bogen. Da treffe ich auch auf die zwölf. Aber voll auf die zwölf. Mit ner elf. Und wie viel machst du? Ein W6 plus 6. Aber ich darf einmal pro Runde einen Schadenswurf wiederholen und das bessere Ergebnis nehmen. Okay. Das heißt, ich würfel jetzt direkt mit zwei W6 und... Jo. Da nehme ich durch Zufall die fünf. Und das sind elf und damit ist der Hinne. Du kriegst nen Chip. Sehr gut. Ja. Das war's dann. Ja. Das war's. Mache ich das dann? Ja, komm. Ich bin ja auch nächste Runde Startspieler. Ne, übernächste erst. Aber ich habe noch einen Chip notfalls. Ja, komm, ich mache es. Also, ich setze für fünf Ausdauer meinen Unsichtbarkeitstrank raus. Den kann ich jetzt Anfang nächster beim nächsten Zug aktivieren. Und dann bin ich halt für eine Runde uneingreifbar. Und die Angriffe verfallen auch komplett, also werden nicht umgelenkt. So, dann mache ich jetzt... Ja, ich glaube, sinnvoller ist die Reihenfolge. Ich mache meinen Hexengallerangriff auf den nächsten hirnlosen Zombiepiraten. Ich habe nur sieben, aber ich treffe auch. Oh, ich mache vier Trefferpunkte. Das reicht... Äh, vier Schadenspunkte. Das reicht aber, um ihm drei Lebenspunktverluste zu machen. Dann ist er auf sieben und ich kriege einen Chip, weil ich Schaden verursacht habe. Sehr gut. Dann mache ich für einen Ausdauerpunkt meine Alpgestalt. Würfel eine Magieprobe. Die gilt misslinkt. Aber es ist eine Probe. Das heißt... Ne, Magieprobe darf ich wiederholen, ne? Die ist also wirklich verdammt. Ich hatte gerade überlegt, dass ich die mit Chips wiederhole, aber das darf ich ja gar nicht. Aber du kannst doch mal angreifen, du Chip. Bitte? Du kannst für den Chip angreifen. Jaja, genau. Also ich habe jetzt noch zwei Chips und ich kann noch mit meinem Hexenbesen angreifen und mit meinem Radau. Ähm. Ich greife erst mit meinem Hexenbesen an, weil wenn ich damit nicht treffe, dann kriege ich ja einen Chip und dann kann ich mit dem Radau immer nochmal angreifen. Das heißt, für einen Chip greife ich an mit meinem Hexenbesen auf den Riedholz, kriege einen Chip und habe jetzt mit dem Radau 1-6 plus 2. Wieder Attacke für einen Chip auf Riedholz. Da habe ich 13. Das gelingt. Da würde ich machen... Okay. Das sind drei Trefferpunkte. Da kann er selbst ausweichen und das macht nichts. Verdammt! Mist, 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 Mist. Gut, aber er darf trotzdem mal würfeln, also er wäre nicht ausgewichen. Aber das verpufft tatsächlich in der Rüstung. Ich hätte einen Trefferpunkt mehr machen müssen. Gar nicht die Handbeine ausschalten können. Äh. 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 Aber ich habe noch einen Chip, das heißt, ich kann zumindest noch eine Aktion gleich wieder neu würfeln lassen. Ja, ne, dann bin ich aber leider durch. Ja, den muss ich halt beenden, zumindest mit Riedholz. Ja, mach mal. Und zwar für vier Aussage spiele ich meinen geweihten Raben-Schnabelstufe 3. Mhm. Und für eine Aussage greife ich damit an. Mhm. Auf Riedholz. Ich würde ja auch treffen. Ja. Wie viel? Eigentlich 6 plus 6. Darunter, das wären 10. Ja gut, das reicht ja selbst, wenn er ausweicht. Tut er aber nicht. Du kriegst einen Chip. Den brauche ich auch, voraussichtlich, so wie ich es geplant habe. Ich gebe ihn dir aber erstmal trotzdem. Ja. Hm. Ja, ich greife mit meinem Rabenruf den stärkeren, hirnlosen Zombie-Piraten an. Also der mit mehr Lebenspunkte. Okay. Würde auch treffen. Mhm. Und das wären erstmal sieben Trefferpunkte, oder sieben Schaden. Ich gebe auch meinen Schicksalspunkt aus und noch eine weitere Ausdauer. Mhm. Damit er erstmal durch Vergänglichkeit drei Lebenspunkte verliert. Ja. Und ich einen zusätzlichen wie sechs würfeln darf. Durch Kamalimachen. Also er geht schon mal auf neun. Du hast sieben Schaden plus noch einen wie sechs. Zwei. Also neun Schaden minus eine Rüstung hat er noch einen Lebenspunkt. Okay. Hast du noch was? Das hast du nicht getan. Das heißt, du bist jetzt durch? Nein, keine Ausdauer. Das heißt, die sind dran? Okay. Mhm. Gut. Dann kommt der erste hirnlose Zombie-Pirat mit seiner Aktion. Mit einer fünf. Hält nach Wahl der Spiele ein bis sechs plus zwei. Nee. Macht reingang. Macht reingang. Der hat Rüstung. Ja, bestimmt. Okay. Das sind drei Treffer... Nee, doch. Drei Trefferpunkte. Wow. Bin sogar ausgewichen. Also zwei Schaden. Achso, darf ich nicht mehr? Nee, darfst du nicht? Das sind drei Trefferpunkte. Drei Treffer, ja. Wie viel Rüstung hast du? Dann nutze ich mein Großschild... Schaden meine ich natürlich. ... und bekomme keinen Schaden. Okay. Und kein Linkspielverlust. Dann wird dann noch das andere. Und? Pillen deser Zombie-Pirat mit einer fünfzehn. Der wankt Ziel ist umher. So, dann geht ein Zeitmarker runter. Bei einem Zeitmarker kommt ein neuer Scherge ins Spiel. Nee, bei eins nicht. Da wäre jetzt Rietholz zurück. Ja, oder? Soll Rietholz jetzt... Damit es nochmal spannend wird. Wenn er zurückkommt, dann machen wir aber ohne die Schwierigkeit. Okay. Okay. Ja, sonst dauert es zu lange. Ja, das stimmt. Okay, also Rietholz kommt mit vollen Lebenspunkten zurück. Das ist vier mal vier sechzehn. Ups. So. Hallo, Rietholz. Und vier Aktionen hat er natürlich auch wieder. Super, wozu haben wir den jetzt gerade dann weggehauen? Was wäre denn passiert, wenn er noch da gewesen wäre? Hätte der sich komplett geheilt? Äh, ja, ich glaube irgendwie sowas. Nee. Nö. Nur wenn er ausgeschaltet wurde, kann er zurück. Das heißt, der hätte dann ansonsten damit den einen Lebenspunkt. Ja. Das wäre langweilig geworden. Und er musste weg. Er ist untot, er muss weg. Äh, das war ja. Okay. Operation, Operation, Operation. Aber wir können ja jetzt dann direkt draufhauen. Die Runde ist ja jetzt zu Ende. Das heißt, Startspieler ist jetzt Nicole. Die darf jetzt direkt draufklippen. Ich wechsel auch direkt zu dir schon mal. Und wir ziehen zwei Karten, machen alles bereit. Und jetzt kann ich fast überlegen, ob ich meinen Unsichtbarkeitstrank jetzt einsetze. Oder gleich erst, wenn ich Startspieler bin. Aber dann kann es schon vorbei sein. Ich habe zwei Schicksalspunkte. Oh, 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 was mache ich hier, was mache ich hier? Warten mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, das waren die neun, die ich gezogen habe. Hatte ich nichts mehr auf der Hand? Ne, ich hatte nichts mehr auf der Hand. Hatte ich sieben? Nein. Ich muss mal gerade um den Kram unterschrecken. Den hatte ich auf jeden Fall zur Ausdauer gemacht. Hatte ich Ausdauer gemacht? Hatte ich zur 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 Ausdauer gemacht? Doch. Ja klar, ich hatte auch sieben, ja. Stimmt, ja. Okay. Ja, ja, ja. Das ist... Kann ich mitleben. Ja. Dann nimmst du mir mal einen Schicksalspunkt weg. Trotzdem, letzte Runde für Boron. Wir sollen seinen Schlaf heiligen. Wo ist die Golgarit, wenn man einen braucht? Der Golgarit, ja. Ja, was machst du? Einen Schicksalspunkt ausgeben für eine Karte. Okay. Ich habe jetzt meinen Rabenschraubel draus. Also bin ich jetzt quasi Golgarit. Auch wenn ich keine Rüstung tragen darf. Warum auch immer. Steht hier nicht. Ist keine Bikini-Chain mehr. Oh, wir haben ja schon 110 vor 12. Machen wir das Zwischenspiel nächstes Mal. So. Ja, vermutlich. Ich spiele für sechs den Schadif. So, dann greife ich mit dem Tuzak-Messer an. Ich treffe auf 12+. Ähm. Wen haben wir denn da? Äh, Kapitän Rietholz und die beiden hirnlosen Zombie-Piraten. Der eine hat noch einen Lebenspunkt. Der hat noch sieben Lebenspunkte. Und Rietholz noch voll. Dann nehme ich jetzt erstmal den, der noch sieben Lebenspunkte hat. Mhm. Ich treffe mit einer 10. Mhm. Acht Schaden musst du machen. Schadenswürfe kann ich nicht wiederholen, ne? Mit einem Bogen? Ja, das ist aber nicht der Bogen. Du hattest doch eben beim Schadenswurf zwei geworfen. Ja, ja, aber das ist nur der Bogen. Achso. Das sind dann sieben. Echt? Hat auch noch einen. Okay, hat auch noch einen. Das sind genau sieben dann. Okay. Ja, machst du uns mundgerecht da. Nimm den Stein! Ja, genau. Wirf den Stein! Da. Oder ein Schadif. Ja, der kostet vor allem keine Ausdauer, sehe ich gerade. Ich muss halt nur einen Nahkampfangriff geschafft haben. Dann greift der Schadif den jetzt auch noch an. Äh, macht der nicht mehr Schaden? Kannst du dir einfach den Stein... Ja, ein G6 plus 2. Ja, aber mit dem Stein hast du doch einen schon weg. Ja, aber der Stein ist ein Fernkampfangriff, dann kann ich den Bogen doch nicht mehr verhalten. Achso, ah, ja, okay. Das ist natürlich blöd. Äh, der Schadif trifft auch. Ja, das reicht wohl, ne? Dann kriegst du einen Chip. Und das sind 5. Ja. Ein Chip für Nicole. Ähm, ein Chip. Hat sie wieder 2. Dann spiele ich für 3 Ausdauer die Anatomie. Hey, mach mir nicht alles vor. Und den Chip verwende ich jetzt, um mit dem Bogen noch anzugreifen. Du hattest noch 2 Chip jetzt, das ist richtig? Oder hattest du den schon verbraucht? Also du hattest gerade den zweiten bekommen. Okay, wow. Ja, das ist... Dann gebe ich davon auf jeden Fall einen aus jetzt für den Bogen. Und der geht halt auf ihr Rietholz. Und gut, dass ich Anatomie gespielt habe, trifft. Achso, brauchst du nicht mehr machen. Okay, ja, dann, wie viel machst du? Und den darf ich jetzt doppelt werfen. Super, das sind 9. Wer versucht auszuweichen? Nö. Sind 9 Schaden. Minus 3 sind 6 Lebenspunktverlust. 6 Lebenspunktverlust ist er bei 10. Steht dann hier. Neben mir. Dann. Hast du noch was? Äh, nein. Okay. Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Ja, ich glaube auch. Dann. Spiele ich jetzt meinen Unsichtbarkeitstrank, wenn die noch überleben sollten und ich getroffen werde, kriege ich keinen Schaden. So, ich spiele erstmal 3 Ausdauer für Anatomie. Du kannst es wieder umschalten. Danke. So, 3 Ausdauer für Anatomie. Dann habe ich noch 4. Dann mache ich damit 3 Attacken. Die erste natürlich mit meinem Hexenbesen. Äh, mit dem auf den, äh, hirnlosen Zombiepiraten. Und ich kriege einen Chip. So, dann mache ich eine Aktion mit meiner Hexengalle. Äh, ihr beide kommt nach mir auch noch. Macht ihr auf jeden Fall den hier weg mit 2 Schadenspunkten? Höchstwahrscheinlich. Ich bin froh und mutig hier. Okay, dann gehe ich auf... Ich habe 2 Angriffe. 2 starke. Ja gut, aber die sind ja für Rietholz dann besser. Ne, komm, dann mache ich mit meiner... Ich kann mich mit einem Angriff down, wenn es gut läuft. Ich mache mit meinem Rietholz. Bei, ne, da bin ich gut... Ne, ich hacke jetzt erstmal auf Rietholz mit der Hexen... Also ich spucke ihn an. Ja. So. Ich spucke ihn an. Warte mal, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. 3... Ich hatte schon, genau. So. Ha, der saß. So, das wären 9 Trefferpunkte. Er versucht auszuweichen. Nö. Das heißt, das sind... Äh, 9 Schadenspunkte sind 6 Lebenspunkteverlust. So. Dann ist er nur noch bei 4. Dann greife ich mit meiner... Radau an. Mit meinem Radau... Ähm... Ja komm, sicher, sicher. Rietholz. Radau auf Rietholz. Ist gelungen. Das sind 6. Das heißt, wenn er jetzt nicht ausweicht, reicht das. Licht. Warum? Er hat 4 Lebenspunkte, er kriegt nur 3 abgezogen. Ach so, stimmt. Ja, er hat 4 Lebenspunkte. Ach ja. Okay. Äh... Er weicht nicht aus, das heißt, er hat nur einen Lebenspunkt. So. Das heißt, die beiden haben jetzt jeweils einen Lebenspunkt. Ich habe noch eine Ausdauer. Da könnte ich die Traumgestalt, wenn nötig, noch verwürfeln. Oder mit meinen 2 Chips den Aulitus und einmalig Schaden von 5 verhindern. Aber ich gehe mal davon aus, so weit kommt es gar nicht. Ich kann auch keinen Schaden machen. Außer es greift mich einer an, dann kommt Alvinia. Das wäre dann Selbstmord. Aber gut, wie gesagt, so weit kommt es wahrscheinlich nicht. Dann... Zephira, du bist dran. Oder ziehe ich noch eine Karte? Das könnte ich natürlich auch noch... Aber was soll kommen? Komm, ich ziehe noch eine Karte für einen Chip. Mein Pandemonium, okay, nee, der ist ein bisschen teuer jetzt. Gut, dann, äh... Zephira. Für einen Aussau, züge ich meinen Rabenstabel und haue auch Friedholz drauf. Mhm. Was auch treffen würde. Mhm. Das sind dann... 7. Ja gut, das, äh, der kann auch ausweichen, das hilft nicht. Er weicht sogar aus, das sind dann aber immer noch 4 Schaden, äh, 4... Das reicht. Das reicht dann, genau. So, du kriegst ein Chip. Und meine Aussau wird bereit gemacht und ich darf eine Karte ziehen, was ich vorhin vergessen habe. So, kommt Heiger noch dran, oder? Also... Was ist eigentlich nicht, was passiert? Der ist gerade abgekratzt. Ich kann viel Sachen machen. Ich für zwei Aussau... Wenn er wiederkommt, können wir den einfach so wegklatschen? Ja. Wir haben doch gesagt, wir machen das in einer Runde, weil sonst würde man ja 3 Runden... Ne, 4 Runden brauchen, um den wieder wegzuklatschen. Das wird einfach nur noch langweilig, glaube ich. Für zwei Aussau spiele ich mein gutes Gedächtnis und hole meine Kamale Macht zurück. Und greife einmal mit meinem Grabenruf den Untoten-Zombien. Dann würde er auch exakt treffen durch meine Untoten-Kenntnis. Spiele dann für zwei meine Kamale Macht einfach aus. Du machst doch sicher, dann wäre es ein Schaden, oder? Ja gut, dann ist er tot. Plus 3 W 6. Okay. Das wären dann nochmal 9. Na gut, ich gönne Zephira diesen Moment. Wenn sie einmal richtig Scheiben macht. Entschuldigung. Joa. Ich würde mal sagen... Das war doch... Äh... B-b-b-b-b-b. Nachdem ihr Kapitän Riedholz und seine Mannschaft vernichtet habt, lasst ihr es euch nicht nehmen, sein Schiff den Flammen zu übergeben. Das kann ich doch hier sicher auch nochmal... Hoffentlich habt ihr da mit der verfluchten Existenz dieser Piraten ein Ende gesetzt. Ihr habt das Abenteuer bestanden. Jeder von euch bekommt zwei Abenteuerpunkte. Adelt müde am schnell Ende des Abenteuers ab. Ja. Das heißt, wir haben jetzt sieben Belohnungskarten, die wir bekommen. Aber ich würde wirklich sagen, äh... Zwischenspiel machen wir nächstes Mal, ne? Wir haben jetzt schon zwölf... Genau... Okay. Genau zwölf Uhr. Problem ist halt, wenn man nicht so viel Zeit zum Überleg, was wir machen wollen. Bitte? Dann haben wir halt nicht so viel Zeit zum Überleg, was wir machen wollen. Ne. Was ja auch vorteilhaft sein kann. Wir können uns ja schon mal überlegen, was wir machen würden, wenn wir nichts Ordentliches ziehen. Und, ähm... Wenn wir dann was Ordentliches ziehen, dann kann man halt nochmal umdenken. Gut. Ich werde auf jeden Fall, äh, im Hospital vorbeigucken, wenn es eins gibt. Mhm. Ja, Fazit mit den angepassten Regeln. Also ich fand, der Teil vorher war jetzt mit immer noch fast zwei Stunden lang genug, ne? Der muss nicht noch länger sein. Ja, das hat sich wieder gezogen wie ein bisschen Kaugummi um euch. Ja, aber mit den vier Perlen fand ich, ging es jetzt. Es war nicht so repetitiv wie beim letzten Mal. Für uns war es jetzt repetitiv, weil wir alles schon kannten, aber innerhalb... Die erfolgreiche Rache der Zephira, sagt die. Ähm... Es war jetzt innerhalb... Ich blende den Chat auch nochmal ein. Es war jetzt innerhalb der... Oh, mach ihn mal schwarz. Ne, das ist auch nicht besser. Äh, was wollte ich sagen? Es war innerhalb dieses einen Durchlaufs jetzt, war es nicht so repetitiv wie beim letzten Mal. Also man hatte nicht alle schon zehnmal gesehen. Nur fünfmal. Und ich glaube, wenn man es mit noch weniger Perlen macht, dann wird es auch irgendwann zu kurz, ne? Dann macht es es langweilig. Ich glaube, die Perlen haben am Ende auch gar nicht den Unterschied gemacht. Wir hätten auch die Zeit gebraucht, allein um die Kugel einmal rumlaufen zu lassen. Das hat jetzt glaube ich nicht... Ja, hätte schneller gehen können, ein, zwei Runden, aber... Ja, aber auch nicht viel schneller. Also ich glaube, der... Von den anderthalb Stunden, sag ich mal, die wir damit verbracht haben, ähm... War das glaube ich der Hauptteil, einmal die Kugel wirklich rumlaufen zu lassen. Und halt generell Eier zu verbrennen. Ja, also ich glaube, das würde nicht viel kürzer werden. Äh, auf 30 Lebenspunkte heilen wäre jetzt nicht nötig gewesen. Wäre aber, glaube ich, ganz gut, wenn man so eine Grenze hat, unter die man nicht unbedingt fällt. Man könnte nochmal überlegen, ob vielleicht sogar 20 reicht. Ja, wäre okay, sag ich mal. Boah, da musst du halt auch die richtigen Charaktere haben. Ja. Und vielleicht jemanden haben, der heilen kann. Wenn du dann... Genau, also die Proben, das sind ja sowieso die Dinger. Proben könnte man nochmal überlegen, ob man da ein paar Körperbeherrschungen ersetzt. Äh, dass Rietholz nur bei Legendär zurückkommt, finde ich gut, ja. Jetzt bei schwer, in dem Fall wäre es jetzt auch gegangen, ne? Ja, aber nur, weil ich sage, wir machen den Effekt nicht von nur... Ja, ja, nur ohne den Sondereffekt. Aber den Sondereffekt, den wird es ja, sag ich mal, in Zukunft dann eh nicht mehr geben. Das hat er ja schon mal gesagt. Ja, wobei, das ist ja jetzt auch mit dem Rietholz, das müsste... Man muss ja nur gucken, dass der quasi beim Übergang, ne... Noch lebt. Am lebt. Ja, und dann kannst du weghauen. Du musst es eigentlich nur wissen, dass es passiert, ne? Genau, ne? Es sei denn, wenn du das ja vorher einrechnest. Ja. Also das wäre tatsächlich sogar auch auf Schwer-OK, ne? Ja, gut, ne? Fazit ist ja anscheinend, äh, Nicole muss dabei sein und dann läuft der Laden. Das ist eigentlich schon das Fazit, ja. Gut. Das heißt, wir halten auch mal fest, sieben Belohnungskarten bekommen. Noch mal zwei Abenteuerpunkte bekommen war. Zwischenspiel machen wir dann nächste Woche damit. Und... Ja. Ansonsten hat es wieder Spaß gemacht. Vielen Dank an den Chat. Vielen Dank an Eagle Wing für deine Hilfe. Ähm, man übersieht ja dann doch immer was Rustys entscheidend, nicht Nicole, sagt er. Okay. Ja, haha. Ja, trotzdem ist das Abenteuer etwas zäher. Rethaut macht ohne Directors Cut durchaus Sinn. Ja. Ich und Rusty, wir gehören zusammen. Das lässt sich nicht trennen. Dass wir auch ruhig Rusty abgeben. Ich kann auch eins mal gebrauchen. Äh, nein. Ja. Das ist halt generell... Also, vielleicht mal bald wieder unten durchgekommen. Das ist halt generell die Frage, ob man jetzt, äh, dieses Rätsel an sich mag oder nicht. Danke, Laufender, für die Glückwünsche. Ja. Dann gute Nacht auch dir. Bis zum nächsten Mal. Ja. Na gut. Äh, wir können das mal mitnehmen. Wenn euch noch was einfällt, äh, dann gebe ich das Christian auch gerne weiter, ne? So als Vater. Wir haben jetzt quasi ja, äh, Beta getestet. Mit eventuellen neuen Regeln. Ja. Gut. Dann, äh, sage ich, gute Nacht. Für heute reicht's. Gute Nacht, Lukard Bendenow. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und... Gute Nacht. Ja. Wir machen die Schotten dicht. Ciao, ciao. In den Wohr und die fälligen Schlaf. Genau, jetzt raid ich auch nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.